so hallo geht's euch ich hoffe ihr könnt mich sehen ihr könnt mich hören muss erst mal mein ganzes equipment umstellen die letzten tage ich hoffe klappt alles wieder na wie geht's euch wochenende gut überstanden sollte eigentlich alles klappen war ja jetzt musste ich mich natürlich entscheiden welche klausur wir noch machen und zum einen habe ich bei der rw th aachen ziemlich coole sachen noch gefunden die wir bisher noch nicht gemacht haben das heißt es sind mehr gewinn wieder für alle und zum anderen wird jetzt übermorgen glaube ich die prüfung in höherer mathematik 3 geschrieben und da dachte ich mir ja ist ein zeichen das müssen wir heute noch mal zusammen angehen und ja tatsächlich ist es schon ziemlich haarig diese prüfung aber dem erzähle ich das werde ich ja wissen ja kam auch vorher noch die frage ob ich alles spontan mache oder ob ich mich vorbereitet natürlich bereite ich mich vor nicht bei allem ich glaube dem das erste was wir gemacht haben es geht auch ohne vorbereitung aber wenn ich jetzt so was wie hier habe höhere mathematik 3 aus der uni aachen natürlich werde ich mich da bestmöglich darauf vorbereiten um euch dann noch ein paar tricks zu verraten wenn mir was auffällt also da stolper ich nicht einfach so ein mann kann versuchen vom blatt zu spielen aber ich glaube für alle anderen ist es besser wenn ich wenn ich nicht tue mal gucken weil sie nicht können wir auch irgendwann mal den spaß machen und einfach mal ohne vorbereitung klausuren lösen ich hätte auch lust drauf einfach mal gucken was dann passiert die meisten aufgaben werden klar gehen aber hier zum beispiel habt ihr vielleicht schon gelesen in der beschreibung wenn es um den bannachschen fixpunktsatz geht dann möchte ich auch dass die theorie sauber sitzt damit ich euch das erklären kann und ja darum ist eine vorbereitung manchmal eigentlich ganz gut so ja dann sind wir ja jetzt schon wieder 95 leute wahnsinn wie viele aus aachen haben wir heute hier ja in welchem gebiet ist das überhaupt gute frage schreibt mal ist es für maschinenbauer das war aus der klausur nicht ersichtlich ist es für maschinenbauer für elektrotechniker ich weiß es gar nicht stand nicht drauf die zugeschickt bekommen das ist aus dem wintersemester 2017 18 variante b schreibt doch mal welt aus aachen ist was ihr gerade hier studiert und wer jetzt übermorgen die prüfung schreibt maschinenbauer wahnsinn ja also ich merke schon ok und was wirtschaftsingenieur auch ja elektrotechnik ja konnte mir denken ist schon schon hat das ding na gut leute dann wollen wir nicht zu viel zeit verschwenden ich würde sagen wenn ihr übermorgen schreibt oh krass Physik auch ja so leute bevor wir zu viel zeit verlieren ich würde sagen lasst uns direkt starten ja alle die aus aachen sind werden wahrscheinlich diese altklausur haben für alle anderen ich schreibe die wichtigsten informationen immer noch mal mit an die tafel also keine sorge da wird euch jetzt nicht zu viel verloren gehen wenn ihr die klausur jetzt nicht vor euch habt so dann würde ich sagen schalte ich um zack zum alt gewohnten tafelbild ähm so ich schiebe das alles mal ein bisschen zurecht dann mache ich mir mal auf meinem rechner hier die klausur auf so und jetzt gibt es hier bei diesen äh aufgaben also es gibt verschiedene teile äh Teil 1 2 3 und wenn ich das richtig überflogen habe dann geht es in dem in dem ersten teil jetzt um funktionen mit mehreren variablen auch banasche fixpunktsatz ähm erklärungen globale minima maxima extrema mit nebenbedingungen usw auch integralsätze also mehrdimensionale analysis könnte ich mal ganz allgemein sagen Teil 1 mehrdimensionale analysis ähm fasse ich mal grob zusammen im zweiten teil geht es um differenzialgleichungen und auch höhere ordnung also dritte ordnung und auch mal erste ordnung ricatti differenzialgleichungen die hatten wir auch noch nicht also das passt eigentlich wunderbar heute ähm ah ja und im zweiten teil kommt aber auch noch ein gebietsintegral also so ganz ist mir die abgrenzung nicht ganz klar also mehrdimensionale analysis und dgls auf jeden fall und äh später auch nochmal determinant eine jacobi matrix geht dann von der umkehrfunktion ist dann auch nicht mehr der hit ähm eben auch mehrdimensionale analysis alles und im dritten teil geht es nochmal um theorie die finde ich äh super spannend da bin ich mal gespannt wie wir da ja gucken wir es uns einfach mal genauer an ja auf jeden fall ich denke die video beschreibung sollte schon so ziemlich treffend sein genau und das ist eine vom wintersemester 1718 ähm der rwth aachen äh viele maschinenbauer vertreten und die hat es in sich ja äh aufgabe 1 es geht um und jetzt schreibe ich mal alle wichtigen informationen an einen vollständig normierten raum also vollständig ja normierter raum und das sind so so kleinigkeiten die man ähm wahrscheinlich so nicht nochmal in der prüfung mit abschreiben muss aber für alle zuschauer jetzt nochmal äh ich möchte auch ein bisschen theorie noch dazu erklären also heute wird es ein bisschen theorie lastiger als sonst ne wird nicht nur gerechnet sondern auch ein bisschen erklärt was wir da tun und das ist eben auch wichtig dass ich nochmal diese information anschreibe vollständig normierter raum und dann ist gegeben der r hoch 2 okay also egal was jetzt im folgenden passiert es geht hier wohl nur um zwei variablen xy um ähm x1 x2 wie auch immer ja und äh auf diesen normierten raum das äh steckt in dem wort drinnen norm äh ja ist eben auch eine norm ähm definiert und zwar soll das die man schreibt das so hier ne norm ähm und das wovon man die norm nimmt der vektor von dem man das nimmt ist dann setze ich jetzt mal ein punkt ein ja und viele kennen das als den betrag ne der betrag die norm und wenn man nichts dazu schreibt ist die zwei norm die euklidische norm der satz des pythagoras abstände direkte abstände messen ähm es gibt aber auch noch andere möglichkeiten abstände zu messen ja mit anderen normen zum beispiel hier ist vorgegeben die supremums norm ja das muss uns jetzt an der stelle noch nicht interessieren darüber rede ich nachher noch ja aber es gibt eben verschiedene normen da fängt es nämlich schon an ähm ok diese eine information ist gegeben die war sogar in fett gedruckt ähm scheinbar ist die super wichtig äh aber wenn es nicht vorgegeben ist diese ähm also man kann generell davon ausgehen im ruch 2 dass wir da ähm so einen vollständigen raum also ist schon ist alles in ordnung wenn sie es nicht hinschreiben würden wir trotzdem von der rechnung her nicht groß was anders machen aber ich finde es schön dass wir jetzt ein bisschen genauer auf die theorie eingehen können außerdem ist gegeben dass wir zwei variablen haben x1 x2 und die sollen beide auf einem äh element des definitionsbereichs sein und der definitionsbereich oder die menge d nenne ich es jetzt einfach mal ähm soll liegen zwischen minus 1 und 1 und zwar für beide ne also jeder der einzelnen variablen liegt zwischen minus 1 und 1 das ist die ist die bedeutung davon ne und jetzt gibt es noch eine zusätzliche information und zwar da lese ich es auch gerne mal vor es ist noch ein nicht lineares gleichungssystem gegeben ich werde das mal folgende mit stern bezeichnen das heißt immer wenn ich jetzt wenn ich von stern rede dann meine ich dieses system hier und dann sind die beiden variablen nochmal explizit angegeben also x1 und x2 und interessanterweise hängt die jetzt aber untereinander zusammen x1 ist der cosinus von x2 geteilt durch 3 und dann plus ein sechstel und da seht ihr schon das sind relativ simple funktionen ja also so sind wir jetzt auch nicht aber aber es sind keine krass komplizierten funktionen das ist vielleicht auch noch an der stelle ganz also es sollte im grunde gut passen ja wenn man sich irgendeine random funktion ausdenkt irgendwas richtig kompliziert ist dann könnte sein dass das was wir gleich vorhaben alles super kompliziert wird bis hin zu nicht mehr möglich wird also wenn es in der closure gegeben wird dann werden es immer aufgaben sein die auch machbar sind zu lösen das ist auch eine schöne sache ne schöner unterschied von realität zu zu akademischen beispielen alles was wir tun wird mit einfachen tricks und rechenanweisungen zu lösen sein man muss die tricks eben nur kennen und auch umsetzen können das ist das ja darum geht es eben in der prüfung genau und da seht ihr einmal ein cosinus und einmal hier irgendwie eine wurzel mit einem quadrat na gut eine kleine verkettung ist vielleicht auch nicht schlimm und jetzt könnte man natürlich überlegen oder reden wir gleich drüber ne was man hier machen kann auf jeden fall ist das dieses nicht lineare vergleichungssystem was gegeben ist so mal gucken was ihr noch dazu schreibt also ihr könnt auch gerne wieder fragen stellen ja aber lasst uns wie gesagt immer nur fragen beantworten zu den aufgaben die wir gerade machen und sollten wir ganz am ende noch zeit haben weil wir super schnell durchkommen können wir gerne auch noch andere fragen beantworten ja ich sehe schon ihr seid alle bereit das ist variante b für alle die fragen und hochgeladen wird es natürlich aber gut dass nochmal nachgefragt wird so aufgabe 1 also das ist quasi alles aufgabe 1 aber der erste teil davon ich nenne ihn jetzt einfach mal a auch wenn hier steht irgendwie 1 aufgabe 1a nenne ich es mal beweisen sie mit hilfe des banachschen fixpunktsatzes dass das system eine eindeutige lösung in d hat das ist die aufgabe dafür gibt es auch fette punkte und mehr ist eigentlich gar nicht gegeben einfach nur sei x1 x2 element d wieder definitionsbereich betrachten sie den vollständig normierten raum r hoch 2 mit der maximum mit der supremum norm und das folgende nicht lineare gleichungssystem so jetzt könnte man natürlich denken ok was soll ich jetzt mit diesem banachschen fixpunktsatz kann ich nicht einfach das system direkt lösen ich meine ich habe doch x1 und x2 gegeben ok die sind zwar untereinander von abhängig aber was wäre denn wenn ich einfach sage ich setze x1 also das ding hier ein und stelle nach x2 um oder ich setze x2 dort eine stelle nach x1 um und dann werdet ihr schon merken naja aufgrund des cosinus wird das irgendwie schlecht funktionieren wenn ich x1 hier einsetze habe ich irgendwie cosinus quadrat plus 4 Wurzel ach noch nicht mal da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu aber irgendwie wird das nicht funktionieren ich kann nicht x2 und cosinus x2 schön einfach zusammenfassen und genauso wenig wenn ich x2 da oben einsetze habe ich x1 hier und dann nochmal x1 im cosinus drin mit Wurzel, Quadrat also irgendwie ist das scheinbar analytisch nicht so machbar oder nicht so einfach machbar also ich sehe es gerade nicht wie das analytisch umzustellen wäre zum Glück gibt es aber diesen Banachschen Fixpunktsatz der eine Aussage darüber trifft ob eine Lösung existiert beziehungsweise der trifft nicht direkt eine Aussage darüber ob ein Gleichungssystem eine Lösung hat sondern naja darüber reden wir gleich noch was der Banachschen Fixpunktsatz eigentlich sagt auf jeden Fall können wir uns das Problem so umdefinieren oder von dem Blickwinkel betrachten dass wir mit dem Banachschen Fixpunktsatz arbeiten können und das ist die gesamte Aufgabe super vielen Dank Anna ja muss ich auch sagen ich habe meine Oma erzählt Oma fragt so na Junge wie läuft es so und dann sage ich naja wir machen jetzt Livestreams und haben Leute schon gespendet dachte sie oh Gott Junge brauchst du Geld ja Oma ist ganz süß ich verstehe das noch nicht ganz mit YouTube fand ich nur gerade ganz witzig naja Dankeschön auf jeden Fall legen wir los und versuchen mit dem Banachschen Fixpunktsatz zu zeigen dass dieses System eine eindeutige Lösung besitzt auf dieser kompakten Menge dorthin und wichtig wäre erstmal dass ihr versteht was der Banachschen Fixpunktsatz überhaupt aussagt ja vielleicht schreibt sich das nochmal mit hin ich versuche das mal so aufzuzählen stichpunktartig der Banachschen Fixpunktsatz sagt dass in einem vollständig metrischen Raum auf einer abgeschlossenen Menge eine Kontraktion stets einen eindeutigen Fixpunkt hat ich glaube ich habe alle Informationen zusammen und wir brauchen also einen vollständig metrischen Raum wir brauchen eine abgeschlossene Menge und wir brauchen eine Kontraktion das ist eine ganz spezielle Funktion eine Abbildung und da werdet ihr schon sehen hier Abbildung Funktion da kommt irgendwie dieses System hier mit rein das heißt wir müssen dieses System hier irgendwie so naja wir müssen es eben nutzen um daraus eine Kontraktion so eine Funktion mit besonderen Eigenschaften herzustellen und genau ist das nicht Banachschen Satz ja ganz genau Banachschen Fixpunktsatz und jetzt steht hier oben vollständig normierter Raum wir brauchen aber einen vollständig metrischen Raum ist aber kein Problem ich erkläre es kurz normiert bedeutet dass wir naja wie der Name vielleicht sagt eine Norm haben oder brauchen also dass eine Norm definiert ist ne also eine Norm ist definiert also haben wir einen normierten Raum vollständig gut versuchen wir nicht nicht zu sehr ins Detail zu gehen mit den Cauchy Folgen ist auf jeden Fall gegeben ein vollständig normierter Raum und wenn eine Norm definiert ist dann induziert die eine Metrik also man kann mit ähm Metrik bedeutet so viel wie Abstände ne dass wir Abstände messen können und wenn wir eine Norm haben können wir damit Abstände messen ne sind verschiedene Abstandsbegriffe ne die zwei Normen die Euklidische Norm der Direktabstand ne die Maximum Supremum Norm äh bisschen anders ja ähm gehen wir nicht zu sehr drauf ein aber jeder normierte Raum äh ist auf jeden Fall ein metrischer Raum darum ist der erste Punkt vom Banner Stichspunkt Satz die erste Voraussetzung erfüllt wir befinden uns auf einem vollständig metrischen Raum so außerdem brauchen wir eine abgeschlossene Menge und das ist wichtig ne ähm es geht nicht darum also genau wir brauchen eine abgeschlossene Menge und das haben wir diesen ich nenne es mal Definitionsbereich ja äh sie ist abgeschlossen weil der Rand vollständig dazugehört so kann man sich das ziemlich einfach merken ne wenn der Rand dazugehört ist abgeschlossen ähm mal einfach gesagt ja und das einzige was wir jetzt noch brauchen ist eine eine Kontraktion also so eine Funktion ja die irgendwie aus diesem genau aus diesem System besteht und da sehe ich gerade ähm kannst du die Bedingungen aufschreiben also wie gesagt für metrischer Raum und abgeschlossene Menge ne das könnt ihr euch kurz dann wenn ihr euch das nochmal anschaut ja wichtig ist jetzt mit der Kontraktion das schreibe ich nochmal ordentlich auf ne also die ersten wichtigen beiden Bedingungen sind erfüllt und jetzt geht es um die Kontraktion und da lese ich gerade ähm wir müssen nämlich zeigen dass es muss eine Selbstabbildung sein ganz genau eine Selbstabbildung das heißt wir ähm ja definieren uns jetzt quasi eine eigene Funktion das ist auch schon ein mutiger Schritt ne das ist ja in dem Sinne keine Funktion vorgegeben ähm wir nutzen einfach das Gegebene also wir nutzen diese drei Informationen hier also das System und ähm diesen Bereich um uns so eine Kontraktion zu definieren ja das ist da muss man ja ein bisschen mutig sein an der Stelle und sagen ich denke mir das jetzt aus ja mal einfach gesagt und ähm wichtig ist eine Kontraktion es muss eine Selbstabbildung sein also sie muss von ähm ähm die Werte die man reinsteckt ja die müssen am Ende auch wieder rauskommen also ich kann nicht sagen ich stecke jetzt ähm Äpfel rein, krieg Birnen raus ja das geht nicht also wir müssen ähm wenn wir schon die Werte von minus 1 bis 1 reinstecken müssen wir auch die Werte von minus 1 bis 1 wieder rausbekommen ähm genau das ist wichtig äh Kontraktion kann man sich vorstellen übrigens als äh äh etwas Kontrahiertes zieht sich zusammen ähm ähm genau wenn die Voraussetzungen nämlich erfüllt sind dann kann man zeigen das habe ich alles noch das schreibe ich auch alles gleich noch an dass es äh sich am Ende immer weiter zusammenzieht bis auf einen Punkt so könnte man sich das vorstellen ja und dieser Fixpunkt ist genau das was wir gerade wollen wir wollen die nicht unbedingt ausrechnen aber wir wollen einfach nur wissen dass es einen gibt ja dass dieses System genau eine Lösung hat und ähm genau wir brauchen eine Selbstabbildung und jetzt ist noch wichtig ähm bei der Kontraktion dass habt ihr das eigentlich schon geschrieben ne Selbstabbildung ja das haben wir ähm dann schreibe ich es nochmal vielleicht äh vollständig auf sind abhängig von x1 x2 ne und wir sagen einfach die x1 Komponent ist der hier oben die x2 Komponent ist der hier also genau wie es ähm ähm die vorgegeben ist ja nur eben dass wir jetzt sagen das ist gleich ähm ja das ist gleich unsere Funktion sowas hier ja und damit es eine Kontraktion ist äh muss jetzt noch eine bestimmte Bedingung erfüllt sein und viele setzen das immer gleich mit Lipschitz Stetigkeit ja und das ist auch sehr stark miteinander verwandt aber ist eben nicht 100% genau das gleiche also wir haben jetzt mal so eine Selbstabbildung und jetzt brauchen wir ähm ähm naja jetzt müssen wir noch die Lipschitz Bedingung erfüllen wobei dieser Faktor gleich äh kleiner sein muss als 1 und das würde ich gerne kurz erklären was das bedeutet weil Lipschitz Stetigkeit ist eher so ein Wort naja weiß ich nicht muss man sich auch erstmal dran gewöhnen im Grunde kann man sich Lipschitz Stetigkeit aber ziemlich einfach vorstellen ich versuch das mal im Eindimensionalen also ich mach mal hier nur als kleine Übersicht na wie das ähm was es heißen könnte Lipschitz Stetigkeit ja und ich mach das mal im Eindimensionalen weil sich das gut zeichnen lässt ähm ähm wenn wir jetzt ähm Moment da bedeutet das dass der oh ich muss kurz selber überlegen wir haben zwei ähm genau Funktionswert an zwei verschiedenen Stellen zwei beliebige Stellen übrigens aus unserem ähm in dem Fall unseren Definitionsbereich und jetzt nimmt man den Abstand naja ist die Frage wie der Abstand definiert ist bei uns jetzt über die Maximumsnorm ja also mach ich es auch mal ich mach es einfach nur mit Norm okay mit beliebigen ähm also ist ja je nachdem was gegeben ist ähm und das muss kleiner gleich sein Lipschitz Konstante mal äh x minus also mit minus dem Abstand der ähm ja Argumente genau und wenn diese Lipschitz Konstante dann zusätzlich noch kleiner ist als 1 dann äh genau wenn sie zusätzlich kleiner ist als 1 und ähm sowohl die x als auch die Funktionswerte beide aus diesem gleichen Raum sind also wirklich eine Selbstabbildung dann wäre es eine Kontraktion ja und das müssen wir ihm zeigen ja äh dass das so ist äh jetzt nur wie kann man sich das vorstellen ähm vielleicht kommt euch das hier bekannt vor wenn man einfach mal teilen ne einfach mal nach L umstellen dann steht hier sowas also ich ja ich mach es jetzt mal naja wisst ihr was ich mach es jetzt mal nur so ein bisschen äh lax ja mal ohne Beträge ich möchte nur mal dass ihr kurz mir äh verratet ob euch das hier irgendwie bekannt vorkommt kommt euch das irgendwie bekannt vor äh wenn man zwei Funktionswerte voneinander abzieht geteilt durch die zugehörigen x Werte also quasi Delta y durch Delta x ne also Delta Funktionswerte durch Delta x Werte ähm kommt euch das irgendwie bekannt vor sagt euch das irgendwas ne ich würde das nämlich gerne kurz ähm nur erklären was ist was der Hintergrund ist damit ihr es euch auch besser merken könnt aber kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor was sagt ihr dieser Term hier ja Differenzen kurz hier Steigung ganz genau äh und genau jetzt ist nämlich ihr sagt nämlich schon genau die richtigen Wörter und ich bringe jetzt nur noch mal eine ordentliche Reihenfolge ja natürlich das ist der Anstieg und zwar von einer Sekante die Sekante die zwischen x und y gespannt wird also wenn wir jetzt hier so eine Funktion haben ne und jetzt haben wir hier so ein Punkt x und hier so ein Punkt y ja und wir legen da jetzt eine Sekante durch ja dann ist der Anstieg der Sekante wird dadurch angegeben ja und wenn jetzt rauskommt also nur mal angenommen die Funktion wäre wirklich Lipschitz stetig ne und rauskommt dass der Anstieg der Sekante oder aller möglichen Sekanten kleiner gleich einer Zahl ist also der Anstieg aller nur möglichen Sekanten ist beschränkt ja das ist die Bedeutung von äh von Lipschitz Stetigkeit und jetzt gibt es ja sowas wie den Mittelwertsatz der äh Differentialrechnung ja der nimmt direkten Bezug darauf ähm und zwar das angenommen wir haben jetzt hier so zwei Werte ne und da legen wir eine Sekante durch dann sagt dieser Mittelwertsatz dass es da ähm einen Wert gibt dazwischen oder mindestens einen Wert gibt dazwischen ähm bei dem die Tangente genau den gleichen Anstieg hat also hier zum Beispiel wenn ich das mal parallel verschiebe sollte hier oben sein ne wenn ich hier nämlich das ganze parallel verschiebe dann bin ich bei einer Tangente ähm und tatsächlich es gibt einen Wert zwischen x und y ja also wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und so weiter äh dann gibt es einen Zwischenwert meistens wird er mit Xi bezeichnet ich nehme jetzt mal T weil sich das glaube ich besser lesen lässt ähm und dann gibt es da so einen Wert bei dem ähm wo die Tangente den gleichen Anstieg hat wie diese Kante so und das Interessante ist jetzt und das ist alles Theorie die ihr wissen müsst ähm wenn eine Funktion ja wenn man von einer Funktion die erste Ableitung bilden kann und diese erste Ableitung beschränkt ist dann heißt das ähm ähm also die erste Ableitung ist quasi der Anstieg der Tangente ne und wenn der der Anstieg von der Tangente und zwar in jedem einzelnen Punkt beschränkt ist dann heißt es ja auch dass ähm der Anstieg von den zugehörigen Sekanten was ja gleich ist dann ebenfalls beschränkt sein muss also wenn die erste Ableitung einer Funktion ähm beschränkt ist in jedem Punkt dann ist sie auch Lipschitz stetig und die Eigenschaft die machen wir uns jetzt gleich zu Nutze weil ähm wir wollen ja quasi genau das zeigen nur eben im höher dimensionalen und dann nehmen wir einfach für dieses L nehmen wir einfach die die erste Ableitung die wir dann nach oben mit Hilfe der Norm abschätzen es ist nun die Sache dass ähm die erste Ableitung von so einer vektoriellen Funktion ist eben kein Skalar mehr ja sondern da kommt am Ende eine Matrix raus die sogenannte Jakobi Matrix aber auch von der können wir die unendliche Norm bestimmen und sollte die dann kleiner sein als 1 ja ähm ähm dann wäre es perfekt wäre das dann nämlich kleiner als 1 also Lipschitz Konstante dann kleiner 1 heißt wir hätten eine Kontraktion so das ist der ganze theoretische Hintergrund ne ich weiß es ist vielleicht ein bisschen viel alles auf einmal aber schaut es euch gerne nochmal im Nachhinein an ähm wäre glaube ich super wichtig dass ihr das versteht wenn ihr mit dem bannachschen Fixpunktsatz arbeiten wollt genau ja genau sehr gut ähm also die Grundidee ist wie gesagt das hier ne ähm ich versuche es mal kurz nochmal zu sagen ich glaube super viele Informationen hier ähm wir wir werden einfach zeigen dass äh dass einfach alle Tangenten also ich spreche jetzt gerade über den eindimensionalen Fall weil man sich das besser vorstellen kann jetzt dort ne wir zeigen gleich dass alle Tangenten den ähm beschränkten Anstieg haben damit haben auch alle Sekanten beschränkten Anstieg damit ist die Funktion Lipschitz stetig und sollte diese Lipschitz Konstante zusätzlich kleiner 1 sein was wir gerade hoffen ja dann dann ist es eine Kontraktion und genau dann sind alle Bedingungen erfüllt und wir haben einen eindeutigen Fixpunkt mehr sollen wir gar nicht zeigen also zeig einfach nur dass genau der ganze Krempel gilt den wir hier gerade gesagt haben wow so machen wir das mal ähm wir brauchen also oder was heißt wir brauchen es wäre super praktisch wenn das hoffentlich klappen würde ne deswegen es hängt auch immer stark von der Funktion ab aber wenn ich schon sehe Cosinus ne das wird irgendwas zwischen 0 und 1 sein und dann mit Drittel und Sechstel also irgendwie sieht man das alles schon ein bisschen kleiner 1 aus ne auch hier ähm wenn ich Werte zwischen minus 1 und 1 einsetze also mein Gefühl sagt irgendwie kriegen wir das schon hin ja also das ist natürlich noch keine Mathematik die ich hier gerade gemacht habe es ist einfach nur mein Gefühl ne ähm und deswegen legen wir los und bestimmen die erste Ableitung in dem Sinn aber die erste Ableitung von so einer vektoriellen Funktion ist dann eben die Jacobi Matrix ja und die Jacobi Matrix hm was ist denn ich mit der wie verstimmten die sich ähm das war doch so dass wir einfach von jeder Funktion hier ne also das ist quasi die erste Teilfunktion und das ist die zweite Teilfunktion und wir bestimmen jetzt den Gradienten von jeder dieser Teilfunktionen und schreiben die Gradienten aber nicht als Spalten sondern als Zeilen auf ja also wir müssen quasi also schreibt euch das immer noch irgendwie zusätzlich dahin oder guckt euch nochmal mein Video an zu Jacobi Matrix ähm ihr müsst jetzt von diesen von dieser Teilfunktion hier oben die erste Ableitung nach nach x1 bilden partielle Ableitung nach x1 ist 0 und die partielle Ableitung nach x2 gut da wird die ein Sechstel wegfallen aus Cosinus wird ein Sinus oder ein Minussinus ne und die Drittel die wird beim Ableiten stehen bleiben ne Konstanten durch die wir multiplizieren oder mit denen wir teilen ja teilen dividieren bleiben stehen Konstanten die dran plus minus gerechnet werden fallen weg und jetzt ist gleich noch mit der zweiten Teilfunktion seht ihr wir haben den Gradienten als Zeile aufgeschrieben ich mach das Minus ein bisschen schöner hier damit ihr das gut lesen könnt und jetzt noch die untere Funktion nach x1 ableiten und nach x2 gut nach x2 da sehe ich sofort kommt ja nicht drin vor ist eine 0 aber wenn wir sie nach x1 ableiten ähm dann haben wir hier so eine Wurzel stehen ach wie machen wir denn das ich würde gerne die Nebenrechnung kurz anschreiben aber dann auch gleich wieder wegwischen ich schreibe es mal noch hier drunter also wenn wir diesen Term jetzt nach x1 ableiten entweder wisst ihr sofort wie man jetzt eine Wurzel ableitet mit 1 durch 2 mal Wurzel und so oder ihr nehmt nochmal den naja umständlich wie sie das nicht nennen aber den ausführlichen Weg ne zum Beispiel ein Zehntel könnt ihr vorne hinschreiben falls euch die verwirrt ähm ihr könntet sagen ihr schreibt die zweite Wurzel um zu einer hoch ein Halb ne zweite Wurzel hoch ein Halb dritte Wurzel hoch ein Drittel vierte Wurzel hoch ein Viertel und so weiter und wenn ihr jetzt diesen Term ableitet einfach nach Kettenregel dann kommt die ein Halb nach vorne haben wir hier ein Zwanzigstel ähm genau der gesamte also die gesamte Klammer bleibt so stehen und dem Exponenten rechnen wir minus 1 ne so leitet man eben ab ne Exponenten nach vorne und dann minus 1 gerechnet aber da hier drinnen mehr steht als nur x1 brauchen wir noch die innere Ableitung mal 2x1 ne Konstante plus 4 fällt weg ähm x1 Quadrat abgeleitet ist 2x1 so jetzt könnte man das ganze natürlich noch umschreiben ich würde schön finden wenn ihr wieder dieses Minus zu einem Bruch umformt und die hoch ein Halb zu einer Wurzel äh weil ich es gerade schöner finde aber an sich ist es auch vollkommen egal ah schaut mal hier 22 kürzt sich weg zu einer 10 also haben wir im Endeffekt 10 oben das x1 und dann das Minus sagt dass der nach unten in den Nenner kommt also dieses x1 Quadrat plus 4 hoch ein Halb ne also Wurzel daraus kommt nach unten in den Nenner ja das ist die Bedeutung von Minus das ist runterkommen ähm ja und ich würde es gerne so aufschreiben wenn es uns nicht dienlich ist formen wir es gleich wieder um ja aber nicht zu viel Erklärung zu diesen Rechenschritten ja ich glaube wir haben schon genug zu tun mit diesem Fixpunktsatz als dass wir jetzt über diese Ableitungsregel nochmal genauer reden auf jeden Fall ist das hier die Jakobi Matrix von unserer ähm Funktion die wir uns selber ausgedacht haben ja also wir haben ja wirklich wirklich diesen mutigen Schritt gemacht und sagt ja wir nehmen das und definieren das als Funktion muss man ja auch erstmal muss man erstmal machen war ja gar nicht vorgegeben so und jetzt haben wir die Jakobi Matrix gebildet weil wir wissen wenn da jetzt was äh wenn die Norm davon etwas beschränktes ist ähm beziehungsweise genau also nicht nur beschränkt sondern wenn am Ende diese äh die Norm davon kleiner wäre als 1 ne dann können wir das als L setzen als diese diese Lipschitz Konstante beziehungsweise wenn die kleiner ist dann haben wir eine Kontraktion ja genau ich darf auch selber nicht die Begriffe Kontraktion und Lipschitz Stetigkeit verwerfen miteinander ne sind schon unterschiedliche Dinge aber die hängen stark zusammen ne für die Kontraktion brauchen wir eben muss die Lipschitz Bedingung erfüllt sein mit einem L kleiner als 1 so das war korrekt und äh ja jetzt ähm haben wir hier die Maximum Norm diese Supremums Norm definiert ja und äh genau das nutzen wir ähm jetzt ist nur ein bisschen bisschen anders also bei Matrizen also es ist schon gut verträglich können wir alles machen ähm bei Matrizen ist es so dass wir jetzt ähm eine Zeilen Summen ja wir bilden Zeilen Summen also wir wir werden jetzt in Zeilen summieren ja das will ich damit sagen wenn wir diese Unendlich Norm ähm ja die Supremus Norm nutzen werden die einfach miteinander addieren ne und dann das Maximum von diesen Zeilen Summen ähm das ist dann gerade der das Skalar was als Ergebnis rauskommt also von der Jakobi Matrix ne ist die Unendlich Norm ähm ähm das Maximum aus den Zeilen Summen also das plus dem ja beziehungsweise auch mal noch mit Betrag ne also wir machen es positiv also 0 plus dem da lasse ich auch gleich mal das ähm ach naja ich schreib das Minus ruhig nochmal mit hin äh und die beiden das ist dann gerade ähm ja x1 durch 10 x1 Quadrat plus 4 na gut das Maximum auf jeden Fall davon ja und jetzt ist es auch so dass wir das ruhig weiter nach oben abschätzen können also wir können auch zu weit nach oben abschätzen ja es geht ja nicht darum dass wir jetzt nochmal eine vollständige Kurvendiskussion von diesen beiden Teilfunktionen hier bestimmen äh äh dass wir die machen äh sondern es geht darum dass wir einfach nur äh äh den Maximumwert rausfinden also ein Wert der größer ist als die hier weil äh genau und und wir wollen auch dass dieser Wert der rauskommt kleiner ist als 1 im besten Fall ne damit wir ihn dann zu unserem L setzen können genau ähm ähm ja das heißt wenn wir jetzt nicht perfekt den kleinsten Maximumwert rausfinden ist das auch vollkommen in Ordnung wir können auch schon ein bisschen übertreiben und nach oben abschätzen also da wird uns keiner böse sein hier zum Beispiel also der Sinus ne das ist ja eine beschränkte Funktion da liegt der nur zwischen minus 1 und 1 ähm der nur zwischen minus 1 und 1 das bedeutet seinen Maximalwert äh nimmt diese Funktion hier an wenn der Sinus gleich 1 ist und damit ist ähm ähm naja ich mach es mal hier hin ich schätze mal nach oben ab na ich mach es mal größer ne ähm ähm ist der Wert hier auf jeden Fall kleiner gleich 1 Drittel ja und genau den gleichen Spaß machen wir auch hier und hoffen dass das Ergebnis jetzt nicht größer ist als 1 weil wir wollen dass das ist ach so Maximum übrigens ne wir wollen ja wirklich dass äh der Maximalwert immer noch kleiner ist als 1 das ist ja gerade das große Ziel und darauf hoffen wir von Anfang an ähm ähm ansonsten müssten wir uns was anderes überlegen was mir auch grad nicht einfällt also ich hoffe auch dass es funktioniert aber sieht ziemlich gut aus weil ähm guck mal hier wenn man nämlich ähm also was mich grad ein bisschen stört ist diese plus 4 wenn die weg wäre ne könnte ich ja Wurzel ziehen und dann x1 durch x1 teilen und tatsächlich geht das weil wir wollen ja größer machen ne wir wollen ja nach oben abschätzen und wenn ich die plus 4 weglassen würde im Nenner ne dann würde der Nenner ja kleiner werden ne wenn ich eine positive Zahl unten weglasse wird der Nenner kleiner werden und wenn der Nenner kleiner wird ich also durch eine kleinere Zahl teile dann wird der gesamte Term größer also wenn ich jetzt einfach nur die plus 4 weglasse dann wird das ganze wirklich größer und dann habe ich hier x1 Quadrat mit Wurzel also nur noch x1 ja Betrag machen wir sowieso schon x1 durch x1 kürzt sich und über bleibt noch 1 Zehntel alles klar ne also ich sag damit jetzt nicht unbedingt das ähm wahrscheinlich wird dieser Wert niemals wird der jemals 1 Zehntel erreichen ähm eine gute Frage ne wenn wir jetzt x1 unendlich schicken äh könnte man mal testen ne aber auf jeden Fall will ich sagen dass der Wert definitiv kleiner gleich also 1 Zehntel ist auf jeden Fall größer ne und um mehr ging es uns ja gar nicht wir wollten nur eine Abschätzung wissen ja denn jetzt können wir nämlich sagen was ist äh größer naja ein Drittel ist größer ne auch wenn die 10 verführerisch klingt ist übrigens eine ganz witzige Geschichte wenn euch das interessiert auf jeden Fall haben wir rausbekommen ähm das ist die unendlich Norm von unserer äh Jakobi Matrix auf jeden Fall kleiner sein muss als 1 Drittel und damit haben wir es geschafft wenn wir jetzt diesen Wert hier zu unserem L setzen ne dann ist nämlich genau die Theorie die wir vorhin besprochen haben ich hoffe alle die jetzt äh neu eingestiegen sind gerade während der Rechnung die sind jetzt nicht verwundert ja schaut sich gerne nochmal her nochmal an ähm wir setzen das ganze Ding zu unserem L ja und haben damit definitiv äh eine Kontraktion ne wir haben jetzt quasi diese diese Eigenschaft erfüllt wir haben eine Selbstabbildung und damit haben wir eine Kontraktion das ist einfach der Name für so eine für so eine Abbildung mit der Eigenschaft und da wir jetzt eine Kontraktion haben uns auf einem metrischen Raum befinden ne das wird ja durch diese Norm induziert und einen und das ist ganz wichtig ähm so ein abgeschlossenes Intervall haben ja da diese Bedingungen erfüllt sind wissen wir jetzt laut dem Banachschen Fixpunktsatz dass diese Funktion ja dass die einen Fixpunkt äh einen eindeutigen Fixpunkt besitzen muss so jetzt würde ich gerne unten schreiben ich mach mal ich mach jetzt mal hier oben weiter ja daraus folgt äh äh besitzt ähm ähm eindeutigen Fixpunkt ja aber wie gesagt nur aufgrund all dieser Eigenschaften aufgrund von dem hier check aufgrund von dem hier check und da wir uns jetzt diese Kontraktion überlegt haben und nachgewiesen haben ja es funktioniert also wirklich eine Kontraktion dritte Sache check ja äh f besitzt einen besitzt eindeutigen Fixpunkt nach dem Banachschen Fixpunktsatz so und das bedeutet äh äh dass wir einen Punkt haben x1 x2 ähm ja x1 x2 der eingesetzt genau das was hier steht erfüllt also im Grunde haben wir dieses Gleichungssystem einfach nur als einen als eine Kontraktion umdefiniert ja und da jetzt die Funktion so einen eindeutigen Fixpunkt besitzt also quasi dass dieses System eine eindeutige Lösung besitzt haben die Aufgabe tatsächlich erfüllt wow also so ein bisschen äh von hinten durch die Brust ins Auge oder so sagt man das nicht so aber tatsächlich ähm ist das die Erklärung für die Aufgabe also ihr seht heute etwas theorielastiger ja ähm ich schau mal was ihr dazu sagt äh würde man bei der euklidischen Norm auch die Zeilensummen-Norm bilden? gute Frage nein ich denke nicht ähm ähm Moment Zeilensummen-Norm bedeutet ja äh äh unendlich Norm was machen wir bei der euklidischen Norm? Gute Frage was wäre eine euklidische Norm? äh gute Frage wie ist denn das? Eine Matrix-Norm? mit p gleich 2 was ist denn das? Ich weiß es gerade nicht also müssten wir mal kurz schauen würde ich jetzt auch kurz nochmal im Internet nachschauen ja oder in meinem Buch nachschauen ähm ist dann auf jeden Fall anders definiert ne? mit der unendlichen Norm, die war jetzt vorgegeben und wir waren das die sind doch alle äquivalent zueinander kann man da immer die unendliche Norm nehmen? auch eine gute Frage ne? vielleicht kann es noch jemand anderes beantworten ich verstehe nicht ganz ist es immer direkt eine Selbstabbildung wenn die LK kleiner als 1 ist weil bei uns werden Selbstabbildungen und Kontraktion getrennt voneinander gezeigt genau es ist ein Unterschied ja ähm genau achso genau was wir im Grunde noch gar nicht gezeigt haben was ich äh gesagt habe eigentlich das ähm steckt da mit drin äh dass es eine Selbstabbildung ist also ne also jede Kontraktion ist eine Selbstabbildung aber nicht jede Selbstabbildung ist eine Kontraktion ja also die die Kontraktion selber erfordert dass wir so eine Selbstabbildung haben aber ist das auch wirklich der Fall? das habe ich gar nicht nachgewiesen sondern einfach behauptet gute Frage ja hätte man das noch beweisen müssen? hm ist wirklich eine gute Frage hätte man das beweisen müssen? würden wir ähm denn aus dem Raum rausführen? also meine Empfindung hat schon gesagt nein denn äh wenn wir Cosinus also der Cosinus nimmt eh nur Werte zwischen 0 und 1 an vielleicht ist das gerade schon in Worten die Erklärung dafür der Cosinus nimmt nur Werte zwischen 0 und 1 an wenn ich rechne durch ein Drittel plus ein Sechstel ähm wird das Ganze ähm nicht daraus hinausführen also ähm wenn wir hier Werte zwischen 0 und 1 einsetzen zwischen minus 1 und 1 einsetzen kommen auch hier Werte zwischen minus 1 und 1 raus und hier ist aber genau das gleiche Prinzip ne wenn wir hier Werte zwischen minus 1 und 1 einsetzen ja dann haben wir hier ähm im schlimmsten Fall eine 1, 5 Wurzel 5 Wurzel 5 durch 10 könnte man kürzen 1 durch 2 mal Wurzel 5 minus 1,5 ähm führt auch nicht aus diesem Raum heraus also im Grunde habe ich kurz den Wort nochmal erklärt warum wir wenn wir Werte zwischen minus 1 und 1 einsetzen auch wieder Werte zwischen minus 1 und 1 rausbekommen also tatsächlich haut das hin äh du hast aber recht eventuell müsste man das nochmal gesondert aufschreiben äh würde ich jetzt gerne drauf verzichten auch aus Zeitgründen aber so wie ich es gerade erklärt habe ne ähm versucht eine Abschätzung einfach zu machen könnt ihr einfach aufschreiben umstellen also wenn wir da Werte zwischen minus 1 einsetzen bleiben da Werte zwischen kommen da wieder Werte zwischen minus 1 und 1 raus also tatsächlich eine Selbstabbildung äh äh ich will immer zuerst zeigen dass es eine Selbstabbildung ist so wie wir das in den Übungen gemacht haben okay okay merke ich mir vielleicht für das nächste Mal ja dann machen wir das so ja weil wenn es nur mit der Jakobi Matrix und N auch N geht dann könnte man sich ja einen Schritt sparen genau ja vielleicht sollte das sollte man das wirklich nochmal nochmal ordentlich aufschreiben da habt ihr recht so Moment viele viele Kommentare äh Kommentare es ist hier auch relativ einfach Kursinn das ist immer zu genau das war ja das was wir gerade gesagt haben ne also im Grunde habe ich es gerade eigentlich nur mal kurz erklärt was was man hätte vielleicht äh noch aufschreiben müssen ist äh ja wie kommt man nochmal auf die Supremumsnorm äh die ist vorgegeben ähm die Norm war vorgegeben in der Aufgabenstellung und die Supremumsnorm bei Matrizen ist eben so definiert das ist die Zeihensummnorm ähm kannst du nochmal genau genau haha wie würde man es in einem normalen Funktion machen also einem normalen Polynom beispielsweise achso dann wird es natürlich noch einfacher werden ähm bei einem normalen Polynom ja wenn es zum Beispiel wenn f jetzt nicht mehrere Komponenten hat sondern nur eindimensional ist dann genau wenn die Funktion selber nur aus einer Teilfunktion besteht also nur eine Funktion ist ne dann würde man den Gradienten nehmen einfach ne dann könnte man die unendlich Norm vom Gradienten nehmen ne also quasi man man nimmt immer quasi dieses Grundprinzip hier wenn man nur eine Variable hat und nur eine Funktion hier ne dann ist es quasi die erste Ableitung wenn man eine Funktion hat und zwei Variablen ist der Gradient und wenn man mehrere Variablen und mehrere Funktionen hat dann können wir über die Jacobi Matrix gehen so da haben wir alle Fälle quasi dadurch abgearbeitet ja gute Frage okay Wurzel aus maximalen Eigenwerten oder Spektral ne so ja muss man immer für alle x1 beziehungsweise beweisen in der Klausur okay ja muss man beweisen okay so ähm dann würde ich sagen lass uns lass uns weitermachen ja aber genau super dass ihr dazu Fragen stellt und dass wir darüber reden ja ähm ist nämlich ein ja schon etwas aufwändigeres Ding ne also Bannachstall Fixpunktsatz nochmal alle Voraussetzungen braucht einen vollständigen metrischen Raum ähm durch die Norm wird die Metrik induziert also vollkommen in Ordnung sogar schön hier Bannachraum übrigens nachvollständigen Metaumas Bannachraum ist äh mehr als wir eigentlich brauchen nehmen aber dankend an äh eine abgeschlossene Menge und wir brauchen eine Kontraktion genau und für die Kontraktion war es äh äh nicht nur wichtig dass hier dieser Wert kleiner gleich 1 also kleiner als 1 ist was wir gezeigt haben sondern auch dass es eine Selbstabbildung ist was ich nicht gezeigt habe aber jetzt in Worten nochmal erklärt habe ja und ich hoffe ähm also damit haben wir auf jeden Fall alle Puzzleteile zusammen und ich hoffe das ist für euch in Ordnung und wir können weitermachen mit der zweiten Teilfrage ja ja dann würde ich sagen weiter geht's jetzt gibt es in der Teilaufgabe B ich wisch das hier mal weg jetzt gibt es in der Teilaufgabe B eine Frage die bezieht sich auf diese Fixpunkt Iteration selbst ähm jetzt steht hier nämlich Aufgabe B ja schaut euch das mal gut an achso übrigens ähm ich will das nochmal vermerken dass wir aus Aufgabe A rausbekommen haben L gleich ein Drittel ne das war unser großes unsere große Errungenschaft ja also ja es gibt da eine eindeutige Lösung mit diesem zum Beispiel mit diesem L so und jetzt Aufgabe B äh da haben wir einen Punkt gegeben 0 0 und äh die Frage ist wie viele Iterationen sind ausreichend um eine Genauigkeit von also wie viele Iterationen sind ausreichend gesucht ist also ein n ja so dass eine Genauigkeit also ein Epsilon von 1 durch 4 mal 3 hoch 4 erreicht wird okay ähm das ist schon eine komische Zahl ja hätte man auch ausschreiben können ich weiß nicht ähm es ist wie es ist ne äh um diese Genauigkeit zu garantieren also wie viele Iterationsschritte müssten wir machen und dann jetzt kommen wir endlich mal zu dem Punkt ich habe noch gar nicht erklärt was diese diese Fixpunkt Iteration hier eigentlich macht ja und zwar ähm ist die Grundidee dass man dass man jetzt mit einem Wert startet ja mit irgendeinem Wert aus dem Intervall also sowohl x1 als auch x2 sollen aus dem Intervall sein und mit diesem Wert den setzt man jetzt hier ein für x1 und x2 und bekommt neue x1 und x2 raus und diese neuen Werte kann man dann wieder einsetzen und wieder und wieder und wieder also man setzt immer wieder diese Werte hier neu ein das ist übrigens genau wie beim Newton Verfahren auch oder beim Heron Verfahren ja man setzt immer wieder die gleichen Werte ein und nähert sich dann tatsächlich der Lösung und dass man sich der Lösung nähert das war gerade die Theorie die wir in Aufgabe A besprochen haben ja es wird sich irgendwann der richtigen Lösung nähern ja und zwar einer eindeutigen Lösung und äh das bedeutet wir müssten das theoretisch nur nur oft genug machen um jede beliebige Genauigkeit zu erreichen also egal wie wir das Epsilon wählen egal wie klein wir das wählen es wird ein n geben ab dem wir dann nah genug bei der Lösung sind und wir sollen das jetzt sagen nach wie vielen Schritten haben wir denn diese Genauigkeit erreicht also nach wie vielen Schritten ist ähm diese Iteration ähm ja von der von der Lösung ja weniger als eben dieses Epsilon entfernt ja Moment wie würde ich vorgehen ja im Grunde im Grunde ist die Idee genau das Gleiche was wir hier auch machen ja ähm die Idee ist jetzt einfach nur dass wir naja es gibt da jetzt quasi so eine verschiedene Abschätzungen ja man nennt es zum Beispiel eine eine Möglichkeit wäre eine a priori Abschätzung ja die werdet ihr auch bewiesen haben ähm es gibt noch andere Abschätzungen ja die alle zusammenhängen aber das ist die die wir hier beispielsweise nutzen können weil wir müssen es nur irgendwie hinbekommen dass wir das Epsilon und das n in Verbindung bringen ja das ist unser ganzes Ziel ähm so jetzt habe ich mir das äh gebe ich zu kann ich mir nicht merken oder ist äh nicht dass ich es so oft benutze dass ich es im Kopf habe darum gucke ich es gerade ab ja diese a priori Abschätzung hat folgende Gestalt ich mache es mal mit d für Distance bei uns ist es ja gerade die unendlich Norm also es könnten auch andere Abstandsbegriffe andere Normen sein ähm ähm genau und da haben wir nämlich den enden Iterationsschritt hier fangen wir an bei dem 0. Schritt dann kommt der erste wenn wir es einsetzen kommt der erste dann der zweite der dritte und so weiter und so fort und der Abstand zu diesem Fixpunkt zu dieser ich nenne es mal optimalen Lösung zu der eindeutigen Lösung und der ist kleiner gleich ähm und da kommt unser L wieder ins Spiel L hoch N also diese Kontraktionskonstante heißt sie so äh 1 minus L na L ist ja sowieso kleiner 1 bleibt positiv ähm mal dem Abstand und das ist nämlich das Interessante dass man einfach nur den ersten und den äh nullten Punkt nimmt ne also es gibt noch andere Möglichkeiten auch den Abstand zwischen dem n plus ersten und xn ja äh dass man die alle mit einbezieht ähm ich werde es auch ohne Beweis machen den kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen ja ähm das ist eine Abschätzung die gilt ja die ist richtig wenn alle Bedingungen erfüllt waren und das einzige was wir tun müssen ist einfach nur zeigen dass der Abstand äh von also wie viele Schritte brauchen wir um eine Genauigkeit von Epsilon zu erreichen also dass der Wert hier äh dass wir eben unterhalb von dieser Genauigkeit kommen das heißt wir müssen einfach nur diese Ungleichung die hier steht ja nach Epsilon umstellen und da kommt ja das n drinnen vor das einzige was wir also brauchen ist den Abstand die Distance von x1 und x0 und äh ja wir nehmen als Abstandsbegriff einfach die die Maximumnorm so weit so gut ja also x0 haben wir gegeben ist 0,0 das einzige was wir brauchen ist x1 und haben wir gerade gesagt um auf den nächsten x-Wert zu kommen setzen wir einfach diesen Punkt hier ein ja kommen wir auf x1 würden wir x1 jetzt nochmals hier einsetzen kommen wir auf x2 und x3 und x4 allgemein bis xn könnte man natürlich so lange durchziehen bis man die Genauigkeit erreicht hat oder man rechnet es einfach gleich aus aufgrund dieser a priori Abschätzung ähm das heißt wenn wir jetzt äh 0,0 also wir haben hier den wie machen wir das was ist denn genau überhaupt was ist denn überhaupt erstmal x1 jetzt brauchen wir diese kleine Nebenrechnung äh x1 ach das ist natürlich das ist natürlich super unangenehm Moment hier ich mach mal mit Vektor drüber ne vielleicht ist das hat euch auch schon gestört hier ne also x1 ist nicht die Komponente x1 sondern der x1 Vektor ne ist wenn man den x0 Vektor hier einsetzt und wenn man jetzt x0 hier einsetzt dann hat man wenn wir hier eine 0 einsetzen haben wir hier eine 1 Drittel und 1 Drittel plus 1 Sechstel ich schreib es mal so auf damit man es später noch nachvollziehen kann äh ist eine Zahl und wenn man hier eine 0 einsetzt dann haben wir 0 plus 4 ist äh 4 die Wurzel bleibt 2 2 durch 10 dann sind wir bei 1 Fünftel fassen wir es gleich noch zusammen 1 Fünftel minus 1 Halb genau also seht ihr das wir haben einfach nur diesen vorgegebenen Punkt eingesetzt und kommen damit auf den nächsten Punkt auf x1 und jetzt 1 Drittel plus 1 Sechstel sind wir bei mal 2 ne Quatsch doch mal 2 sind wir bei ähm 3 Sechstel also 1 Halb und hier unten sind wir wenn wir das auf Zehntel erweitern sind wir bei 2 Fünftel minus äh Quatsch 2 Zehntel minus äh 5 Zehntel ok alles klar ne ich guck mal kurz ob ihr noch was dazu geschrieben habt auf jeden Fall äh brauchen wir für diese Abschätzung jetzt den Punkt x0 und x1 ne und bestimmen jetzt den Abstand mit Hilfe von der vorgegebenen Norm und dann können wir einfach unseren beispielsweise L gleich 1 Drittel einsetzen und das Ganze nach N umstellen und so haben wir eine mögliche Abschätzung ja es ist nicht die absolute Wahrheit was auch ein bisschen solche Aufgaben schwierig macht sondern man muss einfach verstehen was dahinter steckt ja äh genau wir sollen irgendeine Abschätzung finden und wenn die gerade nicht perfekt ist na dann ist es eben so ne aber wir haben zumindest äh einen schlimmen Fall äh also den schlimmsten Fall damit abgedeckt ja vielleicht brauchen wir weniger Schritte wer weiß müsste man mal theoretisch mal testen so und ich sehe gerade ihr seid alle hochmotiviert guckt was ja jetzt passiert ja mh ja genau also wie gesagt merkt euch diese Abschätzung ne die ist einfach super wichtig weil sie euch angibt äh ja weil man direkt dann nach nach dem N umstellen kann also ihr könnt direkt aus dem Nullten und dem Ersten also direkt aus zwei Werten und den Ersten kriegt ihr direkt durch Einsetzen raus also direkt damit könnt ihr dann schon so ne Abschätzung treffen was halt unglaublich genial ist also merkt euch die unbedingt äh ich hatte sie jetzt auch nicht aus dem Kopf drauf ja wusste auch immer nicht ja wo steht immer das L genau wie war das aber wie gesagt ich hoffe ihr könnt mir verzeihen so jetzt brauchen wir noch den die Distance ne Abstand von x1 und x0 also von mh ja also von hier x1 x0 und das bedeutet einfach nur dass wir die jetzt voneinander abziehen und dann die Maximumnorm darauf anwenden und wenn wir sie voneinander abziehen naja der Punkt minus dem Punkt okay das minus dem ähm ich könnte es auch nochmal aufschreiben mal merkt euch das minus dem würde jetzt hier stehen ne und wenn man die zusammengefasst hat was ja dann dieser Vektor hier bleibt dann werden wir noch die Maximumnorm berechnen und das ist genau wie wir es gerade besprochen haben das ist einfach das das Maximum ja äh aus den Zeilen summen gut aber in der Zeile steht immer nur ein Wert also quasi nur das Maximum der einzelnen Werte und immer naja Betrag okay das macht hier gerade wenig Sinn bei der 1,5 aber auch hier bei der ähm gut macht auch hier wenig Sinn ne also das wird nicht besser die 1,5 ist trotz tatsächlich noch größer ja ähm ja Zeilensummen-Normen gilt eben bei Vektoren dann genauso das sind dann einfach nur in Zeilensummen naja die Einträge selbst so und das Maximum ich meine das sind ungefähr 0,3 das sind 0,3 das sind 0,5 das Maximum ist dann gerade 1,5 ok und jetzt nutzen wir genau nein man muss nach N auflösen ganz genau und das tun wir jetzt auch ja sehr gut ähm genau ähm klar warte ich mal ein bisschen dauern versuche jetzt na 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 genau ich meine dass wir nur eine berechnen äh ahja ihr diskutiert schon fleißig ne eine da nur x1,x2 gebraucht wird so ist es ganz genau das ist das Schöne an dieser a priori Abschätzung wir brauchen nur eine ganz genau und wir setzen jetzt diesen Wert ein ne für L setzen wir ein Drittel ein und jetzt ganz genau PP hat schon geschrieben wir stellen das ganze jetzt nach N um ja das ist unser großes Ziel ich mach mal wieder hier oben weiter aus Platzgründen ja und dann haben wir ähm für L hatten wir schon mal ein Drittel das passt hoch N durch 1 minus ein Drittel ne mal der Distance von x0 und x1 ist ein Halb und das ganze soll kleiner gleich wisst ihr was ich mach es mal allgemein Epsilon wir können ja immer noch 1 durch 4 mal 3 hoch 4 einsetzen so wenn wir das jetzt ausrechnen dann haben wir hier unten zwei Drittel stehen äh geteilt durch zwei Drittel ist wie mal 3 halbe durch zwei Drittel ist wie mal 3 halbe mal 1 halb so dann können wir hier noch zusammenfassen naja also im Endeffekt können wir sind wir hier bei drei Viertel ja guck mal und jetzt können wir jetzt zum Beispiel rechnen mal mal vier Drittel wir könnten Logarithmus nehmen wir könnten dann äh umstellen äh äh jetzt ist es nur witzigerweise so also können wir machen ja das wäre natürlich äh äh so würde ich es allgemein machen nach N umstellen also hier den rüberbringen den Logarithmus und dann ähm durch den Logarithmus von 1 Drittel teilen aber guckt mal her kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor wir haben doch hier eine 4 und wir haben doch eine 3 wir können die dreien sogar zusammenfassen also das ist irgendwie gerade eine ziemlich ähm besondere Aufgabe scheint mir weil normalerweise würde ich es nach N umstellen speziell hier würde ich es gerade nicht machen einfach weil ich gerade erkenne dass deswegen haben die das in dieser seltsamen Form vorgegeben damit wir jetzt äh nicht mehr so viel Arbeit haben guck mal was wir machen können laut Potenzgesetz die das N hier drüber ziehen so 1 hoch N und 3 hoch N und dann könnten wir nämlich ja hier nehme ich einmal eine 3 also die 3 hier könnten wir wegkürzen wir könnten dann nämlich sagen 1 durch 3 hoch N minus 1 mal 4 naja und dann ja genau seht ihr das ein bisschen Seiten vertauscht aber wie groß muss das N mindestens sein damit wir so eine Genauigkeit erreichen N muss mindestens gleich 5 sein wenn es eine 5 ist dann sind wir genau auf dem Wert und wenn N noch größer ist na dann wird ja der der Nenner noch größer der gesamte Term wird also noch kleiner das heißt dann ist die Aussage ebenfalls erfüllt also daraus folgt dass das N mindestens gleich 5 sein muss okay das heißt wir haben uns das ist auch ein Indiz dafür dass man mit dieser Abschätzung wahrscheinlich rechnen sollte und das war eigentlich ziemlich nett gemeint auch wenn es gemein aussah genau ansonsten würde ich sagen stellt es nach N um ja dann könnt ihr ja verschiedene Epsilons irgendwann einsetzen ja das ist es also ab mindestens 5 Iterationen würde mich tatsächlich mal interessieren ob es nicht vielleicht auch schon vorher passiert vielleicht schon nach 4 Iterationen dann müssen wir einfach mal austesten keine Ahnung war jetzt nicht die Aufgabe aber ich denke wir haben nach wow fast schon eine Stunde für eine Aufgabe gebraucht aber ich denke das war wichtig öfter wurde schon nach dem Banachschen Fixpunktsatz gefragt und das war der Theorieaufwendigste Teil mit denke ich so mal gucken was ihr jetzt noch dazu sagt ähm Minus P halbe plus minus Wurzel aus P halbe ins Quadrat minus Q ja PQ Fummel man kann für L fast immer ein Halb nehmen das passt mehr oder weniger immer ja es passt mehr oder weniger immer ähm ja wir haben es vorher nachgewiesen mit der 1 Drittel das war eigentlich ganz gut ja nehmen wir den Wert sicher sicher was ist x0 und x1 bisschen verwirrt gute Frage also ich habe auch extra Pfeile drüber gemacht ne das hier ist ja quasi die Funktion gewesen ne ich habe das mal ja wie habe ich das gemacht ich hatte vorhin noch so hier geschrieben ne f von x1 x2 und jetzt ähm jetzt gilt bei so einer Fixpunkt Iteration das wollte ich ja eigentlich ursprünglich anschreiben jetzt gilt das ähm ähm wenn man einen Punkt ja irgendeinen beliebigen Punkt xn also zum Beispiel 0 0 ne wenn man den jetzt einsetzt dann kommt also wenn man diesen Punkt in die Funktion einsetzt dann kommt der nachfolgende Punkt raus ja so ist diese Fixpunkt Iteration gedacht und wenn man das jetzt iterativ wiederholt und endlich lang oder ja genau wenn man das und endlich lange weitermachen würde dieses Spiel immer wieder einen Punkt den man hat hier einsetzt äh und diesen neuen Punkt dann wieder einsetzt und wieder und wieder und wieder dann wird man sich äh immer mehr diesen Fixpunkt annähern wir kennen die Lösung gerade nicht ne wir können ja uns den Spaß mal machen und nach ein paar Iterationen ja lass uns mal 5 Iterationen machen dann wissen wir dass wir bei so einer unglaublich krassen Genauigkeit schon sind ne ähm ja aber wie gesagt alle Voraussetzungen dass wir einen vollständigen metrischen Raum hatten und eine abgeschlossene Menge ne und eine Kontraktion also Kontraktion das muss sich eben zusammenziehen ähm das ist übrigens wenn ihr das kennt man auch aus der äh weiß ich nicht wer Wirtschaft ein bisschen Ahnung hat mit Angebot und Nachfrage ja wenn man das eben als ein wiederholtes Spiel betrachtet Angebot und Nachfrage dann wird sich das auch wird immer ein Punkt zum nächsten gehen dann wird sich das quasi so zusammenziehen seht ihr das es wird sich zusammenziehen ja immer der Nachfrager reagiert auf den Anbieter und so weiter und so fort und dann wird sich der Preis und die Menge werden sich dann quasi einpendeln bis auf ein Gleichgewicht so die Theorie und nichts anderes machen wir hier das ist auch so eine Fixpunkt Iteration ja man setzt auch wieder einen Wert den man raus hat in der Periode in die nächste ein und dann wieder die nächste in die nächste in die nächste und hier machen wir nichts anderes ja das ist die Idee genau warum x0 und x1 das sind eben vorgegebene Punkte wir mussten mit einem starten das war eine Aufgabe gegeben und äh wie gesagt man braucht nur den nächsten Schritt und das ist halt das Witzige nur den Anfangspunkt also irgendeinen Anfangspunkt und einen darauf folgenden ja also indem man den Anfangspunkt einmal einsetzt du kannst auch einen anderen Punkt aus äh diesem Intervall nehmen nur in der Klausur war grad 0,0 vorgegeben ja genau und das coole an der Abschätzung ist nimm nur den Startpunkt einen weiteren und dann kannst du mit Hilfe von dem L direkt eine Abschätzung treffen für die Anzahl der Schritte und in Abhängigkeit von der Genauigkeit natürlich ja so äh ah genau habt ihr ja schon gut erklärt das ist sehr schön äh so theoretisch kannst du jeden Punkt kleine eins werden genau ohne Nachweis ja also wenn man sagt ein Halb klappt so gut wie immer ich bin wie gesagt lass uns nicht hier zu sehr über mögliche andere Abweichungen reden wir hatten ja in Aufgabe A raus gleich ein Drittel damit haben wir eine Kontraktion nehmen wir den ja gut genau ja gut ich merke schon viele Fachkundige hier das freut mich lass uns darüber reden das ist wichtig seid aber erstmal soweit zufrieden ja dann würde ich nämlich sagen nach einer Stunde Aufgabe 1 können wir jetzt mal zu der nächsten Teilaufgabe übergehen äh die gehen jetzt alle etwas zügiger ne da kommt da zwar auch Theorie drinnen vor aber ist nicht mehr ähm naja ist äh überschaubarer sagen wir mal ich hoffe mit dieser Fixpunkt Iteration ähm war das war das einleuchtend also ich habe das ja am Anfang mit dem Eindimensionalen gezeigt ne äh ich habe das auch gar nicht mit dem Mehrdimensionalen hingeschrieben äh ich denke mir wenn ihr das im Eindimensionalen versteht versteht das auch im Hördimensionalen es ist alles recht intuitiv dann ja ist nicht bei allen Themen der Mathematik so ja dass der Übergang zu höheren Dimensionen genauso intuitiv bleibt hier ist es aber so und deswegen habe ich es auch nur so erklärt ähm ja genau eine einzelne eine reelle Funktion eine skalare Funktion mit einer Variable nehmt ihr die erste Ableitung bei mehreren Variablen in den Gradienten und wenn es eine vektorwertige Funktion ist nehmt ihr einfach die Jacobi-Matrix das war der ganze Witz na gut ähm dann machen wir weiter mit der Aufgabe 2 und die ist richtig schön das ist endlich mal wieder wo man mit super wenig Aufwand maximal viele Punkte abgreifen kann wenn man weiß wie es geht aber wahrscheinlich wisst ihr das gegeben ist jetzt eine Funktion mit folgender Abbildungsvorschrift es werden die Werte xy abgebildet da macht man immer diesen Mapsto-File hier ja mit so einem Strich davor ja das ist ein Unterschied ne hier kein Strich hier schon ja hier werden Mengen abgebildet hier heißt es die Elementweise Abbildung und zwar abgebildet auf x² plus 3xy plus y² äh minus 4 so diese Schreibweise habe ich extra übernommen weil es so in der Klausur drin stand man kennt es aber wahrscheinlich eher als f von xy ist gleich dem hier hinten ne also man könnte jetzt ich mache es mal mit einer anderen Farbe weil das so in der Aufgabe nicht stand aber ihr müsst wissen dass das einfach genau der Hintergrund ist ne also das hier ist f von xy ne ähm nur wen diese Schreibweise mit diesen Pfeilen hier etwas verwirrt ne ist genau das gleiche nur ein Elementweiser Ahason Gohan hallo mein Lieber vielen Dank du hast ein 2 Stunden organische Chemie haha ja geil genau lass uns noch ein bisschen Mathe machen vorher zum runterkommen so ist richtig freut mich viel Erfolg mein Lieber so ähm wir haben jetzt hier diese Funktion ne und wir haben eine wieder so eine Menge D ich finde immer ganz witzig D wie Definitionsbereich ne aber im Grunde ist es einfach nur die Urbildmenge also alle Werte die man jetzt für xy einsetzt und die Menge aller Werte die man für xy einsetzt die soll laut Aufgabenstellung gegeben sein durch also erstmal grundlegend alles reelle Zahlen ja aber es gibt eine kleine Einschränkung und zwar müssen die beiden sich so arrangieren dass sie diese Nebenbedingungen erfüllen und ich hoffe es kommt euch allen bekannt vor ja also alle die jetzt demnächst Prüfungen schreiben das hier ist eine Kreisgleichung also das ist wirklich mit absolute Grundlage das muss man sich auswendig einprägen ist eine Kreisgleichung x² plus y² mit Minus dazwischen wäre es eine Hyperbel das hatten wir auch im Livestream letzte Woche mit Plus ist es eine ist ein Kreis und das hier hinten ist immer der Radius zum Quadrat also das ist ein bisschen gemein ja weil jetzt plötzlich der Radius ist Wurzel 8 schöner wäre natürlich eine 9 oder eine 4 dass man schon die Wurzel ziehen kann aber ja muss man sich merken also alle Punkte liegen auf einem Kreis mit Radius Wurzel 8 auf einem hauchdünnen Kreis Ring bei einem kleiner Zeichen kleiner gleich heißt es wir sind innerhalb und ist gleich bedeutet wir sind auf dem hauchdünnen Kreis Ring so und jetzt kommt die Aufgabe ja gute Frage was machen wir hier lernt man das im Studium ja wir lernen das im Studium eventuell sehr wenig auch in der Oberstufe aber tendenziell im Studium die Aufgabe beweisen Sie beweisen Sie dass folgende Funktion ein Minimum annimmt und bestimmen Sie die lokalen und globalen Minimalstellen und zugehörigen Funktionswerte von der Funktion auf dieser Menge also wir sollen beweisen dass diese Funktion ein Minimum besitzt und wir sollen bestimmen ob es sich um lokale beziehungsweise globale Minimalstellen handelt alles klar ist doch kein Problem ja also habt ihr denn eine grundlegende Idee habt ihr da vielleicht so ein prägendes Wort einen kleinen Stichpunkt oder einen der Name eines ganz berühmten Satzes der uns hier weiterhelfen kann und warum ja tatsächlich ist das hier eine sehr einfache Aufgabe man muss quasi ein ein knackiges Wort muss man aber liefern ich gebe euch einen kleinen Tipp während ihr noch kurz schreibt diese Menge D die ist kompakt diese Menge ist ich schreibe es hin D ist kompakt vielleicht wisst ihr schon worauf ich hinaus möchte und kompakt bedeutet die ist abgeschlossen und sie ist beschränkt so was denkt ihr worauf möchte ich hinaus was kann uns denn eine abgeschlossene und beschränkte Menge also eine kompakte Menge helfen hier eine Aussage über Minimal und Maximal zu treffen ja Lagrange das wird gleich die Rechnung sein genau und Satz von Weierstrass genau das wollte ich hören oder Satz von Minimum und Maximum genau sehr gut wenn f kompakt ist dann besitzt die Funktion ein Minimum und Maximum Vorsicht wenn f stetig genau ich sag es nochmal kurz aber ihr habt eigentlich alle Informationen schon zusammengetragen genau Satz von Minimum und Maximum oder Satz von Weierstrass so habe ich ihn kennengelernt eine stetige Funktion nimmt auf einer kompakten Menge stets ihr globales Minimum und ihr globales Maximum an also wir brauchen eine stetige Funktion das ist sie, ist ein Polynom, ist immer stetig eventuell müsste man das hinschreiben also ihr habt ja vorhin auch gesagt man müsste jeden Schritt argumentieren also schreibt jetzt Stichpunkt hin Funktion ist stetig, weil Polynom und die Menge muss kompakt sein, die wir betrachten kompakt bedeutet abgeschlossen und beschränkt und wenn das so ist, wenn wir eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge haben dann nimmt diese Funktion dort ihr globales Minimum und ihr globales Maximum an jetzt könnte man sich fragen, aber wenn ich die Menge verlasse dann könnte ich doch Werte finden, die größer und kleiner sind ja, aber nur auf dieser Menge betrachtet wenn man sagt, es gibt nur diese Funktionswerte auf der Menge davon gibt es dann natürlich globale Minima und Maxima das kann man sich vielleicht auch gut vorstellen eventuell müsste man das noch zeigen oder zumindest argumentieren ich glaube, sobald man das nicht nur hinschreibt, ist es ja auch in Ordnung die Beschränktheit, die folgt zum Beispiel ziemlich einfach daraus man könnte jetzt umstellen, ja, also rein theoretisch könnte man umstellen Moment, achso genau, ihr wisst ihr was, ich mache es auch gleich ich will ja nicht zu viel Zeit verlieren bei dieser kleinen Theoriesache also man könnte das quasi jetzt umstellen nach den beiden Variablen und dann zeigen, dass das quasi, äh ja, das ist quasi, also können wir zeigen, dass die auf jeden Fall dann beschränkt sind denn, guck mal, wir befinden uns ja im Reellen, ja wir gehen ja nicht ins Komplexe, das heißt, wir müssen darauf achten dass die Diskriminante, also der Term unter der Wurzel, positiv bleibt und positiv bleibt ja, wenn wir hier für x oder y, also für beide nur Werte zwischen Minuswurzel 8 und Pluswurzel 8 einsetzen, ja denn sobald wir Werte, die kleiner oder größer sind würden wir ja hier eine negative Zahl unter der Wurzel haben und das wäre in Ordnung, aber nicht im Reellen im Reellen sollte das erfüllt sein und seht ihr das, ähm, das ist natürlich also diese Grenzen werden in den meisten Fällen nicht komplett ausgeschöpft, ne außer wenn der eine jetzt 0 ist, dann wird der andere den Rand erreichen aber es werden nicht beide Wurzel 8 oder Minuswurzel 8 erreichen, ne das ist ja quasi ein, ist ja ein Quadrat genau, das ist ja ein Quadrat, was um diesen Kreis drum herum gespannt ist so könnte man das ja sehen genau, das ist übrigens der kleine, der kleine Nachweis, den wir hier gemacht haben wir haben hier so einen Kreis, ne, mit Radius Wurzel 8 was wir jetzt aber getan haben ist, äh, wir haben hier ein Quadrat drum herum gespannt, ja ja, Werte das? und gesagt, ähm, dass das x und das y auf jeden Fall innerhalb des Quadrates sein müssen und wenn die innerhalb des Quadrates sein müssen, ja ähm, ähm, genau, also das ist ja schon ein, ist ja ein beschränkter Bereich und wenn sie innerhalb des Kreises sind, dann sind sie auch innerhalb des Quadrates und damit ist das Ganze erfüllt, also im Grunde habe ich nur mit, mit Formeln nochmal aufgeschrieben dass, wenn wir innerhalb des Kreises sind, dann sind wir auch innerhalb des Quadrates und innerhalb des Quadrates heißt, äh, wir haben hier eine beschränkte Menge warum mache ich gestrichelt? Ich weiß nicht ich meinte eigentlich hier durchgängig, ne, der Rand selber gehört dazu was aber nicht so schlimm ist, ähm, es geht jetzt, also, die Abgeschlossenheit darüber reden wir gleich nochmal bei dem anderen Punkt aber die Beschränktheit heißt eben, ne, wenn es hier drinnen liegt, liegt es auch da drinnen das ist, äh, die Argumentation dafür, ne, könnte man eventuell nochmal einen kleinen Satz hinschreiben das ist dann, müsst ihr eben nochmal nachfragen, also ich, äh, das wisst ihr dann besser, glaube ich ja, aber von der Mathematik her sollte das hier in Ordnung sein und die Abgeschlossenheit, ja, ähm, das bedeutet einfach also ihr könnt euch merken im R2 zum Beispiel, ne, äh, heißt es ganz einfach abgeschlossen, wenn der Rand dazugehört, ja, es ist natürlich nicht die große Definition für Abgeschlossenheit Abgeschlossen bedeutet, dass ein Punkt, der außerhalb liegt, ne, also ein Punkt, der außerhalb liegt um den herum, also außerhalb von dem Kreis, ne, jetzt nicht von dem Quadrat und, ähm, um so einen Punkt, der außerhalb liegt gibt es eine Umgebung, die vollständig auch außerhalb bleibt, ja, und wenn das für alle Punkte gilt, wenn, wenn es um jeden Punkt, der außerhalb des Kreises liegt, ne, eine Umgebung gibt, die vollständig draußen liegt, ne, ich kann auch richtig nah rangehen finde ich halt eine ziemlich kleine Umgebung, ja, aber immer liegt die Umgebung vollständig außerhalb dieses Kreises und, ähm, deswegen ist diese Menge abgeschlossen ja, man könnte das auch anders argumentieren und zwar, äh, also, wenn alle Randpunkte dazugehören ist eben, äh, eine vereinfachte Version hier, ne, ist aber genauso gültig und zwar Randpunkte sind alle die, die auf dem Kreisring liegen und ein Punkt ist genau dann Randpunkt, wenn es in jeder noch so kleinen Umgebung um diesen Punkt Werte gibt, die innerhalb der Menge liegen also innerhalb der Menge heißt auf dem Kreisring drauf, na, wenn ich jetzt so mache, seht ihr das dann gibt es da Punkte, die auf dem Kreisring drauf liegen und es gibt ganz viele Punkte, die nicht auf dem Kreisring drauf liegen na, das heißt, all diese Punkte hier, das sind Randpunkte alle, die durch dieses Ist-Gleichzeichen, äh, beschrieben werden und wenn ich sage, kleiner bin ich innerhalb und größer bin ich außerhalb und dann kann ich wirklich zeigen, dass für ein kleiner und ein größer jeweils das hier gilt äh, dass es, das ist, ähm, äh, Punkte sind, die draußen liegen weil für jeden, für jeden Punkt hier drinnen und hier draußen gibt es eine Umgebung ja genau, ich könnte auch exemplarisch mal hier an einen reinmalen für jeden Punkt gibt es eine Umgebung sodass die Umgebung vollständig, äh, nicht in der Menge enthalten ist also nicht diesen Kreisring schneidet, ne, und das gilt eben für oh, muss konsistent bleiben, genau konsistent bleibt hier mal ein schwarzes X äh, ja, das gilt eben für alle Punkte also abgeschlossen ist es genau aus diesem Grund ich würde das einfach als Satz aufschreiben ich weiß nicht, ob ihr da eine Rechnung durchgeführt habt ähm, meines Wissens nach oder zumindest, ähm, ich hatte ja damals im Mathe-Studium immer ähm, da gab es eine mündliche Prüfung und dann konnte man das, hat man das dann argumentiert und dann war dann klar, okay, Definitionen, Sätze, alles verstanden ja, ähm, das ist in Ordnung äh, deswegen hätte ich das jetzt einfach gesagt als Begründung könnte man jetzt noch einen Satz hinschreiben äh, weil jeder Punkt, genau, weil der Rand dazu gehört schreibe ich jetzt einfach, ne weil der Rand äh, dazu gehört das ist jetzt nicht sehr mathematisch das ist einfach für euch ähm, damit ihr nochmal versteht was wir hier gerade argumentiert haben ja, genau der Rand gehört vollständig dazu und sobald wir uns etwas von dem Rand entfernen also rein oder raus gehen dann haben wir nur noch äußere Punkte also um jeden anderen Punkt, der nicht drauf liegt äh, existiert eine Umgebung die vollständig nicht zur Menge dazu gehört und zu jedem Punkt der Menge also zu, weil jeder Punkt ist ja Randpunkt oder weil der Rand dazugehört vielleicht nochmal jeder Punkt ist Randpunkt ja um den Standpunkt noch ein bisschen klarer zu machen äh, jeder Punkt ist Randpunkt äh, das bedeutet egal um welchen das könntet ihr zum Beispiel auch hinschreiben, ne als Begründung jeder Punkt ist Randpunkt ähm, weil ja, weil äh, egal um welchen Punkt ich jetzt eine Umgebung zeichne innerhalb dieser Umgebung liegen Punkte die ebenfalls zur Menge gehören und nicht zur Menge gehören ja, und das gilt für jeden dieser Punkte weil na klar, entweder habe ich dann in der Umgebung habe ich immer etwas Punkte die ebenfalls gleich sind und auch kleiner und auch größer ja, sogar ähm, ja ja, deswegen der Rand gehört dazu abgeschlossene Menge naja so, was habt ihr denn schönes geschrieben muss man kompakt abgeschlossen nachweisen haben wir denke ich in dem Sinne getan zumindest haben wir es äh, über Argumentation äh, haben wir es argumentiert ne ist ja der Nachweis dann äh, ja das ist die Menge kompakt ist, ist klar ja genau das die auch klar ist genau manche sagen mir auch das ist einfach klar ich dachte mir nur dass der Rechenaufwand der gleich kommt so unglaublich lächerlich ist und es gab 15 Punkte für die ganze Aufgabe und die davor nur 10 Punkte also ich wollte es nur irgendwie rechtfertigen dass wir gleich mit der Aufgabe schon wieder fertig sind weil die wirklich super einfach ist ähm, darum dachte ich erklären wir kurz noch kompakt und beschränkt und ich wollte unbedingt nochmal auf innere Punkte und Randpunkte eingehen und das erklären ähm, weil das ist auch eine spannende Sache ähm, wenn eine Menge ähm ne, das bringe ich später genau also ich wollte noch nicht noch nicht zu viele Sachen auf einmal genau ähm wenn die Kreisgleichung mit kleiner formuliert wird und nicht mit kleiner gleich dann wäre sie nicht kompakt ganz genau sehr gut ja, wenn jetzt hier äh, ein kleiner Zeichen stehen würde also wie wir uns innerhalb befinden oder auch größer, ne aber kleiner ist der spannende Fall weil es ja trotzdem äh, weil es ja trotzdem beschränkt ist genau ne, das ist übrigens spannend habt ihr gehört wenn hier ein kleiner steht dann wäre die Menge zwar trotzdem beschränkt ja, würde jetzt aber gestrichelt die Linie malen sie wäre aber nicht abgeschlossen und damit wäre sie auch nicht kompakt ganz genau sehr gute Frage ja, weil ähm wenn hier wirklich ein kleiner steht und nur die inneren Punkte gemeint sind dann ist jeder Punkt innerer Punkt und innerer Punkt bedeutet dass wenn ich eine Umgebung um diesen Punkt drumrum mache dann liegt die Umgebung vollständig innerhalb des Gebietes also es gibt eine Umgebung sodass ähm der Punkt inklusive seiner Umgebung vollständig drin liegt ja und das merkt euch schon selber nur auf diesem Randpunkt da wird es kritisch weil nur da gibt es eine Umgebung die sowohl drin als auch draußen liegt also ist die einzig entscheidende Frage gehört der Rand dazu oder nicht ja also wenn man die gesamte Theorie von abgeschlossen und offen wenn man das einfach ähm wenn man das einfach mal durchdenkt ja innere Punkte äußere Punkte dann im Endeffekt geht es nur darum ob der Rand dazu gehört oder nicht ja das ist die die einzig große Frage die wir beantworten müssen und ich denke das haben wir gerade getan ich bin damit zufrieden ich hoffe ihr auch dann wäre die Menge nicht abgeschlossen ganz genau ja wenn sie nicht abgeschlossen ist ist es auch nicht kompakt müssen die nicht kompakt sein damit man Lagrange verwenden kann äh nein Moment das ist egal äh ob sie jetzt abgeschlossen äh sie muss nicht kompakt sein damit wir Lagrange benutzen können ja ähm es ist nur so wenn sie kompakt ist dann können wir am Ende mit dem mit dem Satz von Weierstraß dem Satz von Minimum und Maximum argumentieren warum die Lösungen globale Lösungen sein müssen ja das ist es ansonsten wenn ihr das nicht hättet wenn ihr zum Beispiel eine nicht ihr könntet auch eine nicht beschränkte Menge haben ähm das ist Gleichzeichen ist schon wichtig für Lagrange habt ihr recht aber eine nicht beschränkte Menge kann es trotzdem sein in dem Fall könntet ihr dann mit der gerenderten Hessematrix arbeiten oder dem ähm äh genau vielleicht mit der normalen Hessematrix ähm manchmal liefert ihr auch Aussagen außer bei Indefiniteit hat nichts mit Sattelpunkt dann zu tun äh danach die gerenderte Hessematrix und wenn auch das scheitert dann könnt ihr über den Tangentialraum gehen aber zu allem habe ich auch noch Videos wenn euch das interessiert ähm hier ging es aber um die Theorie um den Satz von Weyerstraß ne darum dass es eine kompakte Menge ist ähm na klar war ich in der mündlichen bei uns gab es nur mündliche Prüfungen am Anfang alle Mathemodule waren mündlich ähm gut ich glaube bis auf die allerersten lineare Algebra 1,2 Analysis 1,2 aber ansonsten alles mündliche Prüfungen na klar da muss man die ganze Theorie dann drauf haben naja welche Klausur ist das äh wird genau sehr gut Topologie ist doof ja müssen wir leider durch ähm ich finde auch gut dass wir es dadurch wenigstens ein bisschen ansprechen ja und ein bisschen darüber reden kannst du meine Aufgabe zum Satz über implizite Funktion machen haben wir schon im letzten Livestream guck's dir gerne nochmal an nachher kommt aber zumindest die naja Jakobi Matrix also das ist nur angelehnt an das Thema aber äh wir haben es in einem anderen Livestream schon gemacht letzte Woche so und jetzt will ich die Aufgabe endlich mit euch lösen also wir haben eine kompakte Menge das haben wir jetzt gerade ausgiebig argumentiert hier unten beschränkt halt sogar explizit nachgewiesen mit der Abgeschlossenheit ja ich wollte jetzt nicht in die Definition reingehen ne ich wollte einfach nur sagen was bedeutet das eigentlich und ich denke das ist klar geworden ja eventuell reicht das sogar man muss es ja wirklich nur argumentieren da bin ich mir ziemlich sicher ähm und jetzt kommt die Rechnung und ich überlege ob ich die einfach hier hin mache denn das sollte ausreichen denn ihr habt jetzt schon selber geschrieben wir könnten diese Extrema mit Lagrange rausbekommen einfach aufgrund des ist Gleichzeichen ne unter Gleichungsnebenbedingungen und um jetzt Lagrange Verfahren abzukürzen ist meine Empfehlung wie immer das habe ich schon in den letzten Livestreams auch gemacht die Determinanten Methode genau ist nichts was ich mir selber ausgedacht habe leider nicht ja das könnt ihr auch in Büchern nachlesen ähm es ist eine Sache die sollte jedem bekannt sein viele Dozenten kennen es aber leider nicht oder ich weiß nicht warum sie sich nicht nutzen wollen also könnt ihr mal nachfragen und die besagt und da könnt ihr auch mal drüber nachdenken ich habe in meinem Video zu Lagrange Remake habe ich nämlich genau darüber geredet warum das ähm einfach nur die Abkürzung von dem Lagrange Verfahren ist wenn die Lagrange Funktion aufstellt die partiellen Ableitungen nach den Variablen bildet und dann das Lambda mit dem Additions Verfahren eliminiert ja also all diese Schritte all die sind in einer Zeile abgearbeitet und das ist immer so plus dass hier noch versteckte Lösungen drin stecken ja die oft bei Lagrange Verfahren vergessen werden also wir würden gar nicht merken dass wir gerade die versteckten Lösungen berechnet haben wir tun es einfach und zwar brauchen wir die partiellen Ableitungen also quasi den Gradienten unserer Zielfunktion und den Gradienten unserer Nebenbedingung ja müssten wir vielleicht noch dazu schreiben dass ähm diese Menge D wenn wir die nach 0 umgestellt haben diese Nebenbedingung G ist eben bei ein paar Stifte aufladen also das hier ist wenn wir es umstellen äh die Funktion G ja ich ziehe jetzt zum Beispiel die 8 auf die andere Seite ihr könntet aber auch x² y² drüber ziehen das ist vollkommen egal Hauptsache sie ist gleich 0 denn wenn wir der Lagrange Funktion äh das schreibt man ja plus Lambda mal G ne das G muss 0 sein man kann aber klar man kann auch minus Lambda G schreiben also man kann auch das Vorzeichen von Lambda ändern das spielt keine Rolle ist nur wenn man das noch interpretieren möchte das Ergebnis ähm Unterschied aber ja das ist es und die Determinanten Methode sagt äh bilde einfach diese ähm diese Gradienten na bilde die Determinante setz sie 0 denn genau das ist das gleiche als ob man mit dem Additionsverfahren die Lambda es eliminiert aus diesen partiellen Ableitungen der Lagrange Funktion es ist genau das gleiche guckt euch mein Video dazu an ja ähm da habe ich es nochmal im Detail erklärt jetzt wollen wir es einfach anwenden wenn wir unsere Funktion nach x ableiten haben wir 2x plus 3y ja alle anderen Summanden mit keinem x fallen weg wenn wir es partiell nach y ableiten fasst das gleiche Spiel 3x plus 2y und jetzt noch unsere Nebenbedingungen nach x und y ableiten wenn wir die nach x ableiten haben wir 2x nach y haben wir 2y und jetzt brauchen wir nur noch die Determinante bilden und 0 setzen also einfach über Kreuz multiplizieren das mit dem minus das mit dem und dann mache ich jetzt mal aus Platzgründen äh werde ich gleich ausmultiplizieren also das mit dem bedeutet ähm äh 4xy plus 6y² seht ihr das ne das mit dem ist der und das mit dem ist der minus dem Produkt der Gegendiagonale und auch hier müssen wir jetzt multipliziere ich gleich aus also das mit dem sind wir bei 6x² und das mit dem sind wir bei äh minus 4xy ne das Minus wir ziehen hier ab bezieht sich dann eben auf beide Summanden und diese Determinante soll wie gesagt 0 sein damit wir kritische Punkte haben guckt mal hier was für ein Zufall die kürzen sich raus und überbleibt wenn wir den rüberziehen geteilt durch 6 haben wir y² gleich x² ok cool haben wir doch schon mal einen funktionalen Zusammenhang und das ist quasi der große Schlüssel um die Aufgabe zu lösen mal gucken was ihr sagt und dann schließen wir die Aufgabe ab äh weiß einer welchen das freut mich wow auf 1,7 starke Leistung achso ja ihr habt recht Satz von Weyerstraße das mache ich danach die Begründung ich wollte nur am Anfang schon mal klären warum es so wichtig war dass die Menge kompakt ist aber ja ich schreibe das gleich da drunter noch sehr gut ähm genau eventuell ruckelt gerade das Bild ein bisschen mir hat auch schon angezeigt dass heute irgendwie die Leitung ganz schön belastet ist ich hoffe ihr hört die Stimme trotzdem ordentlich und äh ja genau am Ende könnt ihr es wahrscheinlich nochmal ruckelfrei anschauen wäre die Determinantmethode denn zulässig wenn in der Aufgabe steht lösen die mit Hilfe von Lagrange ja denn wir benutzen hier das ist Lagrange das ist nichts anderes das ist Lagrange ja also das weiß nicht warum man auf die Idee kommt dass das nicht Lagrange wäre äh es ist nur so dass man eben drei Schritte zusammenfasst zu einem Schritt ja trotzdem bleibt es Lagrange daher kommt es ja also es ist nicht so dass man sich überlegt hat ach es wäre ja cool wenn man es mal auf eine andere Weise lösen könnte sondern man guckt sich einfach verrechnet mal 100 Lagrange Aufgaben durch da werdet ihr immer sehen dass man über Kreuz multipliziert ne ihr werdet immer sehen dass man dann sowas hat wie fx plus Lambda mal gx gleich 0 ja und fy plus Lambda g y gleich 0 und dann seht ihr um das Lambda zu eliminieren mit dem Additionsverfahren wird über Kreuz multipliziert das mit dem minus das mit dem ja auf die Weise werden die Lambdas nämlich und dann zieht man sie voneinander ab ja also dadurch fallen die Lambdas weg und wir haben diese Gleichung über jetzt könnte man auf die Idee kommen aber darf ich denn mit Funktionen multiplizieren so wie mit x und mit y ja das darf man speziell hier machen weil auch der Gradient der Nebenbedingungen mögliche kritische Punkte beinhaltet das sind diese versteckten Lösungen und die kommen hier automatisch mit drin vor also das was eigentlich gerade zu einem Fehler führt weil man sich Lösungen dazu denkt genau das sind hier die versteckten Lösungen sollten sie dazu kommen wer die nicht macht sollte und kriegt einen Punkt Abzug einfach ne und darum meine ich nur dass diese Determinantmethode das ist Lagrange ja nur nur eben drei Schritte mit einmal ähm ja ob ihr die Punkte bekommt müsst ihr nachfragen ja ich kann euch erklären wie es funktioniert ich kann euch auch die Theorie dahinter erklären ich kann euch das beweisen dass es richtig funktioniert und wenn der Professor möchte dass ihr in Spiegelschrift schreibt ja und dann keine Punkte dann ist das dann müsst ihr das mit dem abklären ja aber mathematisch ist das sauber ich kann euch auch gerne ein Buch empfehlen soll ich das Buch raussuchen sagt ruhig wenn ich das Buch raussuchen soll ja Peter Vorland Gellrechenbuch 2 Seite könnte ich gleich nochmal nachgucken wenn ihr wollt so genau also machen wir weiter könntest du eine Aufgabe zu dualen Abbildungen machen wir machen erstmal hier unsere Klausur hätte man eine Frage sollten ähm funktioniert die Methode mit 3x3 ja sie funktioniert also sie funktioniert perfekt ja laut Buch funktioniert sie immer dann wenn wir wenn wir eine Nebenbedingung weniger haben als wir Variablen haben bei drei Variablen und zwei Gleichungsnebenbedingungen auch perfekt jetzt ist natürlich das Problem bei drei Variablen und einer Gleichungsnebenbedingung dazu habe ich auch mal ein Video gemacht da gibt es einen eleganten Trick dass man sich dann Zeilen streicht ist aber dann schon wieder ein bisschen aufwendiger ne und dann gibt es noch diesen Spezialfall mit einer quadratischen Funktion auf einer Sphäre ist auch so ist eine quadratische Funktion auf einer Sphäre also der der Oberfläche einer also Sphäre in dem Sinne ist der Umfang eines Kreises ist im Dreidimensionalen die Oberfläche der Kugel ja und im Dreidimensionalen macht es einfach super viel Sinn wenn man eine quadratische Funktion und eine Sphäre hat äh dass man dann mit den Eigenwerten und Eigenvektoren arbeitet ähm von der quadratischen Form also guckt euch gerne das Video von mir an äh die Extrema einer oder Lagrange-Verfahren bei Lagrange-Verfahren bei quadratischen Funktionen auf einer Sphäre oder so ähnlich habe ich das genannt und dann sind die die Eigenwerte sind gleich der Lagrange-Multiplikator und die Lösungen die Eigenvektoren ja äh hier habe ich es eben mit der Determinant-Methode gemacht weil es zweidimensional ist und sich das gerade so schnell anbietet aber gut lasst uns gleich mal weitermachen ja ähm jetzt müssen wir nämlich lediglich das hier diesen Zusammenhang in die Nebenbedingungen einsetzen so und dann haben wir nämlich wenn wir für y² dann x² einsetzen haben wir x² plus x² minus 8 gleich 0 ja und jetzt können wir umstellen dann haben wir nämlich hier 2x² naja lange Rede kurzer Sinn wir haben hier zwei Lösungen raus ja plus minus 2 und der y² gleich x² gilt also wenn wir jetzt hier noch die Wurzel gezogen hätten ja Vorsicht Wurzel ziehen heißt nicht y gleich x y gleich x ist ein Teil der Lösung aber es gibt auch y gleich minus x also wir haben quasi hier Betrag y gleich Betrag x das bedeutet dass wir jetzt nicht nur die Werte y gleich plus minus 2 rausbekommen sondern auch y gleich minus plus 2 jetzt klingt das komisch gemeint ist damit einfach dass wir jetzt vier Lösungen haben wir haben nicht nur plus plus minus minus sondern auch jede Mischform plus minus minus plus ich schreibe das mal hier drunter und dann nochmal die Argumentation warum wir eigentlich fertig sind so x gleich 2y gleich 2 dann x gleich 2y gleich minus 2 ja mal ruhig mit Kommata dann minus 2 und 2 und wir haben noch minus 2 und minus 2 damit haben wir vier kritische Punkte raus vier Lösungen von unserer Extremwertaufgabe ähm ja genau so ist das oh geil Mario vielen Dank das freut mich sehr ja guckt euch wie gesagt an mein Video zum Lagrange Verfahren Remake ich habe es ja noch neu gemacht und da habe ich nämlich das nochmal genauer erklärt oder von mir aus das Video zur Determinant Methode also ich habe das nochmal ausführlich erklärt wie gesagt Lagrange gemacht hier ne das alles erklärt auch mit den versteckten Lösungen ja ich habe da sogar ein Beispiel dabei wo es eigentlich keine Lösung gibt wenn man auf dem regulären Weg rechnet man müsste ja jetzt immer diesen Zusatz machen der Gradient der Nebenbedingungen wenn der zusätzlich die Nebenbedingungen auch erfüllt äh wenn der Gradient der Nebenbedingungen verschwindet und dieser Punkt die Nebenbedingungen erfüllt ist das auch ein kritischer Punkt auch wenn man ihn auf dem regulären Weg nicht rausbekommt wenn man korrekt rechnet deswegen so na gut Leute dann möchte ich noch kurz das war auch eine kleine Anmerkung können wir noch hinschreiben dass es hier um den Satz von Weierstraße geht ja können wir machen ich würde nur gerne noch weil es war die ursprüngliche Frage beweisen Sie dass die Funktion ein Minimum hat und bestimmen Sie die lokalen und globalen äh und zugehörigen Funktionswerte ah wir sollen also das quasi nochmal in die Funktion einsetzen und dann wird der kleinste von allen ne der kleinste wird das globale Minimum sein der größte wird das globale Maximum sein denn wie gesagt wir haben eine kompakte Menge alle Extremer die wir hier finden ja also alle die es gibt das sind ja alle die es gibt ne da müssen die globalen Extremer einfach dabei sein das sagt der Satz von Weierstraße und das schreibe ich am Ende nochmal hin wenn ich die Funktionswerte ausgerechnet habe mit euch x und y beide 2 dann haben wir 4 hier die hauen sich weg und äh 4 mal 3 ist nochmal bei 12 12 plus 4 ist nochmal bei 16 ich mach's mal jetzt hier aus Platzgründen f von P1 gleich 16 ne weil ähm also f von 2 2 ne so und jetzt seh ich gerade äh wenn wir Minus 2 Minus 2 haben das ist ja genauso weil Minus Minus das cancelt sich ja weg wird ja auch zu einem Plus einem positiven Ergebnis und wenn nur 1 von beiden negativ ist dann wird das hier aber negativ also haben wir dann quasi äh immer die 4 hauen sich raus und dann haben wir Minus 12 ähm plus 4 also Minus 8 das heißt wir haben bei den beiden hier f von P2 und f von P3 was hab ich gerade gesagt Minus 8 war das richtig ähm 2 sind 4 mal 3 sind 12 Minus 12 plus 4 Minus 8 ganz genau und damit haben wir es raus wir haben äh zwei Werte also die nehmen den größten Wert an überhaupt ne also diese das sind erstmal alles lokale Extrema und der Satz von Weierstrass sagt jetzt ne und schreibt es euch kurz gern nochmal mit hin ich formuliere noch einmal aus also wer gerade mit Zettel und Stift da steht eine stetige Funktion nimmt auf einer kompakten Menge stets ihr globales Minimum und ihr globales Maximum an stetige Funktion weil Polynom kompakte Menge Argumentation steht hier deswegen müssen also deswegen gibt es globale Minima und globale Maxima und da das hier die einzigen Extrema sind die es gibt werden die globalen darunter zu finden sein der mit dem größten Funktionswert wird das globale Maximum sein globales Maximum und auch der hier ist ein globales Maximum nach globalem Maximum war aber nicht gefragt es war gefragt nach dem globalen Minimum äh und das sind die beiden ja nach den lokalen und globalen also das sind sowohl lokale als auch globale hier die beiden also das hier war wirklich gefragt ähm oder halt besser gesagt so hier ne das sind dann globale Minima und wir haben den Funktionswert angegeben und wie gesagt aufgrund von Satz und Weierstraße ist das ein safest Ding so 15 Punkte ja na klar mit der wenn man jetzt Lagrange ausführlich machen würde also wenn man wenn man quasi das hier diese eine Zeile ja noch ausführlich mit Lagrange machen also quasi Lagrange Funktion aufstellen die partiellen Ableitungen nach XY Lambda bestimmen danach die Lambdas eliminieren mit Additionsverfahren was ich immer empfehle ja dann kommt man nach so viel Rechnung auf genau die Zeile und dann würde man diesen Rechenweg weiterführen genau das ist nur eine Abkürzung sind drei Schritte in einem was ihr tun könnt wenn ihr sicher sein wollt schreibt doch eurem Dozenten einfach hin Schritt 1 Lagrange Funktion aufstellen Schritt 2 ähm Gradienten der Lagrange Funktion 0 setzen Schritt 3 Lambda eliminieren mit Addition und dann schreibt der einfach hin macht dann macht dann Sternchen hin und sagt hier das ist Sternchen das sind alle drei Schritte ok das wäre doch ein Kompromiss ähm wenn ich die Determinantenmethode an einer schwierigeren Aufgabe also Leute diese Determinantenmethode klappt immer ja das ist äh also das Einzige wo es eben wo ich es nicht empfehle wirklich die die einzige Art Aufgabe wo ich es wirklich nicht empfehle ist wenn ihr jetzt noch eine dritte Variable habt ja quadratische Funktion und hier eine Sphäre also quasi hier noch ein Z Quadrat dran ja aber es bleibt quadratisch dann guckt euch wie gesagt das Video an mit Extrema von quadratischen Funktionen auf einer Sphäre noch Lagrange Funktion Lagrange Verfahren da vorgehangen für den für den Suchtag ne und genau das wird darin beschrieben und das ist der einzige Fall wo ich sage nehmt mal doch nicht die Determinantenmethode sondern macht es mit Eigenwerten Eigenvektoren aber ansonsten probiert es aus schreibt mir gerne nochmal es funktioniert und funktioniert immer besser und einfacher ähm ist aber schon aufwendiger ganz genau so dann würde ich sagen machen wir weiter ja damit wir nicht zu viel Zeit verlieren äh wir sind nämlich schon bei anderthalb Stunden ja und ich kann auf dem letzten Mal nach 6 Stunden mal ein bisschen fertig und äh oh und Aufgabe 1.3 war übrigens auch einer der Gründe warum ich ähm diese Klausel mit euch machen wollte mir war unbedingt wichtig nochmal also viele haben auch gesagt ähm hier höhere Mathematik 3 das ist doch was aus dem Wintersemester ähm ne warum machen wir das jetzt im Sommersemester naja zum einen eben weil da so viele neue Theorie da drinne vorkam die ich mit euch bereden wollte und zum anderen wegen äh ja weil wir eben auch Themen von manchen Unis Mathe 2 abdecken also ähm nicht nur ein paar DGLs sondern eben auch ähm mehrdimensionale Integralrechnung ja das ist mir ein bisschen kurz gekommen ja in den letzten Streams und ich hätte ja fast gesagt wir machen mal nur eine Altklausur dazu aber da das doch zeitraubender und kraftraubender ist als ich dachte ähm habe ich versucht die Klausuren so zu komprimieren also so auszuwählen dass wir möglichst viele Themen mit einer Altklausur abdecken und darum war die wie gemacht dafür ja deswegen habe ich mich für die entschieden ähm ja los geht's ihr fragt euch sicher was ich daran so spannend finde also gegeben ist erstmal ein Vektorfeld das ist ähm eine Abbildung von R hoch 3 auf R hoch 3 das bedeutet ich stecke drei reelle Zahlen rein nennen wir sie XYZ ja tatsächlich so ist es könnten aber auch X1,2,3 sein und raus kommt ein Vektor mit drei Komponenten okay das ist ähm machen wir so gegeben sein würde das Vektorfeld durch äh YZ ähm Z mal E hoch X und Y Quadrat so das ist das Vektorfeld außerdem ist eine Menge gegeben eine Menge ähm M ich schreibe die mal hier oben hin wegen Platz und diese Menge ja auch wieder im dreidimensionalen Raum XYZ Element R hoch 3 ähm würde mich ja wundern wenn es was anderes wäre ja ich hoffe das habt ihr schon das stört euch alles nicht mehr ne es geht hier natürlich um XYZ heißt es nur die sind dreidimensional zählen kann ich auch dankeschön ja muss aber mathematisch sauber sein sonst könnte einer sich beschweren sagen hey das steht doch mal R auf 2 was heißt das ja also muss schon sauber definiert sein so und zwar mit der Einschränkung das macht nämlich jetzt die Menge aus äh Z Quadrat gleich 1 minus x Quadrat minus y Quadrat sehr gut also das hier ist übrigens erst mal eine eine implizit äh eine explizit gegebene Funktion wir könnten jetzt auch noch die Wurzel ziehen hätten dann scheinbar erstmal Plus Minus Ergebnis aber es steht noch da Z größer gleich 0 also wir könnten theoretisch auch die Wurzel ziehen also nach Z umstellen und hätten eine explizit gegebene Funktion ähm es geht jetzt gleich ich verrate es schon mal um ein Flussintegral ein Oberflächenintegral und bei Oberflächenintegralen hat man sehr einfach wenn eine explizit gegebene Funktion wenn wir die haben äh weil wir den normalen Vektor dann besonders einfach bestimmen können aber vielleicht kommt euch auch diese Struktur bekannt vor und wenn man sie nur leicht umstellt ähm was das geometrisch eigentlich ist gut ich habe jetzt den Vorteil ich sehe auch eine Skizze daneben da steht nämlich auch wie in der Skizze zu sehen oder sie Abbildung aber vielleicht aber ihr solltet auch so drauf kommen was das hier geometrisch ist und dass wir dann eben schon auf diesen Luxus der explizit gegebenen Funktion verzichten um naja um etwas äh anderes cooles damit zu machen so ich schreibe noch hin was jetzt gesucht ist und dann lese ich die Aufgabe mal im Gesamten vor ähm gesucht ist ein Integral und zwar das Integral über die Fläche M äh Vektorfeld DO ok wir sollen also das Vektorfeld äh über diese Fläche integrieren so Aufgabe ich lese es vor sein V das durch V gleich mh 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 gegebene oder definierte Vektorfeld und M der Mantel einer oberen Halbkugel jawohl ich lese schon Kugelkoordinaten sehr gut siehe Abbildung eigentlich hatte ich den Vorteil hier dabei sei das Normalfeld also der normalen Vektor nach außen gerichtet ok ähm reden wir auch gleich drüber berechnen sie das folgende Integral das hier es war jetzt irgendwie ohne Vektorpfeile geschrieben noch ein Malpunkt dazwischen wie so ein Skalarprodukt aber im Endeffekt ähm wenn wir ein Vektorfeld integrieren wenn das ein Vektor ist ist auch das Differential ein Vektor wenn das ein Skalar ist ja wie beispielsweise wenn ich einen Flächenträgheitsmoment oder eine Masse von einer Fläche berechnen möchte ne dann ist auch das ein Skalar aber wenn das ein Vektor ist ist das ein Vektor und damit ist es Oberflächenintegral zweiter Art ne Skalare sind erste Art Vektoriell zweiter Art so das bedeutet also dass man damit einen Fluss berechnet ne ähm das ist der Name davon ein Oberflächenintegral zweiter Art nennt man Flussintegral ein Kurvenintegral zweiter Art nennt man Arbeitsintegral ne man kann eine Arbeit berechnen damit hier mit einem Fluss berechnen der Fluss eines magnetischen Feldes durch eine Fläche weiß ich nicht sowas zum Beispiel ne da gibt es super viele coole Anwendungen oder ähm die resultierende Kraft eines Staudamms äh einer Wassermasse auf einem Staudamm ne hat man natürlich dann drei Komponenten obwohl es ist auch erste Art naja ähm man kann mit Oberflächenintegralen extrem viele coole Sachen machen wollte ich damit sagen äh ja ja ihr seid gespannt wie es weitergeht war ähm ich auch äh ja das ist gesucht wir haben ein Vektorfeld eine Menge und gesucht ist der Fluss ja merkt euch das also bitte macht das mal wirklich so ihr seht ein Oberflächenintegral zweiter Art also mit Vektoren und sagt ah ich muss einen Fluss berechnen denn wenn das klar ist dann sollte der nächste Gedanke sein ob die Fläche geschlossen ist denn wenn ihr den Fluss durch eine geschlossene Fläche berechnet dann könnt ihr mit dem Integralsatz von Gauss arbeiten und der ist nahezu immer besser ja also ich habe noch keine Aufgabe gesehen wo der Integralsatz von Gauss äh schlechter war und gut es sei denn irgendwie Voraussetzungen sind nicht erfüllt manchmal gibt es auch so eine Aufgabe wie zeige das der hier gerade unsinnig ist der Satz weil dann irgendwie das Vektorfeld in einem Punkt der Fläche nicht differenzierbar ist ja äh solche Spielereien habe ich auch als Videos gemacht aber das ist nicht der Regelfall normalerweise ist es immer so dass mit dem Integralsatz von Gauss die Arbeit vielleicht erleichtert wird so und wenn ihr jetzt den Fluss durch eine geschlossene Fläche berechnet dann hat Gauss rausgefunden ist es gleich die der Nettofluss durch den eingeschlossenen Körper ne hab ich das letzte Mal auch mit dem Schwamm erklärt ne wenn da Wasser drauf kippt das was reingeht minus dem was rauskommt dann muss wohl noch durch den Körper durch den Schwamm durchfließen ja ähm Problem ist nur dass wir hier keine also nicht gute Frage haben wir eine geschlossene Fläche darüber könnten wir auch nochmal reden ähm denn wenn wir eine geschlossene Fläche hätten könnten wir den Fluss mit dem Integralsatz von Gauss berechnen das heißt dass wir nicht mehr über die Oberfläche dieser Halbkugel integrieren sondern über diese eingeschlossene diesen eingeschlossenen Körper das Volumen diese Gesamt den Körper äh Halbkugel ne so ich will es mal aufzumalen xyz ne so und wir haben jetzt hier eine obere Halbkugel so was naja so ungefähr äh ja und wenn wir jetzt haben äh äh das hier diese Halbkugel dann heißt hier dieses ist Gleichzeichen dass wir uns wieder auf dem hauchdünnen Rand befinden so wie mit dem Kreis vorhin und erst wenn wir dort ein kleiner Gleich hätten ja dann würden wir uns innerhalb befinden so und ich stelle das mal um weil ich finde das irgendwie äh angenehmer wenn wir die das Ganze in diese Kugel Gleichung bringen ja also x² y² da drüber und wie gesagt z größer gleich 0 das heißt dass wir uns eben nur bei der oberen Halbkugel befinden so und das heißt auch dass wir ähm dann eventuell mit diesen Kugelkoordinaten arbeiten können die ihr schon genannt habt ne ähm und jetzt möchte ich mit euch diesen Fluss gemeinsam berechnen ja meine Idee ist wie gesagt über den Integralsatz von Gauss zu gehen wir haben nur ein Problem das hier ist keine geschlossene Fläche wir haben die die Oberfläche ja von dieser Halbkugel ja also alles hier so außerhalb aber wir haben nicht das was innen liegt also wir haben dieser Boden der fehlt uns wir haben also müsst ihr euch vorstellen wie ich hab jetzt auch nichts passendes dabei ähm naja wie gesagt wie so ein wie so ein Ball den man nur abmachen kann na aber innen drin ist nichts das heißt uns fehlt quasi der gesamte Boden damit das Ganze abgeschlossen ist und geschlossen wäre die Fläche wenn ja genau 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 also es wäre nämlich geschlossen wenn wir na obwohl auch nicht also wenn wir z kleiner gleich stehen würde oder größer also dann würden wir das gesamte Volumen da drin haben ne aber trotzdem fehlt uns ja ähm genau also man könnte theoretisch wenn das die gesamte Kugel wäre ne wenn das hier nicht wäre ne dann wäre das eine geschlossene Oberfläche das wäre ziemlich entspannt also was wir tun könnten wir könnten entweder das hier ignorieren und dann einfach die untere Halbkugel abziehen aber gut die untere zu berechnen anstatt der oberen macht nicht so viel Mehrwert würde ich sagen ne gleicher Aufwand was wir tun können ist äh wir denken uns einfach diese Grundfläche dazu ja äh damit es ein abgeschlossener Körper ist ähm also was ich jetzt tun möchte ist ich möchte den den Fluss durch diesen abgeschlossenen Körper berechnen also indem ich die Grundfläche dazu nehme und ich nenne es jetzt einfach mal H für Halbkugel ähm oder den Rand der Halbkugel möchte ich das nennen ja ich nenne es äh Del H H ist die Halbkugel dieses gesamte Volumen und das Del steht für den Rand ihr werdet ja gleich sehen das hat massive Vorteile dass ich das so schreibe ähm das heißt ich nehme jetzt die Grundfläche dazu bei diesem Del H ähm genau aber wenn ich das tue ja wenn ich jetzt diesen Rand dazu nehme dann habe ich ja quasi die Grundfläche einmal zu viel gezählt also ich habe jetzt dadurch den Fluss durch äh durch diese Oberfläche und den Fluss durch die Grundfläche wenn ich jetzt also den Fluss durch die Grundfläche wieder abziehe ja dann sollte doch alles passen also ich nehme quasi den Fluss durch diesen gesamten geschlossenen äh durch diese geschlossene Oberfläche und ziehe dann noch den Fluss von der den Fluss durch die Grundfläche ab und habe damit wieder den Fluss durch diese rote äh Mantelfläche hier ja und das dürft ihr machen der Vorteil ist dadurch dass ich jetzt mir die Grundfläche dazu denke und danach wieder abziehe ne ist ja nichts falsch dazu rechnen und wieder abziehen ist okay äh dadurch habe ich jetzt eine geschlossene Fläche und kann damit den Integralsatz von Gauss verwenden und kann ähm und kann mir diesen gesamten Mist hier kann ich mir auch einfach ersparen indem ich äh indem ich die Quelldichte innerhalb des Körpers also die Divergenz dieses Vektorfeldes integriere über die gesamte äh das gesamte Volumen des Körpers und dann muss ich lediglich nur noch diese Grundfläche hier einmal wieder abziehen aber die Grundfläche ist ein Kreis und keine Kugel mehr das heißt da kann ich auch wunderschön mit Polarkoordinaten wieder arbeiten ja also versucht euch bei einem Fluss erstmal zu fragen guckt mal nach ist meine Fläche geschlossen und wenn nicht kann ich sie vielleicht schließen indem ich mir noch eine Fläche dazu denke und sie danach wieder abziehe das ist in Ordnung ja ähm genau also Gauss mit Boden Fluss durch Boden ja 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 genau genau also wir machen quasi richtig wir nehmen das gesamte Ding mit also quasi hier steckt hier drin das ist ja quasi Plusgrundfläche Minusgrundfläche ne und dadurch dass ich Plus und Minusgrundfläche habe hebt es ja wieder auf aber ich nehme diese Grundfläche die ich dazu nehme die ich nenne das Ganze auf einmal H für Halbkugel ist jetzt ein bisschen blöd M ist der Mantel äh H ist irgendwie die gesamte Halbkugel ne und das D steht jetzt nur für den hauchdünnen Rand ah vielleicht wäre das cool wenn ich wirklich das mal noch irgendwo hinschreibe also der Rand ist quasi nichts anderes wie die Mantelfläche vereinigt mit der Grundfläche ja damit ich ähm für alle die jetzt noch Fragen haben wo das herkommt das ist es wenn ich die Mantelfläche und die Grundfläche zusammen nehme wenn ich sie vereinige dann habe ich den Rand der gesamten Halbkugel ne inklusive Boden ist ja drin ja und das ist das Grundprinzip ähm wie würde man es machen wenn man sich nicht den Boden erst dazu denken würde gute Frage wir können auch einfach brutals drauf losrechnen ja wir können auch direkt den Fluss durch die Halbkugel berechnen wenn ihr wollt ist auch kein Problem dauert nur wesentlich länger ne ähm und darauf möchte ich verzichten denn versucht wirklich Zeit zu sparen es geht um einen Fluss und wenn die Fläche geschlossen ist oder sie schließen könnt ja könnt ihr mit Gauss arbeiten wir werden um Kugelkoordinaten trotzdem nicht drum herum kommen es ist nur so dass ich sowas von gar keine Lust habe in dieses Vektorfeld hier Kugelkoordinaten einzusetzen lieber berechne ich die Divergenz das sehe ich doch jetzt schon fällt doch weg fällt weg und Moment Hör mal 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 Ja noch werdet ihr gleich sehen also macht es nicht auf dem direkten Weg nein ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen dass es hier genauso gewollt ähm so und das werden wir jetzt tun der Integralsatz von Gauss der besagt nämlich Hör mal hier das ist Rechnung 1 das hier ist Rechnung 2 so der Integralsatz von Gauss ach so übrigens was ich auch nicht so mag ist dass hier nur ein Integral steht ja hier steht DO das heißt dieses Flächenelement was ja automatisch bedeutet dass wir ein Doppelintegral haben jetzt steht hier aber nur ein einfaches Integral ähm das ist in Ordnung ja ich mag es nicht ich finde ihr dürft euch das selber dazu ergänzen noch das zweite Integral es ist ja so es steht ja da oder es ist ja da es steht nur nicht da so also DO heißt Flächenelement und darum haben wir ein Doppelintegral und das mag ich deswegen weil einfach sofort klar ist okay ich habe hier etwas Zweidimensionales wenn ich parametrisiere dann brauche ich zwei Variablen und auch meine Parametrisierung braucht zwei ähm Variablen also R und Phi zum Beispiel ne und die brauchen genau zweimal äh Grenzen für die Integrale so was ich aber auch noch daran mag ist ähm dass ich jetzt zum Beispiel so ein uh das hätte ich auch machen können bei einem Integral ne ich kann so ein Kringel reinmalen das heißt dass das Objekt um das es geht geschlossen ist das kennt ihr vielleicht von geschlossenen Kurven ne ein Kreis ist eine geschlossene Kurve aber auch eine Fläche kann geschlossen sein so wie unsere Halbkugel hier wenn die abgeschlossen ist dann macht nämlich auch diese Anmerkung mit dem normalen Feld das nach außen gerichtet sein soll macht das Sinn ne denn wenn man einen Integralsatz von Gauss benutzt dann nennt man sich immer den normalen Vektor der senkrecht auf ähm so ja gut der normale Vektor steht immer senkrecht drauf auf der Fläche aber wir nehmen den der nach außen zeigt ne das ist so eine allgemeine Konvention und wenn die Fläche offen ist dann macht es dann gibt es kein innen und außen viele sagen dann äh innen und außen ist ein auf der konvexen auf der konkamen Seite aber streng genommen gibt es kein innen und außen wenn die Fläche nicht geschlossen ist es gibt nur dann ein innen und außen wenn sie geschlossen ist auch hier wenn man auf dem Boden jetzt einen normalen Vektor macht dann zeigt der nicht in den Körper rein sondern immer vom Körper weg ja so auf jeden Fall das wollte ich noch kurz sagen das ist halt super wichtig diese ihr müsst den Kringel auch nicht machen aber er ist für euch gut einfach für euch selber um zu sagen ja ich weiß diese Fläche ist geschlossen und das deute ich jetzt an und im nächsten Zug mache ich den Integralsatz von Gauss ja das hier ihr sollt einen Fluss durch eine geschlossene Fläche berechnen das ist ganz klassisch wann man Gauss benutzt oder wann ich empfehle Gauss zu benutzen ja und Gauss sagt jetzt dass der Fluss durch diese durch diese geschlossene Oberfläche einfach die aufsummierte Quelldichte also wenn ihr quasi die Divergenz die Quelldichte ja die aufsummierte Quelldichte innerhalb des Körpers berechnet genau das ist wie mit einem Schwamm wie gesagt wenn ihr was draufkippt das was das was der Nettofluss also das was reingeht minus dem was rausgeht ist das was drin ist nichts anderes machen wir hier das ist hat sich Gauss eben genauso überlegt genau und ob jetzt noch Vorzeichen geändert werden irgendwo da gucken wir gleich mal erstmal ist das hier Gauss ja der Fluss durch eine geschlossene Oberfläche und wir können einfach zur Divergenz übergehen wenn wir den gesamten Körper betrachten und das ist gut wenn wir den gesamten Körper haben ja denn oft ist es so dass durch die Divergenz durch das Ableiten viele Sachen wegfallen hier zum Beispiel und hier haben wir natürlich super viel Glück also mehr als wir eigentlich vielleicht verdient hätten an Glück wenn wir den das bedeutet ja nur nach X ableiten den nach Y ableiten und den nach Z ableiten ja aber da oben kommt kein X-Tone vor also 0 da kommt kein Y vor ist 0 da kommt kein Z vor also 0 und deswegen ist die Quelldichte gleich 0 quellfrei sozusagen ja und wenn wir 0 integrieren in Grenzen da brauche ich die nicht mal aufschreiben da kommt definitiv gleich 0 bei raus ist jetzt ein sehr glücklicher Fall ne muss nur wenn er allein nur oben in X gestanden hätte wäre das nicht mehr so genial aber das klappt ja ziemlich oft ne also deswegen meine ich im Allgemeinfall muss man mit Gauss nicht zwangsweise eine Verbesserung haben aber bei den akademischen Beispielen wo es ja genau darum geht euer Wissen zu überprüfen da werden die Aufgaben extra so konstruieren dass ihr jetzt hier Vorteile bekommt also die Divergenz des Vektorfeldes erste Komponente nach X plus zweite nach Y plus dritte nach Z ergibt gerade 0 und deswegen ist der Fluss durch den gesamten Körper gleich 0 so das heißt ja aber noch nicht sagt ja noch nichts über die Mantelfläche an sich aus denn wir brauchen ja noch den Fluss durch die Grundfläche also 0 minus dem was wir jetzt noch rausbekommen bei zweitens das ist der Fluss durch die durch die ursprüngliche Menge M ja und da gucken wir mal mit Vorzeichen wie wir da jetzt drauf achten müssen was wir da machen müssen ähm genau vielleicht meintest du mit dem Vorzeichen hier wenn man jetzt ähm ein Flussintegral berechnet ja dann müsste man gucken wir mal gucken wir einfach mal so eins nach dem anderen wir wollen jetzt dieses Integral hier berechnen durch die Grundfläche ja und das ist tatsächlich wieder ein Flussintegral ja nur hier dürfen wir nicht mit dem Integralsatz von Gauss arbeiten weil das keine geschlossene Fläche ist das ist eine Kreisfläche ne genau ähm wir müssen es jetzt wirklich ganz brutal mit den Regeln für ähm Oberflächenintegrale ausrechnen und wenn ihr euch noch an die Videos von mir erinnert oder wenn ihr das vielleicht selber ein bisschen trainiert habt wie man Oberflächenintegrale berechnet dann wisst ihr vielleicht noch dass das also ich persönlich mache das in drei Schritten also drei Dinge sind Voraussetzungen damit ihr hier anfangen könnt äh zu arbeiten zum einen braucht ihr von eurer Fläche eine Parametrisierung denn innerhalb der Parametrisierung stehen auch gleich die Integrationsgrenzen wir müssen ja wissen wonach wir integrieren müssen so die Grundfläche das ist ja die hier unten ne also ist ein Kreis und dieser Kreis befindet sich in der xy-Ebene das heißt auch dass die xy-Koordinaten gleich zu Polarkoordinaten gemacht werden können also ich hoffe dass ich renne da jetzt offene Türen ein und das ist für euch okay dass ich sofort bei Kreisen an Polarkoordinaten denke solltet ihr auch tun ähm und z gleich 0 ist wenn ich mich platt auf der xy-Ebene drauf befinde ist es z gleich 0 wenn der Kreis mal weiter oben ist kann ja auch mal sein ne dann ist ja nicht bei z gleich 2, 3, 4 auf jeden Fall ist dieser Kreis parallel zur xy-Ebene und deswegen setze ich ähm na ich nehme r und phi das sind meine Polarkoordinaten meine Variablen deswegen setze ich r mal cosinus phi bei der x-Komponente ein und r mal sinus phi bei der y-Komponente so wie man das eben von Kreisen kennt ähm und wir befinden uns wie gesagt in der xy-Ebene also z ist dabei gleich 0 aber es gibt auch mal Aufgaben wo das z ein bisschen verschoben ist ähm ja na gut das ist die Parametrisierung aber noch nicht hundertprozentig da kommen noch Integrationsgrenzen hinten dran ja wichtig hieran ist erstmal noch zu sehen dass wir ja eine Fläche haben und eine Fläche ist zweidimensional die kann sich auch gekrümmt durch den Raum schlängeln ne bleibt ja trotzdem zweidimensional und deswegen haben wir auch immer zwei Variablen für die Parametrisierung für einen Körper hätten wir drei Variablen für eine Strecke für eine für eine Kurve ja eine Variable selbst wenn sich die Kurve durch den dreidimensionalen Raum windet bleibt sie eindimensional es bleibt eine Kurve eine Variable ja Fläche heißt zwei Variablen so und wir haben gesagt Grundfläche hier ne und da das hier die Einheitskugel ist heißt das auch dass wir hier den Radius 1 haben also als maximale Auslenkung das bedeutet also dass der Radius sich erstreckt von 0 bis 1 jetzt könnte man denken warum nicht von minus 1 bis 1 ne sondern wir machen folgendes wir gehen einfach von 0 bis 1 so ein Zeiger der von hier nach hier zeigt ne und jetzt stelle ich vor dieser Zeiger der da haben wir unten drunter Farbe gestrichen ne und wenn wir jetzt diesen Zeiger nehmen und dann oh Vorsicht ich wenn ich hier wenn hier Cosinus steht in der x Komponente dann zeigt der Zeiger hier lang vielleicht sollte ich das nochmal dazu sagen ich könnte die auch beiden vertauschen ne ich könnte R mal Cosinus auch bei dem y schreiben dann wäre es der Pfeil von hier nach hier na gut aber Cosinus steht hier in x Komponente also zeigt der Pfeil auch hier in x Richtung so und jetzt nehme ich diesen Pfeil da habe ich Farbe drunter gestrichen ne und jetzt werde ich den im mathematisch positiven Uhrzeigersinn also quasi so rum hier ja werde ich ihn einmal hier rumdrehen und dann wird er ja die gesamte Fläche mit Farbe bestreichen bis er einmal rum ist ne ich drehe ihn 360 Grad rum von 0 bis 2 Pi ja und habe damit die gesamte Fläche mit Farbe bemalt und darum seht ihr dass es von 0 bis 1 ausreicht ne ich nehme den Zeiger von 0 bis 1 und drehe dann einmal komplett rum äh genau wichtig ist die gesamte Fläche zu beschreiben dadurch richtig richtig das war die Parametrisierung Schritt Nummer 1 hm mal gucken was ihr dazu sagt heißt z größer gleich 0 nicht dass der Boden mit drin ist in m z größer gleich 0 nein heißt es nicht ähm heißt es nicht das bedeutet nur also in z gleich 0 ja also guckt mal hier dieses ist Gleichzeichen hier bedeutet dass wir auf dem hauchdünnen Rand sind ne und wenn ich jetzt mal die Kugel von oben betrachte dann habe ich hier so kleine Kreise ne also das ist quasi die Kugel ne von oben betrachtet also verschiedene Höhenlinien der Kugel und ähm ist Gleich bedeutet dass ich in jeder Höhenlinie nur so eine Kurve habe äh kleiner hier ein kleiner Gleich würde bedeuten dass ich mich auch innerhalb befinde also eine Kreisfläche habe ähm wenn ich jetzt bei z gleich 0 bin dann bin ich bei dem untersten Kreis also bei dem äußersten Kreis den ich hier sehe ne aber da hier trotzdem nur ist Gleich steht heißt es nicht dass ich die gesamte Kreisfläche habe sondern nur diesen hauchdünnen Kreisrand ja also dieses größer gleich 0 bedeutet nur dass ich z-Werte von hier von z gleich 0 bis zu diesem maximal z-Wert bis 1 habe tatsächlich hätte ich auch schreiben können von 0 bis 1 ne steckt da schon automatisch mit drin genau aber die Grundfläche ist da nicht dabei das liegt einfach an dem Ist-Gleichzeichen bei einem kleiner Gleichzeichen ja dann wäre die Grundfläche dabei dann wäre der ganze Körper gemeint ähm man kann doch auch die Polarkoordinaten in dreidimensionalen erweitern kann man machen ist sinnvoll bei Zylinderkoordinaten ne obwohl ich ehrlich gesagt das heißt zwar Zylinderkoordinaten ich nenne es aber trotzdem Polarkoordinaten weil was heißt denn das einfach nur ich integriere in die Höhe und mache danach sowieso nur noch also Zylinderkoordinaten sind naja vielleicht gut einfach für die Vorstellung für dieses wenn ihr damit rechnen wollt und damit arbeiten wollt sind Zylinderkoordinaten sind Polarkoordinaten einfach also von der praktischen Anwendung her ne oder von der von der Idee her natürlich nicht ne ein Zylinder ist ein Körper ein Kreis ist ein Kreis das ist eine Fläche äh he he ja wenn Z noch eine Variable wäre dann hätte man ein Volumenintegral ja ähm Moment warte was nein doch äh sind halt alles drei Variablen das ist halt ein bisschen trickreich wir haben hier drei Variablen und trotzdem beschreiben diese drei nur ein zweidimensionales Objekt drei Variablen heißt einfach nur dass wir uns im dreidimensionalen Raum befinden aber nur weil ich mich im dreidimensionalen Raum befinde heißt das nicht dass ich auch automatisch einen Körper habe ähm hier ein Blatt Papier ist auch nur zweidimensional ne ich kann das auch in den Raum krümmen es befindet sich im dreidimensionalen Raum ist aber an sich nur zumindest die Oberfläche wenn ich mal die Dicke vernachlässige ist es trotzdem nur zweidimensional ich brauche dann nur zwei ähm Variablen um diese Fläche zu beschreiben ja aber diese aber es gibt diese zwei Variablen befinden sich in drei Komponenten das ist es nämlich also man darf den Unterschied nicht verwechseln den Unterschied verwechseln also man darf nicht das vertauschen in dem Kopf ähm zwei Variablen heißt wir haben eine Fläche und drei Komponenten haben heißt unsere Fläche befindet sich im dreidimensionalen Raum so um das mal äh zusammenzufassen so Leute dann machen wir mal äh weiter ja haben glaube ich die ganzen Hintergründe geklärt der zweite Schritt ist immer dass wir den normalen Vektor berechnen wir brauchen den normalen Vektor weil wir gleich eine eine Transformation benutzen ja äh das ist quasi die Transformation die man hier immer benutzt man könnte sie auch gleich hinschreiben weil ohne die geht sie nicht voran ne ich mache es aber erst nach Schritt 2 weil das wird dann Schritt 3 sein äh und dieser normalen Vektor der berechnet sich immer über das Kreuzprodukt von den partiellen Ableitungen also wenn wir jetzt unsere Parametrisierung nach äh den Variablen ableiten und das Kreuzprodukt bilden ja guck dir gerne wie sagt nochmal mein Video dazu an ich hab das nochmal äh alles im Detail erklärt warum das so ist ja ähm ähm dann kommen wir auf das was wir brauchen wir brauchen den normalen Vektor gleich um hier dieses vektorielle Oberflächenelement wegzubekommen um das zu ersetzen mit dem Transformationssatz ja wir wollen ja gleich nämlich nach R und Phi integrieren ne dafür brauchen wir das hier ähm und wir brauchen einfach die partiellen Ableitungen und das geht komponentenweise wenn wir nach R ableiten haben wir Cosinus Phi Sinus Phi und Null wenn wir es nach Phi ableiten haben wir Minus R mal Sinus Phi R mal Cosinus Phi und Null abgeleitet bleibt Null naja und jetzt haben wir natürlich den Luxus dass unten eine Null steht das heißt wenn wir euch noch überlegt wie das mit dem Kreuzprodukt war für das erste Element halten wir die erste Zeile zu und multiplizieren über Kreuz das mal dem minus das mal dem ne weil wir eine komplette Nullzeile haben naja äh fällt es uns ziemlich einfach ist gerade Null bei dem mittleren Element genauso wenn wir die mittlere Zeile zuhalten und über Kreuz multiplizieren erhalten wir eine Null naja speziell wenn ihr das mit dem Trick macht müsst ihr gerade bei dem mittleren Element noch das Vorzeichen ändern das war ja gerade dieser kleine Trait aber das eh eine Null ist können wir uns uns auch schenken beim letzten Element da wird es spannend wir halten die letzte Zeile zu und multiplizieren den Rest über Kreuz das mal dem minus das mal dem ah also R mal Cosinus Quadrat minus minus also plus R mal Sinus Quadrat R mal Cosinus Quadrat plus R mal Sinus Quadrat lasst uns ein R ausklammern und dann haben wir noch Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat das ist gleich 1 ja mal 1 schreibe ich nicht mit ok jetzt gibt es noch ein kleines Problem ich habe das nämlich vorhin gelesen irgendwer hat nämlich gesagt Chef hat geschrieben das ändert doch noch das Vorzeichen ich hoffe Chef hat gemeint was ich hier gerade erklären möchte ähm der normalen Vektor wie er hier steht so können wir ihn nicht benutzen es liegt nämlich daran dass wir haben doch hier mit dem Integralsatz von Gauss gearbeitet das bedeutet wir haben uns stillschweigend darauf verständigt dass wir nur nach außen zeigende normalen Vektoren nehmen also wir haben den Fluss durch diese Bodenfläche in diese Richtung also vom Körper weg den Fluss durch diese Bodenfläche vom Körper weg das haben wir hier mit einbezogen und wenn wir genau den gleichen Wert hier wieder abziehen dann muss der normalen Vektor äh ebenfalls in die gleiche Richtung zeigen also wenn es nur um den Fluss durch diese Kreisfläche geht ja da ist es nämlich vollkommen egal welchen normalen Vektor wir nehmen weil bei einer nicht geschlossenen Fläche gibt es kein innen und außen da wir aber extra zu einer geschlossenen Fläche übergegangen sind um den Integralsatz von Gauss zu nehmen also wir haben uns vorhin entschieden dass wir den normalen Vektor der nach unten zeigt dass wir den nehmen dann dürfen wir hier nicht plötzlich einen anderen normalen Vektor nehmen also wir brauchen auch hier den normalen Vektor der nach unten zeigt damit überhaupt diese Rechnung hier ähm zum richtigen Ergebnis nachher führt das heißt das ist zwar ein normalen Vektor einer der senkrecht drauf steht aber guckt doch mal 0 in x 0 in y r Schritte in z Richtung also der zeigt nach oben in den Körper rein wir wollen aber vom Körper weg das heißt auch wenn wir das als Ergebnis raus haben wir nehmen als normalen Vektor um damit zu rechnen 0,0 minus r ich weiß nicht inwiefern wenn ihr das jetzt noch begründen müsst ähm schreibt da vielleicht noch einen Antwortsatz hin ja wir nehmen den anderen weil wegen wegen Integralsatz von Gauss wegen erstens musste der halt vom Körper weg zeigen irgendwie sowas ich mach das jetzt einfach wie vorhin wie bei dem Banachschen Fixpunkt Satz wo ich gesagt hab ich mach das jetzt äh schreibt ruhig noch diesen Satz damit hin warum diese Menge da beschränkt war äh abgeschlossen abgeschlossen beschränkt das was wir vorhin hatten ähm ja witzigerweise wenn man jetzt hier bei dem Kreuzprodukt die Reihenfolge vertauscht na G Phi Kreuz G R dann kommt man auch gleich auf den also das Kreuzprodukt ist nicht kommutativ man würde eben auf geänderte Vorzeichen kommen aber das konnten wir ja vorher nicht wissen man berechnet es und dann überlegt man sich logisch welcher normalen Vektor gebraucht ist der hier der wird gebraucht für den dritten und letzten Schritt und das werden wir gleich noch zusammen machen ja ähm und dann denke ich haben wir die Aufgabe gut erfüllt ne also das was mir mit größten Sorgen bereitet gemacht hat war direkt mal erledigt also so viel zu 15 Punkte Aufgabe ja hätte auch schlimmer ausgehen können also ähm da will ich jetzt ja nicht will ja nichts beschreiten also ich freue mich natürlich ne ähm aber jetzt kommt der entscheidende Schritt und wie man eben Oberflächenintegrale berechnet dieses vektorelle Oberflächenelement hier jetzt merke ich gerade mit der Farbe seht ihr das ist rot noch ist es rot mal gucken ist der besser hier ja ein bisschen ähm dieses vektorielle Oberflächenelement das werden wir jetzt ersetzen durch ähm mal legen normalen Vektor mal äh genau mal den Differentialen um die es geht wir haben gerade nach R und Phi das Ganze aufgelöst also mache ich auch ah oder wisst ihr was ich mache richtig cool ich mache einfach DG ja ich mache einfach hier ähm weil das Gebiet über das wir integrieren äh das war nicht ein bisschen unpassend vielleicht äh ne ne ist ganz cool wir haben es ja parametrisiert ne das ist vollkommen in Ordnung so überlegt ob man das äh das mathematisch 100% in Ordnung ist aber ja das ist es äh wichtig aber hieran vielleicht dass man hier immer noch ein Skalarprodukt hat ne ich schreibe jetzt hier das ist wie Spalte mal Spalte stimmt nicht ne das ist ein Skalarprodukt genau und das ist der Transformationssatz und werdet ihr bei Oberflächenintegralen erster Art also wären das hier keine Vektoren sondern also ohne Pfeile wie wenn ihr eine Fläche berechnet ein Trägheitsmoment eine Masse ja dann würde man jetzt hier noch den Betrag für den normalen Vektor nehmen also das kann man sich ziemlich gut merken weil das eigentlich immer das gleiche ist wenn V ein Vektor ist ist N ein Vektor wenn V ein Skalar ist ist N auch ein Skalar ne gut und jetzt setzen wir alles ein und hoffen das Beste also Schritt Nummer 3 ist quasi das was wir hier tun ich war jetzt zu faul das unten drunter nochmal zu schreiben ja das tun wir jetzt also wir haben jetzt zwei Integrale ich mach mal ein bisschen Platz hier äh R von 0 ist 1 ne und diese beiden Integrale die bekommen jetzt ähm hier unsere unsere Grenzen für R und Phi denn das sind ja gerade die Variablen die wir für die Parametrisierung gewählt haben deswegen meinte ich ja vorhin zur Parametrisierung gehören diese Grenzen dazu denn was auch immer ihr hier aufschreibt das werden eure Integralgrenzen sein also vergesst es nicht hier aufzuschreiben ja das gehört zur Parametrisierung dazu ansonsten könnt ihr nämlich eine andere Fläche damit auch beschreiben wenn die Grenzen anders sind so V ist ähm das Vektor fällt dort oben jetzt müssen wir nur leider ähm weil da oben kommen ja noch x, y, z vor ne wir integrieren jetzt aber nach R und Phi das Schöne ist allerdings dass wir uns während der gesamten Integration während der gesamten Summe die wir hier bilden uns auf ähm uns auf der Grundfläche drauf befinden das heißt äh dass bei uns immer x gleich R mal Cosinus Phi ist y gleich R mal Sinus Phi und z gleich 0 und genau das können wir hier einsetzen wir können für x ein R mal Cosinus Phi einsetzen für y ein R mal Sinus Phi und für z eine 0 und dann sehen wir schon ah hier und da steht eine 0 das heißt die ersten beiden Komponenten fallen komplett weg und danach noch y Quadrat also R Quadrat mal Sinus Quadrat seht ihr das? wir setzen einfach nur ähm unsere Parametrisierung in dieses Vektorfeld ein weil wir dürfen nicht mehr x, y, z haben wenn wir nach R und Phi integrieren das ist der einfache Hintergrund ihr könnt es aber auch erst einsetzen und nachher ähm einsetzen hier ne erst am Ende die Parametrisierung eintragen ich mach's aber immer gleich weil warum sollte ich noch x, y, z drin haben verwirrt doch bloß und der normalen Vektor mit dem wir arbeiten sollen ist 0, 0 minus R denn wie gesagt der soll ja weg zeigen von der Fläche das lag noch an 1 genau wenn man nur nur den Fluss durch die Grundfläche betrachtet ist es an sich egal ne kommt halt ein anderes Vorzeichen raus was soll's ähm ja und das ist es was wir jetzt noch berechnen sollen ein bisschen dazwischen gequetscht ja merke ich gerade ähm ich werde aber einfach mal hier unten drunter weitermachen ne denn die Aufgabe ist ja nahezu abgeschlossen und dann können wir mal gucken ob ihr nochmal eine Frage dazu habt ähm genau lass uns das erst machen und dann auch die Fragen dazu beantworten ne vielleicht klärt sich auch einiges noch so wir haben jetzt hier die Grenzen Phi von 0 bis 2 Pi R von 0 bis 1 und dann wenn wir das Skalarprodukt bilden ja das ist ein Skalarprodukt dann bleibt nur noch über minus R hoch 3 mal Sinus Quadrat so und jetzt haben wir den Luxus dass die Grenzen untereinander nicht verkettet sind also die Grenzen sind konstant und die Funktionen hier sind nicht untereinander verkettet das bedeutet wir können gleich beide Integrale mit einmal berechnen wir können das Integral berechnen von minus R hoch 3 ja wir können das einfach nach nach R integrieren und das Ganze dann multiplizieren mit dem anderen Integral seht ihr das? da die Grenzen nicht voneinander abhängig sind und auch der Integrant nicht untereinander verkettet ist sondern lediglich multiplikativ getrennt dürfen wir auch jeden Faktor einzeln integrieren D4 das ist der ganze Witz an der Sache genau und minus R hoch 3 das denke ich ist ziemlich einfach zu integrieren und für den Sinus Quadrat da gibt es eine kleine eine kleine Abkürzung die man machen kann die habe ich auch schon in anderen Live-Synos mal zum Beispiel zur Integralrechnung erklärt Videos zur Integralrechnung ich gebe es euch kurz wer es gerade nicht weiß danach reden wir nochmal über eure Fragen genau genau machen wir danach die Fragen vielleicht klärt sich auch einiges unterwegs und dann haben wir hier minus ein Viertel R hoch 4 Exponent um 1 erhöhen Kehrwert nach vorne da setzen wir auch die Grenzen ein von 0 bis 1 kein Problem spannend wird der hier da habe ich gerade gesagt gibt es einen kleinen Trick anstatt dass ihr dieses anstatt dass er partielle Integration benutzt zum Beispiel mit einem Rechengesetz vorher empfehle ich euch ein ganz besonderes Additionstheorem das ihr zwingend drauf haben solltet Sinus Quadrat von Phi ist gleich ein halb mal 1 minus Cosinus von 2 Phi Cosinus Quadrat von Phi hat genau das gleiche nur mit einem Pluszeichen dazwischen also Sinus Quadrat und Cosinus Quadrat zu integrieren würde ich immer damit machen denn dann würdet ihr von eurer partiellen Integration wegkommen und lediglich die Regel für lineares integrieren benutzen müssen so das heißt wir haben wenn wir das integrieren ein halb mal und jetzt integrieren wir Phi Cosinus integriert war Sinus weil Sinus abgeleitet wieder Cosinus ist stimmt und dann noch Regel für lineares integrieren wir ziehen noch den Kehrwert von diesem Vorfaktor von der 2 nach vorne so hier und jetzt setzen wir noch die Grenzen ein von 0 bis 2 Pi und der Drops ist wieder gelutscht wie man so schön sagt naja wenn wir 2 Pi einsetzen Sinus von 4 Pi ist 0 Sinus von 0 ist 0 also der hintere wird es komplett zu 0 und der vordere wird zu 2 Pi also 2 Pi minus 0 fährt weg haben wir 2 Pi mal 1 halb sind wir nur bei Pi also der gesamte hintere Monsterterm wird zu Pi und hier vorne steht 1 mal minus 1 Viertel also minus 1 Viertel Pi kommt da am Ende bei raus so und wenn wir jetzt schlussendlich noch unser Ergebnis eintragen ja wir haben hier nämlich 0 und hier haben wir minus 1 Viertel Pi oder minus Pi Viertel haben wir minus minus Pi Viertel da kommt schlussendlich gleich Pi Viertel raus und das gesamte Ding ist gelöst wow das ist im Nachhinein gut dass es auf die Tafel gepasst hat naja das war es gucken wir mal was ihr noch für Fragen dazu habt aber so lässt sich diese Aufgabe lösen zum Beispiel kannst du auf dem direkten Weg probieren hatte ich nur wenig Lust drauf ist eine Klausur von was ist Rauhut ist der Dozent also wenn N nach außen zeigt zeigen soll ist er immer negativ und wenn er nach innen zeigen soll dann muss er positiv sein nein auch nicht gute Frage wenn wir die untere Halbkugel gehabt hätten ja hier die untere Halbkugel in dem Fall würde ja würde der Vektor der nach unten zeigt nach innen zeigen und der Vektor der nach oben zeigt der würde nach außen zeigen ja uns ging es halt nur darum den Vektor zu nehmen der nach außen zeigt bei unserer Fläche ja denkt aber nicht dass immer der der nach unten zeigt nach außen zeigt das stimmt nicht ihr müsst euch das wirklich aufmalen oder eine Vorstellung haben wie es aussieht und dann wissen was ist innen was ist außen das ist wichtig gewesen ähm genau nächste Woche mal zwei genau wie hätten wir die drei Grenzen gewählt wenn die Divergenz nicht gleich null gewesen wäre gute Frage äh in dem Fall hätten wir also in dem Fall wäre es eine Halbkugel gewesen und ich wäre mit euch zu ähm Kugelkoordinaten übergegangen es kommt noch eine Aufgabe zu Kugelkoordinaten ähm lasst uns das einfach machen wenn wir äh dabei sind ja dann müssen wir das nicht jetzt besprechen wird bei der zweiten Komponente des normalen Vektors immer das Vorzeichen umgedreht ja so war es also wenn ihr das auf diesen mit diesem Trick berechnet mit diesem Kreuzprodukt dann ist es eigentlich äh so hier gewesen ne also dass man wenn man die zweite Komponente zuhält ne und dann das mal dem minus das mal dem rechnet muss man noch das Vorzeichen ändern genau genommen ja äh hab ich auch ein Video gemacht zum Kreuzprodukt wenn euch das nochmal interessiert aber genau so ist es ich denke z gleich 1 und dann wie unten mit Polarkoordinaten ähm äh puh gute Frage warte mal also ihr redet noch über die Parametrisierung der Halbkugel des Körpers ähm ne in dem Fall in dem Fall kommt einfach noch der Radius dazu ähm wenn ihr die Oberfläche einer Halbkugel habt oder die Oberfläche einer Kugel äh reicht es mit zwei Winkeln äh Phi und Theta und wenn jetzt noch das Innere dazu kommt dann macht das achso vielleicht hast du das gerade geschrieben sorry ähm dann ist es wie bei Polarkoordinaten dass jetzt noch der Radius dazu kommt das ist genau das gleiche Prinzip von einer Kreisfläche und dem hauchdünnen Kreisrand wenn ich eine Fläche habe ne dann habe ich R und Phi wenn ich nur den hauchdünnen Kreisrand habe also den Maximalradius dann würde ich einfach R gleich 1 hier eintragen und hätte quasi diese Grenze nicht und dann hätte ich nur noch eine Variable ah eine Kurve also eindimensional und äh diese Kurve würde dann quasi einen Einheitskreis beschreiben eine Kurve im dreidimensionalen Raum ja also dreidimensional weil es drei Komponenten hat und eindimensional weil nur eine Variable drin vorkommt ah eine Kurve also und Cosinus-Sinus ist ein Kreis ne genau das gleiche Prinzip auch mit äh der Oberfläche einer Kugel und dem Volumen einer Kugel da kommt noch der Radius dazu dann wenn wir das Volumen nehmen machen wir aber nachher deswegen will ich gar nicht zu sehr das jetzt breittreten warum wird nicht über R integriert ähm gute Frage warum wird nicht über R integriert wo an welcher Stelle hier haben wir über R integriert und deswegen ist das haben wir es getan was meinst du ähm beziehungsweise integriere ich nur über R wenn der Radius nicht konstant ist ja ja genau der Radius ist nicht konstant deswegen integrieren wir darüber genau das haben wir getan ja ansonsten hätten wir nämlich eine Dimension verloren ja ansonsten würde aus einer Fläche eine eine Kurve werden oder aus einem Volumen nur die Oberfläche wenn wir den Radius konstant setzen würden genau also naja Markus hat sogar noch beantwortet ne also muss da drüber auch integriert genau Minus Sinus sagst du ähm überlegen warum Minus Sinus äh ha 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 du meinst eventuell von hier naja achso wir müssen nicht das Minus muss nur einmalig multipliziert werden wenn das die Frage war ähm warum haben wir nur ein Minus genau und hier Minus äh das sagt eben die Regel ne wenn hier Cosinus Quadrat dann hat man hier 1 plus Cosinus das fand ich ganz witzig weil von Cosinus zu Cosinus das freut den Cosinus wird ja positiv naja was man so für Eselsbrücken hat äh ja und dann achso und bei 2 kann ich Z gleich 0 setzen weil ich quasi meinen Rand betrachte oder äh ja Moment Moment genau von der Höhe her na gut wir haben die nach oben hier ne aber ähm die Grundfläche liegt eben bei Z gleich 0 also genau platt auf der XY Ebene drauf achso doch das meinst du mit Rand ja ähm denn der das ist übrigens für den Integralsatz von Stokes ganz wichtig dass man mal eine Fläche hat und dann einfach die Randkurve sich raussucht ähm richtig von dieser Fläche die hier oben gegeben ist von M ist die Randkurve bei Z gleich 0 und bei Z gleich 0 haben wir 1 gleich x Quadrat plus y Quadrat also eine Kreis einen Kreisring sehr gut genau weil der Rand dieser Fläche ist bei Z gleich 0 ja und das ist eine Kurve und das wäre interessant bei dem Integralsatz von Stokes ähm ja ha Johann vielen Dank mein Lieber schön dass du wieder dabei bist aber hast du nicht schon geschrieben oder bist du auch hier in Aachen weiß es gar nicht mehr wie hast du n berechnet also was ist das andere g wie haben wir n berechnet n haben wir berechnet über das Kreuzprodukt von den man leitet das partiell nach R und nach 4 ab ja und bildet das Kreuzprodukt und wir nehmen natürlich den der nach außen zeigt und wenn wir jetzt ähm eine obere Halbkugel haben dann ist der normale Vektor der nach außen zeigt geht runter hätten wir eine untere Halbkugel dann würden wir den hier nehmen weil der zeigt dann nach oben also immer weg von der eingeschlossenen Fläche das ist nämlich das das ganze Geheimnis aber auch nur deshalb weil wir eben auch hier den gleichen benutzt haben bei Gauss ja hätten wir nur den wie gesagt hätten wir nur zweitens dann wäre es vollkommen egal dann hätten wir einmal ein positives und einmal ein negatives Ergebnis wäre beides richtig ja der Fluss in die und der Fluss in die Richtung aber wir haben uns vorher schon festgelegt deswegen mussten wir den nach außen nehmen dankeschön kann ähm hat sich geklärt mit dem n kannst du es nochmal erklären was genau nochmal erklären wir gucken uns das nachher nochmal eine andere Aufgabe an vielleicht ist es dann in der nächsten Aufgabe noch ein bisschen angenehmer damit wir uns jetzt nicht zu sehr festquatschen bei der hier ist das Flussintegral einfach das vektorielle Oberflächenintegral ja 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 genau das ist es das vektorielle Oberflächenintegral heißt Flussintegral gut Leute ja dann machen wir es einfach nochmal bei der nächsten Aufgabe ich denke vielen wird dabei einiges noch klarer werden aber ich sehe gerade bevor es zum nächsten Gebietsintegral kommt da kommen erstmal zwei Differentialgleichungen ist vielleicht auch ganz gut mal zum Auflockern dass wir mal jetzt kommen wir nämlich zu Teil 2 dieser Klausur wir sind schon bei zweieinhalb Stunden jetzt kommen wir zu Teil 2 äh da kommen zwei Differentialgleichungen die finde ich ganz witzig die sind auch mal was auch mal schön ja äh und dann reden wir nochmal über sowas hier wir kommen eine Kugel kommt nochmal zustande jetzt kommt nämlich nochmal die Frage warum ist z gleich 0 naja weil wir uns in der z äh ja ja vielleicht machen wir es echt nachher nochmal bei der nächsten Aufgabe dann ne weil wir hier so das war die Halbkugel und die Grundfläche die Grundfläche ist bei z gleich 0 die ist hier bei der Höhe wenn ich wenn wir die Höhe angucke so von der Seite gucke zack bei z gleich 0 da liegt die Kreisfläche hier der Rand z gleich 0 das ist es z gleich 0 das ist der Rand Übergang ja und sehr schön jetzt seht ihr nämlich dass woanders ist in Mathe 2 nämlich Thema was wir hier machen also deswegen ich fand das war ein super Kompromiss diese Klausur hier zu machen ja nicht nur weil jetzt übermorgen in Aachen die Klausur geschrieben wird sondern weil das eben auch bei vielen Mathe 2 ist ja und das ist gut wir haben jetzt wieder eine große Überschneidung das ist glaube ich für jeden wieder was wertvolles dabei wo wer es vielleicht schon mal abgeschlossen hat nochmal auffrischen will also mehrdimensionale Analysis da steckt so unglaublich viel Potenzial drin so krass viel für Anwendungen und das sind auch richtige Fragen hier warum z gleich 0 wie gesagt ein paar Mal haben wir jetzt erklärt schaut euch das nachher nochmal an zur Not bei einer der nächsten Aufgaben kommt es ja nochmal vor Königskobra vielen Dank mein Lieber Dankeschön ja kann ich Oma sagen haben wieder Leute gespendet wird mir Oma auch gleich ein bisschen Geld überweisen weil sie denkt ich lebe in Armut Junge kriegst du genug zu essen ein Kumpel hat mir mal erzählt hat die Oma hat ihm die Oma ein Lehrbuch geschenkt damit er mit dem Studium fertig wird Junge wenn es am Geld scheitert ich kaufe dir das Buch naja Oma kümmert sich immer ist ja auch schön ähm geben wir nur lange meine Stifte aus wartet mal muss man hier ein bisschen testen die sind alle nicht mehr so toll schon so viel geschrieben hier zusammen was mit dem Stift ah der ist Hammer so ich werde mal gleich mir neue Stifte bestellen gut Leute also wir haben die Differentialgleichung Y3' Funfact ist ein Römisch 3 wenn ihr das jetzt mal unser Professor erzählt römische Zahlen das heißt ab dem 4 geht es nicht mit vierten Ableitung geht es nicht mit vier Strichen weiter sondern mit Römisch 4 hat ihn dann sein Professor mal früher zur Sau gemacht weil er das gefragt hat warum das nicht selbstverständlich sei fand ich so witzig die Geschichte die hab ich mir gleich gemerkt ähm genau und es sind noch anfangswerte vorgegeben äh also wir sollen nicht nur die Differentialgleichung lösen sondern wir sollen zusätzlich noch äh die Konstanten nachher berechnen damit wir genau durch diese vorgegebenen Punkte durchlaufen ähm und nochmal von der zweiten Ableitung an der Stelle das soll 24 sein okay cool äh ja Bima Fan gerne können wir kann ich euch helfen äh lasst uns nur die Klausur durchziehen wie gesagt wenn es jetzt sechs Stunden dauert dann würde ich vielleicht sagen eher nein aber wenn wir es eher hinbekommen dann machen wir noch alles was ihr wollt ja also ich möchte nur diese Klausur jetzt durchrechnen weil übermorgen ähm die Leute das brauchen da ist ein Fehler in deiner Rechnung gut das ist ärgerlich Stift sagt er na denn wenn du das sagst ich hab bis jetzt mein Stimmen nicht abgebrochen lass gehen das freut mich lass gehen ich hab auch übrigens eine E-Mail bekommen ja ich kam nur noch nicht dazu die zu lesen auch alle die mir jetzt E-Mails geschrieben haben bitte seid mir nicht böse ja ich hab ich komm einfach seit Tagen nicht dazu ich arbeite seit drei Wochen durch ähm ja deswegen haben wir auch den Livestream mussten wir ausfallen lassen am Freitag kommen wir jetzt erst dazu naja gut Leute also jetzt keine Zeit verlieren ich möchte diese Differenzialgleichung mit euch lösen was ich besonders interessant daran finde ist dass Y selber nicht vorkommt jetzt könntet ihr euch den Spaß machen das ist eine ist ein cooler Trick bei anderen Differenzialgleichungen dass man zum Beispiel sagt Z ist gleich Y' ja dann hätte man hier nämlich Z Z' und Z2' und schon hätte man das reduziert auf eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung das ist hier aber nicht so groß erforderlich wir können direkt mit dem Ansatz loslegen ja ähm ich sag nur es gibt Aufgaben wo eben genau diese Reduktion am Ende zur entscheidenden Lösung führt also sollte Y selber nicht vorkommen so wie hier könntet ihr sagen Z ist gleich Y' aber wir haben hier eine lineare Differenzialgleichung ja sie ist linear weil alle Y's linear vorkommen äh und wir haben konstante Koeffizienten generell bei allen linearen Differenzialgleichungen ähm lineare DGL ist es möglich die gesamte Lösung zu zerteilen in eine homogene Lösung und eine partikuläre Lösung die homogene Lösung bezieht sich auf das homogene äh System also mit einer Null und partikulär hätten wir es wäre eine Teillösung eine spezielle Lösung wenn wir eine eine Störfunktion hätten beispielsweise da aber hier hinten eine Null steht wissen wir auch äh ist gleich Null äh deswegen ja so können wir es machen ah der ist auch missverständlich nicht dass man denkt was auch immer da steht ist die ist die partikuläre ne ist gleich Null guck mal weil Störfunktion Null vollständige Begründung das heißt die gesamte Lösung besteht aus der Lösung des homogenen Gleichungssystems und dafür gibt es eine ziemlich interessante oder einfache Ansatzfunktion ähm die sich große Mathematiker vor uns überlegt haben und wir können davon profitieren und wissen ja dieser Ansatz führt tatsächlich immer zu einer richtigen Lösung ähm genau was würde man machen wenn die Gleichung nicht gleich Null ist sondern eine andere Zahl ist ähm dann würde man trotzdem die homogene berechnen so wie wir es gleich machen nur zusätzlich dann noch die partikuläre lösen indem man zum Beispiel einen Ansatz macht oder Variation der Konstanten ähm guck dir ich mal meinen Livestream an zu Differenzialgleichungen der ist schon wieder irgendwie ein paar Monate her wann war es im März ich weiß nicht mehr irgendwie haben wir die mal gemacht ähm oder im Februar und da habe ich dann solche Fälle auch mit einer Störfunktion ähm die eben nicht mal Null ist ne aber in jedem Fall macht man erst mal die äh homogene Lösung Ansatz homogen ja also egal was da hinten steht könnte noch so ein Monsterterm stehen wir rechnen erst mal die Lösung aus wenn da eine Null stehen würde also wir setzen es erst mal zu Null was auch immer da steht ne und in dem Fall ist ähm ähm hat die homogene Lösung immer die Struktur E hoch Lambda mal X ja das ist die grundlegende Struktur jetzt müsste man natürlich noch mit dem Superpositionsprinzip argumentieren na die eine Linearkombination homogener Lösungen bleibt homogen ja oder mit dem äh mit diesen Überlagerungen ja wenn wir doppelte Lösungen haben darüber reden wir aber gleich noch das ist aber grundlegend erst mal die Struktur von einer homogenen Lösung so und jetzt eure Fragen was würde man machen wenn die Gleichung nicht gleich ach so das haben wir gerade besprochen ne ist höhere Mathematik in Aachen weiß ich nicht ob das auch für Physiker ist ähm sieht aber auf jeden Fall erst mal gut aus ne ähm ja vielleicht muss ich da auch fairerweise dazu sagen ich habe auch viele äh Unis gesehen wo Maschinenbauer äh ein etwas äh ein geringeres Level hatten also das ist schon ähm meiner Meinung nach meines Empfindens nach schon äh anspruchsvoller für Ingenieure ja also kann man schon sagen deswegen Hochachtung dass ihr das durchzieht so und jetzt wollen wir diese Differenzialgleichung lösen ja ist natürlich jetzt kein Modul das heißt Differenzialgleichung ja DGL ist gibt es auch ähm da gibt es dann wahrscheinlich nochmal irgendwelche gestörteren äh Störfunktionen dabei ne so wie in dem Livestream den ich mal gemacht habe dazu trotzdem ist aber das Grundprinzip immer gleich wir werden jetzt diese Funktion wir werden sie jetzt einsetzen da da und da das heißt wir müssen sie quasi dreimal ableiten zweimal ableiten und einmal ableiten ne und für jede Ableitung kommt ja ein Lambda dazu das heißt ihr könnt auch einfach schreiben soll ich es direkt machen ja ach ne ich mach nochmal den Zwischenschritt was solls ja kostet uns ja jetzt keine Zeit aber seht ihr das wenn ihr es zweimal ableitet kommen zwei Lambdas dazu wenn ihr es dreimal ableitet drei Lambdas und wenn ihr es nur einmal ableitet eben auch nur ein einziges Lambda ne und jetzt ist es so dass eine E-Funktion ja immer etwas Positives ist also ihr könnt auch ohne Probleme einfach durch die E-Funktion teilen ja und dann fällt sie weg und das was überbleibt ist das sogenannte charakteristische Polynom und ich persönlich würde gerne einfach nur diesen Schritt aufschreiben also den hier würde ich gerne ignorieren und nicht machen ich habe ihn aber nochmal für die Erklärung kurz aufgeschrieben man setzt also diese Ansatzfunktion ein den Ansatz setzt man ein und dann teilt man noch durch das E also man erhält quasi dieses charakteristische Polynom und alle Lambdas die man rausbekommt ergeben hier eingesetzt eine homogene Lösung und das tun wir jetzt wir werden die Lambdas ausrechnen ich persönlich würde gerne ein Lambda ausklammern weil es kommt ja in jedem Summanden vor das ist das ist übrigens genau deshalb der Fall weil Y selber nicht vorkam sondern es begann mit Y' das heißt Lambda gleich 0 ist auf jeden Fall eine Lösung hätten wir eben drauf kommen können wenn wir auch die Substitution durchgeführt hätten aber ich wollte es jetzt nicht zu kompliziert machen sondern haben wir raus dass ein Lambda wie gesagt gleich 0 ist das ist die erste Lösung und die hier die hier liefern uns mit zum Beispiel der PQ-Formel noch die anderen beiden Lösungen Lambda 2 und 3 und für die PQ-Formel müssen wir lediglich diese Zahl halbieren und das Vorzeichen ändern dann müssen wir von der gradberechneten Zahl das Quadrat nehmen und von der hinteren das Vorzeichen ändern ah schaut mal 9 minus 9 ist gerade 0 das bedeutet dass beide Lambda-Werte gleich 3 sind ah tatsächlich also doch nochmal ein etwas interessanterer Fall na es schien ein bisschen langweilig weil die Störfunktion ja 0 war aber jetzt kommt tatsächlich noch ein bisschen Spannung mit rein Nullstellen raten könnte man tatsächlich machen bei Polynom dritten Grades und ich habe jetzt erst ein Video gemacht wie man wie man schlau raten kann ja dass mir nicht alle Sachen durchgeht sondern über den Satz der rationalen Nullstellen gibt es tatsächlich wenn es eine rationale Nullstelle gibt auch nur eine Handvoll von möglichen Kandidaten aber da das Lambda auszuklammern ging habe ich das gemacht würde ich auch immer empfehlen gut Leute dann haben wir eben 3 Lambda-Werte raus und jeder Lambda-Wert hier oben eingesetzt ergibt eine Lösung jetzt gibt es da nur dieses Prinzip mit dieser Überlagerung dieser Resonanzfall wir haben nämlich zweimal die gleiche Lösung also zum einen gilt dass jetzt jede Linearkombination homogener Lösungen wieder eine homogene Lösung ist also wenn ich sage ich setze jetzt die drei Werte dort ein das heißt ich habe hier y1 ist dann quasi e hoch Lambda mal 0 also 1 Lambda y2 die zweite homogene Lösung wäre dann e hoch Lambda mal 3 also 3 mal ach Quatsch was mache ich denn hier 0 mal x so sorry und hier 3 mal x ja und die dritte Lösung ah die ist irgendwie auch e hoch 3 mal x so und da denkt man so hm Moment mal ist ja komisch also erstmal ist es noch nicht komisch erstmal ist es vollkommen in Ordnung ne auf jeden Fall alle diese Funktionen sind homogene Lösungen und jetzt sagt dieses Superpositionsprinzip dass eine Linearkombination weiter eine Lösung bleibt also wenn ich diese Lösung mal 5 nehme plus die mal 7 plus 8 mal die zum Beispiel dann bleibt es eine Lösung 7 mal das plus 2 mal dem minus 100 mal dem ist immer noch eine homogene Lösung also c1 mal der ersten Lösung c1 mal 1 lasse ich weg plus c2 mal der zweiten und jetzt haben wir ein kleines Problem wenn wir jetzt schreiben würden c3 mal der dritten Lösung ne dann würde man doch sagen Moment ich schreibe es trotzdem mal so auf dann würde man doch sagen hey Moment mal aber äh das ist doch genau das gleiche könnte ich jetzt nicht e hoch 3x ausklammern und einfach c2 plus c3 zu einem c4 machen also dann hätte ich doch nur zwei Konstanten ja und das darf nicht sein wir haben nämlich drei Anfangswerte ja wir brauchen am Ende auch drei Konstanten also dritte Ordnung heißt wir brauchen drei Konstanten und nicht zwei das hier wäre nicht ganz also es wäre nicht falsch aber es wäre auch nicht hundertprozentig richtig ne und jetzt ähm kann man beweisen dass durch das dran multiplizieren von einem x einfach ne von so einem Polynom ähm diese Lösung linear unabhängig ist von der davor und es trotzdem weiterhin Lösung des gesamten Systems bleibt also dadurch dass eben diese ähm 3 eine doppelte Lösung war ja musste dieser Term zweimal vorkommen aber damit man den nicht zusammenfassen kann multipliziert man dann x dran ja und man kann auch beweisen dass es tatsächlich funktioniert und wenn wir noch ein noch ein drittes Lambda hätten das auch 3 ist dann würde dran kommen äh c4 mal x Quadrat e hoch 3x ne ähm probiert es aus setzt es ruhig mal ein x mal e hoch 3x da oben und dann werdet ihr sehen klappt auch ne einfach weil es eben so eine doppelte Lösung war und ja gleiche Prinzip trotzdem noch äh c1 mal der plus c2 mal der plus c3 mal der denkt euch da beliebige reelle Zahlen aus für c und ihr erhaltet weiterhin eine homogene Lösung ihr könnt auch einfach den Spaß machen und einfach mal diese Lösung dreimal ableiten da oben einsetzen es kommt tatsächlich gleich 0 bei raus ne bisschen blöd mit der Pick äh mit der Produktformel da Produktregel aber was solls ganz genau ne Johannes hat es nochmal auf den Punkt gebracht x mal e hoch 3x bereue es so äh tja hm war es das schon nein bestimmen sie die Lösung des Anfangswertproblems also wir sollen die Konstanten noch berechnen sodass diese Lösung hier ähm erfüllt ist so was wir jetzt getan haben wir haben gerade äh y ausgerechnet ne die Partikuläre war ja 0 also die Gesamtlösung ist gleich diese homogene Lösung das ist die gesamte Lösung der äh Differenzialgleichung aber wir sollen noch das Anfangswertproblem lösen also zusätzlich zur Differenzialgleichung sollen noch diese Punkte hier erfüllt sein so das heißt wir brauchen die Originalfunktion wie sie da steht wir brauchen davon noch die erste und die zweite Ableitung und das würde ich gerne hier oben mal machen ja schreiben wir ruhig nochmal die Originalfunktion hin c1 plus c2 mal e hoch 3x plus c3x e hoch 3x ja die c ist Element R steht schon unten und jetzt die Ableitungen bilden y Strich so da fällt die Konstante natürlich weg ja und hier kommt einfach nur als innere Ableitung noch die 3 dazu und hier müssten wir leider die Produktregel benutzen ähm jetzt könnte man überlegen lässt man das c3 vielleicht draußen ja und macht einfach nur mit dem hinteren Produktregel das ist dann euch selbst überlassen ich finde das immer ganz angenehm die Konstanten wegzulassen und dann muss ich nur Ableiten stehen lassen stehen lassen ableiten also Ableiten 1 mal stehen lassen plus stehen lassen mal ableiten äh innere Ableitung nicht vergessen kommt nur eine 3 dazu genau so ist es äh witzig jetzt könnte man natürlich auch einfach das äh äh e hoch 3x rausziehen ist vielleicht für das Ableiten ganz angenehm und vielleicht kennt ihr da auch diese es gibt da auch so eine Ableitungsregel für ne ähm dann seht ihr das wenn wir jetzt äh x mal e hoch 3x abgeleitet haben dann haben wir raus 1 plus 3x mal e hoch 3x also quasi das einzige was passiert ist das x wurde mal 3 gerechnet noch eine 1 dran addiert ne äh da gibt es tatsächlich so eine allgemeine Regel für ähm also genau wenn wir das jetzt nochmal machen gute Frage lass uns das machen ich hab die Regel auch gerade nicht im Kopf aber man kann sich damit also diesen Spezialfall auch einfach äh abkürzen so was wir jetzt aber tun müssen ist noch einmal ableiten und dann haben wir eigentlich alles zusammen ja dann müssen wir noch die Punkte einsetzen und feuerfrei also jetzt kommt nochmal die innere Ableitung dazu haben wir 9c2 mal e hoch 3x und wenn ich jetzt nochmal Produktregel gemacht habe werde ich nicht nochmal das so weit zusammenfassen sondern es geht ja wirklich darum x gleich 0 am Ende einzusetzen also ableiten stehen lassen stehen lassen ableiten so funktioniert Produktregel wenn ich ihn ableite ist eine 3 wenn ich den hinteren stehen lasse bleibt er stehen plus ich mach es umgedreht ich schreibe den vorderen ab also stehen lassen mal den hinteren ableiten gut e hoch 3x da kommt dann noch als innere Ableitung noch eine 3 dazu und da seht ihr schon wir könnten 3e hoch 3x ausklammern und das einzige was wieder passiert ist dass hier noch eine mh 2 dazu kommt ich muss noch kurz überlegen haben wir alles richtig gemacht ich hätte irgendwie gedacht dass dieser Faktor nochmal irgendwie dazu kommt nicht dass ich einen Fehler mache ihr könnt ja gleich mal mit überprüfen ableiten stehen lassen plus stehen lassen und ableiten und das ist genau richtig den könnt ihr mal ausklammern und wir hätten hier eine 2 2 plus 3x danach genau das heißt scheinbar wird immer nur um einen Zähler erhöht ah ja na klar da stand schon die 3x ach jetzt habe ich die Regel wieder drauf das war tatsächlich so na egal überhaupt ausklammern aber genau wenn man jetzt nochmal ableiten dann hätten wir dann wie gesagt wenn wir es zusammenfassen ach ich finde es gerade so witzig ich muss euch das nochmal kurz sagen da haben wir hier quasi 3e hoch 3x und dann von der Reihenfolge her wollt ihr es umdrehen 1 plus 3x e hoch 3x seht ihr das vom Original war x dann oder starten wir hier bei der Ableitung kommt immer noch eine 1 dazu dann haben wir hier beim nächsten kommt eine 2 haben wir gesagt 2 dazu eine 3 und eine 4 das ist die Regel ziemlich cool nicht c4 mal x-radart durch 2 ja aber diese geteilt durch 2 kann man von der Konstante c aufsaugen lassen das ist in Ordnung also ist ja eine neue Konstante die dann wieder c4 wäre man hier nicht schneller mit Laplace-Transformation stimmt ach es ist ärgerlich zu spät gesehen ich weiß gar nicht habt ihr in Aachen habt ihr die Laplace-Transformation das wäre natürlich Bombe gewesen ach jetzt erkenne ich es als viel zu spät ja du hast recht natürlich viel schneller dann könnte man das AWP direkt lösen ähm also habe ich ok habe ich gerade wirklich nicht auf dem Schirm gehabt richtig gut oh das wäre so gut gewesen hätten wir nämlich Laplace einmal mitgemacht ich bin mir aber wie gesagt nicht sicher ob das in Aachen Thema war also vielleicht ganz gut dass wir es rausgelassen haben ähm aber ich habe es ehrlich gesagt auch übersehen ich hätte es wahrscheinlich gemacht du hast vollkommen recht also bei einer linearen Differenzialgleichung mit konstanten Koeffizienten also sowas von Laplace ja weil dann habt ihr gleich die hier mit verwurstet und direkt die Lösung und was wir jetzt tun ist ja auf dem umständlichen Weg das alles jetzt Stück für Stück herzuleiten ach clever haben wir soweit ich nicht ja ok dann ist es gut dass wir es tun ja es ist gut dass wir es auf dem Weg machen aber für alle anderen mit der Laplace Transformation äh wäre sofort das Ding gelöst gewesen ne ach nicht dran gedacht aber gut es ist wie es ist ne dann haben wir jetzt noch drei Gleichungen ne wir setzen also quasi äh hier in die Ausgangsfunktion setzen wir für x eine 0 das hier ist das x und das ist das y ne dann setzen wir für das y eine 7 ein und für das x eine 0 das heißt wir haben hier c1 äh plus c2 und hier eine 0 also der fällt weg na gut das ist umso schöner wenn der nicht vorkommt in dem zweiten genauso ne das hier ist x das hier ist y also wir setzen eine 10 ein auf der linken Seite und auf der rechten eine 0 das heißt 3 c2 ich mach mal äh untereinander schreiben ne 3 c2 äh hier und hier eine 0 eingesetzt ergibt äh das ist eine 1 das ist 0 c3 noch also plus c3 und jetzt zu guter Letzt noch ähm den hier ja auch hier gilt das ist x das ist äh y-Strich also setzen wir die 24 auf der linken Seite ein und dann haben wir hier eine 0 einsetzen 9 mal c2 äh und hier eine 0 e hoch 0 ist 1 das fährt weg zu 0 3 mal 2 ist eine 6 6 mal c3 ja jetzt haben wir natürlich dieses elende Spiel dass wir noch dieses Gleichungssystem lösen müssen ähm jetzt könnte man natürlich sagen oh lass doch den Gauss Algorithmus machen und so ein Kram ähm würde ich tatsächlich bei größeren Systemen empfehlen aber aus Faulheit würde ich jetzt einfach sagen lasst uns mit dem Additionsverfahren arbeiten was könnte man machen weiß ich nicht was sagt ihr bisschen langwierig macht immer keinen Spaß ne äh Algorithmus hatten wir das weiss nicht ja naja gut komm lass uns das schnell lösen macht irgendwie grad wieder das macht immer so wenig Spaß das ist immer dieses äh letzte kleine bisschen hier ja wir könnten zum Beispiel rechnen lasst uns die eliminieren ähm sukzessiv von unten nach oben hier wir könnten rechnen dreimal die dreimal die oder hier sechsmal die zweite minus die dritte seht ihr das sechsmal das minus dem dann haue ich die C3 erstmal raus sechsmal das minus dem ähm genau dann machen wir auch hier sechsmal das minus dem 18 minus 9 sind wir bei 18 achso und die linke Seite natürlich noch sechsmal das minus dem haben wir äh 60 minus 24 sind wir bei 36 und 36 ist gleich 18 minus ähm 9 sind wir bei 9 C2 ah alles klar haben wir doch schon mal C2 raus das ist doch auch eine feine Sache dann haben wir raus C2 ist nämlich gleich 4 cool ah und wenn wir C2 haben wir auch gleichzeitig C1 geschenkt bekommen dann muss C1 nämlich gleich 3 sein ne aus 1 sag ich mal hier aus 1 ich hoffe ihr könnt es lesen aus dem oberen und jetzt werden wir auch C2 haben können wir auch C3 raus zum Beispiel aus der zweiten Gleichung ich kann auch die dritte nehmen ist jetzt vollkommen egal ich will jetzt einfach nur richtig schnell zum Ergebnis kommen ich weiß ja wie ich gerade wenig Lust macht 10 ist gleich 3 mal C2 also 12 plus C3 also was muss C3 sein na eine minus 2 so und wenn wir uns dann nicht verrechnet haben ich hoffe ihr habt mitgerechnet dann haben wir unsere Lösung raus dann ist das AWP gelöst ne ihr setzt noch C1 1 2 3 dort vorne ein und wir sind durch mit dieser Aufgabe das freut mich wenn euch das gefällt zu schwer sagst du ja ist nicht für jeden was ist natürlich auch hart wer das Semester nicht gemacht hat wer es nicht kennt natürlich ist es ein bisschen schwer ich glaube man muss einmal in den Übungen und Vorlesungen gelitten haben und ein bisschen versucht haben sich durchzukämpfen und dann helfen einem die Tricks auch wirklich weiter das ist meine Erfahrung wie würde die homogene Lösung von Y aussehen wenn wir eine einfache beziehungsweise eine doppelte imaginäre Lösung hätten ja das habe ich im letzten Livestream gemacht und auch in dem Livestream zu DGLs in dem Fall könnten wir auch mit dem Superpositionsprinzip arbeiten mit der Überlagerung hier mit der so dass wir die also schreibt es auf mit komplexen Lösungen vollkommen in Ordnung und dann gilt wenn man komplexe Lösungen hat dann würde man einfach sowas tun die eine Lösung plus die zweite durch zwei das wäre dann eine neue damit würde der damit würde ein imaginärteil wegfallen und eine andere Lösung wäre dann Y1 minus Y2 durch 2i also das hat nichts mit der Aufgabe zu tun für alle die gerade zugucken sondern nur aufgrund der Frage eben wenn man komplexe Werte hat wenn man hier zum Beispiel raus hat 3 plus i und 3 minus i dann würde ich folgendes empfehlen das hier zu tun denn wie gesagt eine Linearkombination homogener Lösungen bleibt homogen auf diese Weise fallen aber die imaginären Einheiten weg dann hat man am Ende nur noch Cosinus und Sinus über genau guck's dir nochmal im letzten Livestream oder in dem Livestream zu DGLs an das wäre der Schlüssel wenn man komplexe Lösungen hat beziehungsweise man könnte auch ganz frech sein und sagen ich lasse die komplexen Lösungen stehen warum nicht aber meistens möchte man es reell haben dürfen bei uns die römischen Zahlen bei LGLs nicht benutzen richtig ok also das ist dann müsst ihr dann abklären wie das wie eure Schreibweise sein muss normalerweise musst du dann in einer reellen Lösung umwandeln ganz genau das war der Trick damit wandelt man es um genau kann man den Ansatz vom Typ der rechten Seite erklären müssen wir ja man kann sie auch erraten aber schau dir Johnny schau dir mal bitte meinen Livestream an zu DGLs also ich möchte jetzt von der Zeit her schnell weiterkommen die Frage war jetzt was macht mir wenn da keine Null steht sondern wirklich eine Störfunktion und es gibt mehrere Möglichkeiten man kann eine Ansatzfunktion sich überlegen und die Ansatzfunktion ist eine nahezu perfekte Kopie von der Störfunktion nur eben mit allgemeinen Konstanten und auch da werden die Resonanzfälle gleich mit betrachtet wie gesagt schaut euch das Video an da habe ich es immer erklärt diesen alten Livestream das heißt so alt vom Februar glaube ich ansonsten geht auch die Variation der Konstanten ein bisschen aufwendiger finde ich aber ja auch cool Wronski Determinante gibt es auch Spezialfälle für zweite Ordnung dass man das sich als Formel merken kann naja ja es gibt dafür sogar allgemeine Formeln ja für N-Lech 2 zum Beispiel naja und in homogen kommt nicht in der Klausur also bleibt es erstmal hierbei ok ich wäre richtig krasser Fensterputzer geworden ja wenn das hier alles scheitert ist da wo ihr mich buchen könnt so jetzt kommt eine ach ne schade ich habe die Ricati übersprungen also jetzt kommt die nächste Teilaufgabe und die finde ich ziemlich gut die werdet ihr auch nicht in dem alten Livestream zu Differentialgleichungen finden da habe ich nämlich gesagt Ricati Differentialgleichungen machen wir ein andermal heute ist es soweit endlich und es ist ein Anfangswert vorgegeben ist eine Differentialgleichung erste Ordnung dabei kommt ja nur die erste Ableitung vor also auch nur ein Anfangswert und wir haben die gesamte Lösung raus so haben wir es eine Konstante gibt es am Ende dafür gibt es einen Anfangswert um das zu lösen und wir sollen diese Differentialgleichung berechnen also wir sollen die Funktion rausfinden und da steht Hinweis sie dürfen annehmen dass eine partikuläre Lösung sie dürfen annehmen dass 3-5x eine partikuläre Lösung ist also da hat jemand für uns schon mal irgendwas gerechnet oder erraten oder aus einer Anwendung heraus den logischen Schluss gezogen dass 3-5x bereits eine Lösung ist so und das ist zwingend notwendig denn es gibt für Riccati Differentialgleichungen keine allgemeine Formel man müsste erstmal eine Lösung erraten das klingt halt dumm und deswegen haben das auch viele eben nicht hier kam es aber vor und anstatt dass wir eine Lösung raten müssen wurde uns einfach eine partikuläre Lösung vorgegeben und die brauchen wir zwingend sonst geht es nicht weiter es gibt keine allgemeine Formel für Riccati ich weiß nicht ob man beweisen kann dass es keine gibt oder ob wir es bisher noch nicht rausgefunden haben das kann ich euch nicht sagen aber zum aktuellen Stelle es gibt keine die wir na gut dann geht es los ja bei Riccati ich bin ganz ehrlich ich muss ich muss abschauen ich habe die Formel mit dem Kopf ich benutze die viel zu selten hier ich nutze übrigens von Peter Fohlan das gelbe Rechenbuch 3 ist ziemlich cool ich muss man ehrlich zu sich selber sein ich habe die Formel für Riccati nicht im Kopf ich kann euch aber sagen dass die Formel also wenn ihr das umgestellt habt dann kann ich euch das mal kenntlich machen was ihr für wichtige Elemente gibt auf die ihr achten müsst und zwar y' ist gleich so in der Anfang also sieht genauso aus wie bei linearen Differenzialgleichungen ihr habt auch f von x mal y also das was ans y dran multipliziert wird nennen wir f von x genau wie bei einer linearen und dann gibt es da und dann ist es ein Misch aus einer Bernoulli und einer linearen Differenzialgleichung bei einer Bernoulli Differenzialgleichung da kam doch jetzt hinten noch so ein sowas hier vor g von x mal y Quadrat beziehungsweise Bernoulli war auch dass man ja andere Exponenten haben kann bei Riccati ist aber wichtig dass es y Quadrat ist und jetzt ist es neu es kommt noch eine noch eine Funktion hinten dran quasi wie die Störfunktion die nichts mit y zu tun hat so das ist die Riccati Differenzialgleichung und ihr seht ja schon dass wenn g gleich 0 ist also der wegfällt haben wir eine lineare Differenzialgleichung wenn h wegfällt haben wir eine Bernoulli Differenzialgleichung also Riccati ist eine Art Mischung aus all den Roncali ne Riccati mit Doppel C vielleicht Riccati oder Riccati weiß es gar nicht ich weiß gar nicht wie man es ausspricht ich habe mal Riccati gesagt ja Riccati ja und wie gesagt ich gucke kurz ab ja ich bin da bin ich ehrlich habe die Formel nicht ganz im Kopf ich werde mal ein Video zu machen ich hoffe auch dass ich mir einprägen kann Bernoulli zum Beispiel habe ich mir schon eingeprägt die habe ich einfach zu selten benutzt als dass ich sie schon im Kopf habe und zwar steht hier wenn wir eine Lösung haben also sagen wir genau hier steht Z ich nenne es mal YP ich will mal hier bei der Bezeichnung vom Professor bleiben dass alle Lösungen die es gibt haben diese Form hier YP plus 1 durch U also alle Lösungen die wir jetzt noch suchen außer der einen die wir schon kennen diesen YP die haben alle diese Gestalt also wenn wir quasi jetzt nach U umstellen wäre das eine Substitution die wir durchführen und wenn wir das jetzt nach U umstellen würden und dann einfach den Differentialquotienten DU nach DX ja wenn wir das einfach umstellen und einsetzen würden dann kommen wir auf folgende Differentialgleichung U' gleich minus zweimal der homogenen äh der partikulären Lösung mal der Störfunktion G also ich versuche es mal ein bisschen farblich zu machen also seht schon ich habe das nicht das ist jetzt noch nicht auswendig drauf würde ich jetzt für die Prüfung lernen müssen würde ich mir wahrscheinlich noch mal auswendig reinzimmern äh ja aber so hoffe ich dass es für euch okay ist oh da sieht das gerade nicht auswendig weiß äh plus F und dann mal U minus G so war das ja genau das ist so richtig also jetzt seht ihr schon äh warum ich das vielleicht nicht direkt alles im Kopf habe also die sieht schon sehr speziell aus ne das ist der ganze Witz wenn ihr jetzt nämlich ähm also wenn ihr die Substitution also wenn ihr eine Lösung kennt eine YP und jetzt diese Substitution hier durchführt ne stellt das gerne mal nach U um also könntet ihr mal aus Spaß mal hier machen ne U ist gleich äh minus dem und dann Kehrwert also äh 1 durch Y minus YP ne wenn man jetzt eine Lösung YP kennt und dann genau diese Substitution durchführt ja dann kann man zeigen wenn ich jetzt den Differenzialquotienten DU nach DX bilde und das Ganze umstelle dass ich dann hier auf genau dass ich unsere Differenzialgleichung die da oben zu der hier reduziert und das hier ist wieder eine lineare Differenzialgleichung seht ihr das? linear weil das U linear ist und äh das ist dann der Vorfaktor und das ist die Störfunktion so und das ist der ganze Trick ne wenn ihr eine Lösung kennt setzt dort ein und dann habt ihr lediglich eine lineare Differenzialgleichung zu lösen und die Lösung von dieser linearen Differenzialgleichung dieses U tragt ihr hier ein und habt damit alle weiteren Lösungen die es gibt so mal gucken was ihr dazu sagt dann legen wir nämlich los ah ihr redet noch über die davor ne genau ist ja richtig ist ja richtig tauscht euch aus ja was ihr denkt was daran kommt bei euch wir machen jetzt an der Stelle weiter mit dieser Riccati Differenzialgleichung ja ich mache übrigens mal ein Video dazu ich glaube das wird demnächst mal kommen warum exakt dass das ist also man kann es ja auch direkt auf dem direkten Weg herleiten ist ja jetzt kein kein Hexenwerk man muss halt sich nur an diese Substitution erinnern das ist der ganze Trick so und wenn wir das jetzt tun dann haben wir achso dann müssen wir das natürlich erstmal rüberbringen wir müssen es erstmal nach y' umstellen wenn ihr das so machen wollt wie ich es dort aufgeschrieben habe und erst kommt der Termin y das ist der hier also minus 10xy und wisst ihr was ich tue ich werde das gleich mal farblich machen dass ihr gleich wisst was f, g und h sind also minus 10x das ist quasi unsere Funktion f dann haben wir noch hier minus y Quadrat also minus einmal y Quadrat und wir haben noch diese Funktion die nichts mit y zu tun hat das ist dann unsere ist dann scheinbar unsere Störfunktion unser h minus 25x Quadrat plus 4 so haben wir f, g und h zusammen und wenn wir jetzt die Substitution durchführen wie beschrieben erhalten wir auch das was wir wollen also wenn wir jetzt sagen u ist gleich 1 durch yp minus nein Quatsch y minus yp ja schreibt das ruhig nochmal hin die Substitution dann folgt da raus also dann wird der dazu dass wir haben u' ist gleich minus zweimal der homogenen zweimal dieser partikulären Lösung zweimal 3 minus 5x mal der Störfunktion mal minus 1 also wisst ihr was ich setze einfach minus davor plus unserer plus unserem f von x also minus 10x das ganze mal u und dann noch minus g also plus 1 und dann lasst uns das einfach auflösen und dann haben wir wieder ganz normal eine lineare Differenzialgleichung mit der wir wieder ganz regulär mit den Formeln arbeiten können die habe ich dann tatsächlich zum Glück noch im Kopf weil die sehr oft vorkommt hier ich würde einfach ausmultiplizieren dann haben wir nämlich u' gleich ähm was ist das minus 6 ähm ah minus 6 plus 10x plus 10x minus 10x fällt weg also haben wir hier minus 6 und dann noch mit minus davor eine plus 6 wow also tatsächlich das ganze Ding bricht ja komplett in sich zusammen äh mehr als ich jetzt eigentlich ja äh so ja mehr als man sich wünschen kann hätte wohl hier noch ein paar x drin vorkommen können ja so schlimm wäre das jetzt nicht gewesen aber cool äh freu ich mich so und das Schöne ist jetzt lassen sich nämlich die homogene und partikuläre Lösung ja habe ich auch wieder dazu gemacht wieder ganz normal bestimmen äh das ist nämlich 10 mal e hoch dem Integral von dieser Funktion hier ne das ist ein bisschen komisch weil es eine Zahl ist ja da könnte auch ein x drin vorkommen das wäre kein Problem oder ein Sinus x oder was auch immer alles schon gesehen und 6 integriert ist dann 6x ja und damit haben wir die homogene Lösung zusammen und die partikuläre Lösung von dieser Differenzialgleichung hier äh das ist immer die homogene mal Integral von Störfunktion also genau Störfunktion ist hier gerade die plus 1 durch homogene Lösung ja jetzt habe ich das natürlich direkt eingesetzt das ist ein bisschen blöd weil jetzt erkennt ihr vielleicht gar nicht wo das herkommt ähm ich würde empfehlen tatsächlich guckt euch mal kurz mein Video an zu also wer gerade die Formel nicht im Kopf hat schaut euch mein Video an zu linearen Differenzialgleichungen in erster Ordnung ja da habe ich das nochmal äh habe ich das auch nochmal hergeleitet in dem anderen Video und in zwei Videos habe ich genauso eine Rechnung durchgeführt also wenn ihr euch jetzt gerade fragt wo kommt jetzt nochmal diese Formel her mhm Trennung der Veränderlichen und Variation der Konstanten die habe ich hier benutzt nur ich habe gleich alle Schritte mit einmal gemacht und das ist dann die Formel so also noch das Ding integrieren und jetzt sind wir durch ich will das bevor ich gucke was ihr für Fragen stellt will ich gleich nochmal schnell ausrechnen hier immer wenn ihr ein e unten im Nenner habt ne dann ist es praktisch wenn man es zum Beispiel hochzieht e hoch minus 6x daraus macht also also Bruch bedeutet Minus im Exponenten und Minus im Exponent heißt Bruch ist einfach praktischer weil man es dadurch ganz leicht integrieren kann so wenn wir e hoch minus 6x integrieren bleibt es erstmal e hoch minus 6x aber es kommt noch Regel für lineares integrieren der Kehrwert von diesem Vorfaktor Kehrwert von minus 6 kommt noch nach vorne Minus ein Sechstel so und dann hier zum Beispiel ganz praktisch die Basen sind gleich also dürfen die Exponenten addiert werden ergibt e hoch 0 also 1 ja und damit haben wir als partikuläre Lösung raus Minus ein Sechstel so das schreibe ich nochmal kurz auf und dann gucken wir nochmal ob ihr dazu Fragen habt ja also bei den Formeln müsst ihr mir glauben schaut euch gerne nochmal die Videos dazu an ich wollte das jetzt nur nicht zu sehr in die Länge ziehen ich glaube eine fette Substitution reicht ja die Lösungsformeln die sind lassen sich konstruktiv herleiten also der Beweis der Lösungsformeln ist der Rechenweg selbst ja gut das heißt wir haben jetzt für für das U raus homogene Lösung plus partikuläre Lösung ja und das werden wir jetzt gleich noch hier oben einsetzen äh vorher möchte ich aber nochmal dass ihr wenn es hier einsetzen ja gucken ob ihr dazu eine Frage habt falls ich irgendwie zu schnell war oder irgendeine Zwischenfrage oder irgendwas ist äh ja wie würde man die Lösung erraten es gibt keinen Trick also es ist äh ich bin mir nicht mal sicher ob es ob man schon bewiesen hat dass es einfach unmöglich ist oder ob wir einfach nach all den hundert Jahren Mathematik tausenden Jahren es einfach noch nicht geschafft haben also ich kann gerade nicht sagen ob es einfach generell unmöglich ist ob man diesen Beweis schon geführt hat also wir kriegen es einfach nicht hin ja also wir können jetzt nicht einen äh eine Lösungsmethode euch da geben auch mit dem Erraten das muss man echt mit Schlaum hingucken machen das halt hat nichts mit es hat wirklich nur mit Kreativität zu tun ja ich kann euch jetzt keinen Trick verraten wie man er rät kann ich nicht also bei einfachen kann man mal ein bisschen durchtesten mal ein paar konstante testen das wäre natürlich witzig ne konstante Zahlen testen mal x testen mal x Quadrat so Polynome mal ein Sinus Cosinus mal eine E-Funktion aber ja hier Polynom war ja gar nicht so weit gefehlt aber 3 minus 5x naja keine Ahnung ob ich drauf gekommen wäre denke nicht gibt vielleicht noch andere und niemand hat explizit heute noch Wronsky gefragt ja hm der Rest ist ja quasi Schema Schema F ja genau ihr wisst wahrscheinlich schon Bescheid ab einem gewissen Punkt wird es wieder langweilig deswegen werden wir die Aufgabe relativ jetzt schnell noch beenden das bedeutet also ich habe es ja oben schon mal hingeschrieben dass das y immer partikuläre plus 1 durch die Lösung ist die wir gerade ausgerechnet haben also hier Sternchen ist hier Sternchen und dann haben wir unsere partikuläre Lösung 3 minus 5x plus und jetzt der Kehrwert von dem dort ist ein bisschen unschön weil jetzt haben wir da irgendwie einen Bruch im Bruch das geht auf jeden Fall eleganter also das ist jetzt gar keine Frage geht auf jeden Fall eleganter aber interessiert mich nicht ich möchte nur die Aufgabe schnell beenden wir könnten jetzt hier noch eine 6 ausklammern hätten wir vielleicht machen können egal so das ist es wir haben alle Lösungen zusammen hier oben steht eine Lösung die war vorgegeben und alle anderen Lösungen die es gibt die stecken hier alle unendlich vielen weiteren jetzt ist nur die Frage nach dem Anfangswertproblem noch offen jetzt kann es nämlich sein dass die obere bereits das Anfangswertproblem löst das wäre natürlich ein super witziger Zufall wenn man eine 0 einsetzt kommt dann wirklich eine 5 raus nein tut es nicht wenn ich eine 0 einsetze dann kommt hier eine 3 raus und keine 5 also die ursprüngliche vorgegebene Lösung gehört nicht zu unserem Anfangswertproblem wir brauchen also wirklich das hier wir setzen unseren Anfangswert hier ein und stellen das Ganze nach C um genau und das würde ich einfach noch schnell mit euch erledigen und dann einfach zur nächsten Aufgabe übergehen um das Anfangswertproblem zu lösen also Y von 0 gleich 5 machen wir es wie immer wir setzen für das X eine 0 ein für das Y eine 5 Y ist gleich 5 das steht auf der linken Seite hier Y und auf der rechten setzen wir für jedes X eine 0 ein dann haben wir 3 plus weil das ist ja eine 0 dann haben wir 1 durch und wenn hier eine 0 ist haben wir C minus 1 Sechstel ja jetzt sehe ich gerade sehr praktischer gewesen hätten wir noch die 1 Sechstel ausgeklammert ist jetzt aber auch egal wir könnten hier rechnen minus 3 und dann könnten wir einfach auf beiden Seiten den Kehrwert machen wir machen das Reziproke den Kehrwert damit kommt der Term nämlich nach oben kleiner Fehler aber ich denke dass es euch wahrscheinlich eher weniger passiert man darf hier nicht einfach aufteilen aber ich glaube gut wer sich mit höherer Mathematik 3 beschäftigt dann ja mit dem Kürzen denke ich klappt das so noch plus 1 Sechstel und wir haben es raus C ist gleich 1 Halb plus 1 Sechstel 3 Sechstel plus 1 Sechstel sind 4 Sechstel sind wir bei 2 Drittel und damit ist die Aufgabe erfüllt ja so ist es wir setzen das könnt das Ziel gerne nochmal einsetzen aber das war es eine Kurvendiskussion zu einer Betragsfunktion passt hier glaube ich gerade leider nicht rein ja so das ist es habt ihr dazu noch eine Frage weil ansonsten würde ich sagen 3 Stunden schon wieder das kann doch nicht wahr sein ich also nach meinem Gefühl hätten sie doch nur 1,5 sein können also über eine Stunde auf jeden Fall Mann 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 gut ich scrolle nicht mehr durch wie viel noch ist es sind noch 2 Aufgaben und dann kommt Aufgaben Teil 3 aber ich glaube die nächste das wird die aufwendigste von allen sein die hat sie mich nochmal richtig in sich ich glaube ich trinke jetzt noch einen Schluck ja ja wie sieht es eigentlich aus bei euch 104 Leute 131 haben schon gesagt ihnen gefällt was wir hier machen es gefällt 132 ja ich denke es ist wirklich eine gute Klausur für für viele für viele was dabei so ist wirklich einfach ja und das ist echt einfach das ist echt das ist echt ich bin Vielen Dank. Test, test, eins, zwei, drei. Ja, jetzt klappt es wieder. Es ist echt unglaublich. Ich habe mir echt so eine Akkus geholt, weil ich wollte ja nicht so, dass man so viel Batterien verschwendet, wegen Umweltmüll und so ein Kram. Jetzt halten die Dinger aber gerade nur drei Stunden nach all der Zeit. Ach, Mensch. Na gut. Ich habe die heute Morgen extra aufgeladen. Ich dachte beim letzten Mal war das ein Zufall, dass ich die falschen Batterien genommen habe. Na gut, Leute. Also, es scheint nicht zu viel verpasst, was ich gesagt habe. Ich würde nur sagen, das, was jetzt kommt, ist eine harte Nuss. Rechnerisch super aufwendig. Aber wie gesagt, rechnerisch, das ist jetzt nicht theorielastig. Also, das ist nichts mit großen Theoriekenntnissen. Wirklich brachiales Rechnen, was wir jetzt tun müssen. Und, achso, jetzt stand da nicht mal ein Vektor drüber. Das ist nämlich auch so eine Sache, da steht x Element r hoch drei. Und wenn jetzt im Folgenden von x geredet wird, dann meint man damit eben den Vektor. Ich lasse das mal bewusst weg, damit es so aussieht wie eine Aufgabe. Ein Halb kleiner als die 2-Norm von dem x kleiner als 1. Zusätzlich ist noch gegeben, dass minus x1 kleiner sein soll als x2. Außerdem ist gegeben, dass x1 größer ist als 0 und x2 kleiner als 0. Also, tatsächlich, das wird ein hartes Ding, den Integrationsbereich rauszufinden. Und ich glaube, das wird sehr vielen Leuten helfen, die auch genau damit Probleme haben. Ich kann mir viele fragen, wie mache ich das mit dem Integrationsbereich. Aber das reicht ja nicht aus. Das ist zwar die Menge, über die wir gleich integrieren müssen, aber der Integrant, die Funktion, die wir dann integrieren müssen, die hat es auch in sich. Das ist nämlich, achso, Moment, da ist es gegeben, dass... Okay, ah, ja, na gut. Macht, glaube ich, ist nur für die Theorie, damit alles abgesichert ist, damit wir uns hier nicht irgendwie kaputt machen müssen und Theorie rumschlagen müssen. Also die erste Variable des x1 soll positiv sein. Ist aber sowieso positiv von der Menge, darum weiß ich nicht, inwiefern das jetzt notwendig war. Die anderen beiden Variablen sind aber beliebige reelle Zahlen. Vielleicht auch einfach nur ein bisschen zur Verwirrung. Könnte auch sein. Also lasst euch davon nicht abschrecken, ja, ich dachte, ich schreibe es aber trotzdem hin. So, und die Funktion selber, die ja jetzt von drei Variablen abhängig ist, x1, 2, 3 oder x, y, z, die soll lauten Cosinus Hyperbolicus von der 2-Norm zum Quadrat. Also quasi wie Satz aus Pythagoras, nur dass man die Wurzel weglassen kann, da, durch das Quadrat. Geteilt durch ebenfalls die 2-Norm zum Quadrat. Also x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat, ne, könnte man auch ausschreiben. Ähm, mal x2 mal x3 durch x1 und am Ende noch minus 1. Wow, das ist eine fette Aufgabe, ne. Auch hier, ne, ihr könntet auch direkt sagen, x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. Auch hier, x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat und die Wurzel daraus. Ähm, können auch mal quadrieren, dann haben wir nämlich ein Viertel und eins. Äh, ja, das heißt also, dieses geometrische Objekt, das hatten wir schon, x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat, ne. Ähm, nur eben, dass jetzt nicht ist gleich dasteht, sondern kleiner, das bedeutet jetzt auch alles dazwischen. Das heißt, wir nehmen genau das geometrische Objekt von vorhin, nur eben auch, was da drinnen liegt, dazwischen liegt, ne. Diesmal haben wir eben nicht nur eine Kugel, sondern auch das Innere davon, also nicht nur die Oberfläche. Diesmal haben wir wirklich ein Volumen, einen Kugelkörper. Aber auch nicht komplette Kugelkörper, sondern nur mit Radius von 1,5 bis 1. Also, wenn man dann quasi eine Kugel, wenn man eine Einheitskugel, eine Kugel mit Radius 1 nimmt und die dann aushöhlt von innen mit einem Radius von 1,5. Man schneidet eine kleine Kugel aus dem Inneren raus, ja. Und hat dann quasi diesen, wie nennt man das, ist quasi wie eine Sphäre, nur eben dicker, ne, mit einem Volumen. Und zusätzlich wird da noch irgendwie reingecuttet, am besten wir gucken uns diese drei Dinger nochmal extra dann in einer, in der X1, X2 Ebene an, weil meine 3D Zeichenkünste nicht so gut sind. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen besser. So, soll X2 nicht größer 0 sein? In dem Blatt, was ich hier habe, steht X1 größer 0, X2 kleiner 0. Das ist B. Genau. Die Aufgabe wurde damals komplett aus der Wertung genommen. Ho, na Mensch, dann heißt das doch. Das ist eine coole Aufgabe. Die Aufgabe ist nicht lösbar, soweit ich das mitbekommen habe. Doch, die ist lösbar. Ich habe sie gestern auch gelöst. Ich habe sie ja vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach ins Blaue rate. Da weiß ich auch, da ist, ich kann mich noch erinnern, was sagt ihr nochmal, ich habe auch gehört, dass diese Aufgabe wurde ausgestrichen nach der Klausur. Egal, Leute, die machen die jetzt. Wir machen diese Aufgabe, weil die gut ist. Ja, eine Hammeraufgabe, um nochmal das gesamte Thema zu erklären. Gesucht ist jetzt nämlich, die ist auf jeden Fall lösbar. Es sei denn, ich habe einen theoretischen kleinen Zusammenhang übersehen. Bin aber guter Dinge, dass ich das nicht getan habe. Wir werden es überprüfen. Dann können wir ja danach nochmal drüber reden. Dieses Integral ist gesucht. Und ich finde das halt super provokant. Es sieht aus wie in der Schule, f von x dx. Aber dx, das ist ein Vektor. Weil x selber ist ja x1, 2, 3. Also wenn das ein Vektor ist, ja, ähm, ähm, ne, Moment, jetzt muss ich überlegen. Ne, ist kein Vektor, Entschuldigung. Also, ähm, das bedeutet einfach nur dx. Also nochmal, wenn das ein Vektor ist, ist das ein Vektor. Wenn das ein Skalar ist, ist das ein Skalar. So, lass dich nicht verwirren. So, das ist aber ein Skalar. Seht ihr das? Auf R. Das ist R hoch 1. Also f ist eine skalare Funktion, also ist dx auch ein Skalar. Das bedeutet also, dx ist nichts anderes wie dx, 1, 2, 3. Also man könnte sagen, ähm, dx gleich dx, 1, x, 2, x, 3. Was einfach nur bedeutet, wir sollen über, äh, das gesamte Volumen der, von V integrieren. Ne, wir sollen über das gesamte Volumen von V integrieren. Ne, V steht wahrscheinlich für Volumen. Jetzt macht das auch Sinn. Ich dachte, K für Kugel vielleicht. Äh, okay. Also wir haben hier ein Gebietsintegral. Und da x dreidimensional ist, ist das hier auch ein Dreifachintegral. Also das hier ist quasi so, ja. Ja, können wir ja ruhig machen. Wird uns ja, darf uns ja keiner, kann uns ja keiner verbieten, dass wir das hier nur ein bisschen, äh, ein bisschen schöner schreiben. Und dass ich das hier so in die Klammer schreibe, hat einfach nur die Bedeutung, äh, ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen, wonach ich zuerst integriere. Ich hab einfach alle drei. Ich hab 1, 2, 3, so, ne. So, das ist gesucht. Finde ich ein bisschen schöner, die Schreibweise. Also einfach ein bisschen mehr zu sehen, was eigentlich zu tun ist. So, und jetzt könnten wir natürlich nach allen drei Variablen in kathesischen Koordinaten, äh, integrieren. Ihr habt aber schon selber gesagt, naja, bei Kugeln bieten sich wohl die Kugelkoordinaten mehr an, ja. Ähm, weil dann werden die Integrationsgrenzen konstant. Dann haben wir nämlich nur noch, äh, ein Quader, über den wir integrieren. Und wenn die Funktion selber nicht ineinander verkettet ist, sondern nur multiplikativ getrennt, wie es hier gerade den Anschein hat, ja, dann werde ich am Ende auch alle drei Integrale mit einmal berechnen können. Schlimm wäre es nur, wenn es jetzt eine Ineinanderverkettung geben würde. Äh, genau. Ja, und das hier macht keine Probleme. Das ist zwar so eine Ineinanderverkettung, aber wenn ihr gerade, das ist ja gerade der Witz an Kugelkoordinaten, ne. Wenn ihr bei Kugelkoordinaten, also wenn ihr bei einer Kugel Kugelkoordinaten nehmt, ja, dann kommt gerade der Radius am Ende als Ergebnis bei raus. Das ist ja der Sinn dahinter. Also wenn wir jetzt Kugelkoordinaten nehmen, dann werden die hier zu Radius Quadrat. Genau. Dann haben wir tatsächlich nur einen Radius, äh, da gibt es keine Verkettung von Radius und den Winkeln. Dann kommt noch der Winkel Phi und Theta hier vor, aber alles multiplikativ. Also wir können alle drei Integrale trennen und alle mit einmal berechnen. Das sieht jetzt nur komisch aus. Also das kann man jetzt schon erkennen. Ähm, so, das werden wir jetzt tun. Äh, das Problem ist nur, wir müssen diesen Integrationsbereich irgendwie aufschreiben. Und am besten wäre es, wenn man den aufmalt. Dieses hintere Ding, das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen. Dass hier vorne diese Kugel oder der Ausschnitt der Kugel, ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, das ist erstmal kein Problem. Ja, das hier hinten. Das macht ein bisschen Bauchschmerzen, aber dafür machen wir eine extra Skizze in der X1, X2 Ebene, um genau zu sagen, wo wird eigentlich durchgeschnitten. So, und bevor wir jetzt diese, nee, Moment, genau, wie machen wir das? Wir werden erstmal, Schritt 1, das, äh, Volumen, also diese, diese Kugel, die werden wir, die werden wir parametrisieren. Ich nenne es einfach mal weiterhin V, auch wenn das vielleicht mathematisch eine kleine Unart ist, dass man die Parametrisierung genauso nennt wie das Objekt selbst. Aber es gibt genauso, so viele Mathematiker, die tun das, wie sie, welche, die es verteufeln. Ja, ich finde es okay. Und dieses Volumen, ja, das besteht jetzt aus drei Variablen. Es ist dreidimensional. Das erkennt man hier an dem Körper da oben, erkennt man auch an den drei Integralen. Es ist dreidimensional, so, darum auch drei Variablen. Und wir befinden uns im dreidimensionalen Raum, das steht man daran. Deswegen haben wir auch wieder einen Vektor mit drei Komponenten. Genau, ich mache ein bisschen größer. Und wir haben schon gesagt, dass Kugelkoordinaten wahrscheinlich die beste Wahl sind. Jetzt ist immer die Frage, wie fangen wir rum an? Soll ich direkt sagen, wir nutzen Kugelkoordinaten oder soll ich die Kugel erstmal aufmalen, dass wir sehen, ja, wir haben wirklich eine Kugel. Hier dran solltet ihr es aber schon erkennen, dass es eine Kugel ist. Denn das ist x1² plus x2² plus x3² und mit Wurzel. Das ist die Zweinorm, die Bedeutung. Also wir haben eine Kugel auf jeden Fall. Wisst ihr was? Ich male es vielleicht doch erstmal an und mache es irgendwie so halbparallel. So, x1, x2 und nach oben hin x3. Puh, jetzt wird es spannend. Also wir haben hier eine Kugel. Das heißt erstmal eine Kreisfläche in der xy-Ebene und dann so hier. Ist das eine Kugel? Na ja, könnte man sich denken, oder? So ein bisschen. Und dann geht es hier runter. Na ja. Seht ihr das? Das könnte doch eine Kugel sein. Sieht doch erstmal nicht schlecht aus. Und von dieser Kugel, haben wir jetzt gesagt, ist der maximale Radius 1. Also eigentlich kleiner als 1. Das ist dann hier, ist dann eine 1 überall. Aber nach innen hin geht es bis 1,5. Ich kriege das gerade nicht so hin, dass jetzt noch eine kleine Kugel mit Radius 1,5. Ich glaube, das wird zu eine große Schmiererei. Ich male mal die volle Kugel mit Radius 1 und wir denken uns dann einfach, dass innen eine kleine Kugel mit Radius 1,5 ausgehöhlt ist. Okay? Einfach für die Skizze, für die Überschaubarkeit. Okay, das ist unsere Kugel. Und jetzt gibt es hier diese zusätzliche Anweisung x1 und x2. Wenn x1 positiv ist, dann heißt das, dass wir uns hier auf dieser Achse befinden. Das bedeutet, von diesen 8 Oktanten, die es gibt, es gibt ja im zweidimensionalen 4 Quadranten, im dreidimensionalen 8 Oktanten, weil ja jede Variable positiv und negativ sein kann. Kombinatorik 2x2x2, 8 Möglichkeiten. Das heißt, wir haben jetzt, wenn x1 positiv ist, bleiben nur noch die vorderen 4 Oktanten über und die hinteren fallen weg. Und wenn x2 negativ sein soll, also hier drüben, dann heißt es, wenn ihr euch das mal irgendwie vorstellen könnt, dreidimensional, dann bleiben da nur noch 2 Oktanten über. Und zwar die vorderen beiden. Da, wo x2 negativ und x1 positiv ist, und da ist es egal, ob x3 positiv oder negativ ist. Also, wenn ich das mal versuche einzuzeichnen, dann ist das hier die Abgrenzung und hier die Abgrenzung. Genau, das ist die Abgrenzung, aber es geht auch nach oben und nach unten weiter, also in die positive und negative Richtung. Das heißt, wir haben tatsächlich nur ein Viertel der ganzen Kugel, aber eben so ein witziges Viertel, wenn ich es mache. Ja, schon sieht ein bisschen lustig aus. Na ja, ich hoffe, das kann man sich gut vorstellen. Das geht da hinten auch noch so weiter. Hier rum. Also, diesen Bereich der Kugel haben wir. Ja, dann könnte ich auch hier den malen. So. Aber wir nehmen auch nicht die gesamte Kugel, sondern wir haben hier noch eine kleine Einschränkung und das ist nämlich eine Ebene. Diese Ebene säbelt uns da noch rein und die macht es sehr unangenehm. Ich werde sie mal, ich werde auch gleich zur Seite gehen, hier unten anmalen. Ich möchte das Ganze mal, ich möchte mal in der x1, x2 Ebene, weil um die beiden geht es ja, möchte ich mal diese Ebene anmalen. Und die werde ich dann versuchen, hier durchzulegen. x1, x2 Ebene ist das, was hier platt auf dem Boden liegt. x1 ist das, was nach hier zeigt, x2 nach da. Ich habe das mal so genommen, so rum und dann an die Wand gelegt. Das ist wichtig, die Orientierung auch zu behalten. Und x1 gleich x2 oder minus x1 gleich x2, das bedeutet, dass man hier so eine Gerade hat. Diese Gerade ist x1, also x2 gleich minus x1. Das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule, y gleich minus x, die Funktion, die sieht eben so aus. Und die Frage ist nur, was heißt denn das Kleinerzeichen? Damit befinden wir uns ja auf einer der beiden Halbseiten, auf einer der beiden Halbebenen. Naja, und jetzt könnte man eine Punktprobe machen, man könnte zum Beispiel sagen, ich setze jetzt, also ich habe es mir so gemerkt, x2 ist ja größer als diese Funktion, also größer bedeutet oberhalb von der Funktion, das heißt hier lang. Ihr könnt aber eine Punktprobe machen, indem ihr einen Punkt einsetzt, zum Beispiel, indem ihr sagt, 1,0, ihr setzt x1 gleich 1, x2 gleich 0 ein, den hier, und wenn ich eine 1 und dann eine 0 einsetze, dann steht da minus 1 kleiner 0, wahre Aussage. Wenn dieser Punkt dazu gehört, dann gehören alle Punkte in der Richtung dazu. Also doppelt geprüft, dass wirklich dieser Bereich hier oben gemeint ist, aber Achtung, wir haben ja noch x1 größer 0, also hier lang, und x2 kleiner 0, das bedeutet hier lang. So, und da, wo sich alle überschneiden, also x2 kleiner 0, x1 größer 0 und diese Bedingung noch, das bedeutet, dass wir im Endeffekt wirklich nur noch diesen Streifen hier haben. Also nur noch dieses Dreieck, das hier überbleibt. Jetzt habe ich zu viele Farben, glaube ich, genommen. Ich möchte mal, nee, ich wollte es schon gerne farblich lassen, also es ist tatsächlich am Ende nur noch das hier, da wo sich alle drei Bedingungen treffen, das ist dieser Bereich. Und den schneiden wir oben noch aus der Kugel raus und dann können wir endlich mit der Aufgabe weitermachen. Ich möchte mal gucken, was ich noch dazu geschrieben habe. Ihr sagt, da wäre ein Fehler. Ich sehe keinen Fehler in der Aufgabe. Ihr könnt mir aber sagen, wo der sein soll. Ich kann euch sagen, dass in der Musterlösung ein Fehler ist. Also ich dachte erst, das wäre Zufall. In der Musterlösung haben sie nämlich genau den Bereich hier unten genommen. Das hat sich dann mir dann erschlossen aus den Integrationsgrenzen. Aber das ist Quatsch. Das wäre nur dann der Bereich, wenn hier x1, nee, genau, das wäre, wenn hier das Zeichen umgedreht wäre oder hier das Vorzeichen anders. In dem Sinne, vielleicht die Musterlösung ist falsch. Ja, das könnte sein. Die Aufgabe an sich sehe ich aber nicht, wo sie falsch sein soll. Wir können aber gerne noch mal darüber reden, wenn wir fertig sind. Muss es nicht ein Viertel sein? Es ist ja nicht die Norm zum Quadrat. Ja, beim Radius dann. Ja, genau, das sind wir noch nicht. Ach so, wenn wir jetzt Quadrat machen, dann ist es natürlich ein Viertel, aber der Radius ist dann ein Halb. Der Radius ist ja immer, wenn wir jetzt quadrieren würden, dann ist das hier der Radius zum Quadrat. Also ohne, das ist der Radius, wie er da wirklich ist. Also das stimmt schon. Muss alles nachholen, weil ich weiß nicht. Genau, sehr gut. The Search True hat eine Antwort. Ich muss manchmal auch eure Antworten zulassen. Ich weiß nicht, warum der Algorithmus das manchmal aussieht. Genau, sehr gut. Gut erklärt. Aber die letzten 81 oder nicht. Okay, aber wir sind noch nicht durch. Wir sind ja erst mal, also wir sind kurz vor dem Knackpunkt. Wir haben das Wichtigste im Grunde schon angeschrieben und das wirklich Allerschwierigste ist jetzt auf die Integration. Also hier, wenn wir das aufgeschrieben haben, das können wir eigentlich auch jetzt schon machen, aber warten wir mal noch kurz. und die Integrationsgrenzen, das ist der eigentliche Knackpunkt. Und jetzt haben wir es doch raus. Wir befinden uns im Bereich, also wenn wir jetzt zwischen x1 und x2 hier so eine Ebene durchsäbeln würden. Hier geht so eine Ebene durch. Moment, nein, die geht, genau, die geht nicht hier durch. Ihr müsst mal gucken. Hier zeigen noch die Pfeile lang. Also wir schneiden das quasi hier durch. Das heißt, wir schneiden, hier, hier schneiden wir mit einer Ebene durch. Das ist diese Ebene. Jetzt muss ich reinschmieren. Wartet mal. Volle Konzentration. So hier, schneiden wir rein. Also werde ich auch folgendes tun. Ich werde so, 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 so. Also man sieht schon, wie man sieht, man sieht nichts mehr. Da schneidet eben diese Ebene rein. Und gemeint ist nur der Bereich x1 positiv, x2 negativ, also nehmen wir lediglich das zwischen, hier, also dieser Bereich ist es quasi, ne? Dieser Bereich. Und wenn man den jetzt nach oben und nach unten projiziert an die Kugel, ja, dann hat man es. Und das reicht uns aus, um die Grenzen aufzustellen. Wow. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich will nur mal gucken, ob ihr noch eine Frage habt oder eine Anmerkung. Ihr redet noch immer in Normen. Das ist vollkommen okay. Ähm. Du hast die Präsenzaufgabe schon durch. Ja, guck mal. Also das ist auf jeden Fall die Aufgabe, mit der wir uns jetzt durchschlagen. Ja, wir haben hier diese halbe, diese Viertelkugel und die wird nochmal durchgesäbelt und von der Viertelkugel nehmen wir uns nochmal so einen Ausschnitt. Also im Endeffekt haben wir eine Achtelkugel nur, Wenn wir hier die nochmal vierteln, äh, nochmal halbieren. Ähm. Aber das spielt keine Rolle. Wir interessieren uns jetzt nicht für das Volumen. Sondern wir wollen, mal gucken, was wir machen wollen. Wir wollen unsere, unser Volumen, unsere, äh, unsere Fläche parametrisieren. Das ist dort oben. Und parametrisieren machen wir am besten mit Kugelkoordinaten, ja? Nur, dass eben der Winkel in der X1, X2 Ebene durch diese Fläche nochmal eingeschränkt wurde. So. Jetzt gibt es verschiedene Arten der Parametrisierung. Und, äh, ich kann euch da nur höchst mein Video empfehlen. Das ist, glaube ich, Monat alt oder so. Ich weiß nicht. Ähm. Es geht um Polar- und Kugelkoordinaten, wo ich nochmal genau erkläre, wo die herkommen. Wie man sich das auch merken kann. Also, in jedem Fall kommt überall der Radius vor. Und jetzt gibt es zwei Arten der Parametrisierung. Das ist wirklich auch so eine, so eine Ländersache. Also, in den USA machen die es, glaube ich, anders als wir. Ähm. Und bei Physikern machen die es auch nochmal anders. Also, das ist je nach Anwendungsgebiet. Ähm. Wir wollen ja jetzt diesen Bereich haben, ne? Das bedeutet, ich würde empfehlen, dass, ähm... Moment, wie erklärt man es am besten? Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder steht unten in der Z-Komponente R mal Sinus Theta oder R mal Cosinus Theta. Okay? Wenn dort R mal Cosinus Theta steht, dann beginnt der Winkel bei der Achse hier oben und würde sich dann nach hier unten drehen. Wenn ich hier R mal Sinus Theta habe, dann würde der Winkel auf der X1, X2-Ebene anfangen und dann in Richtung der Z-Achse laufen, äh, X3-Achse. Das will ich aber nicht. Ich möchte, dass der Winkel hier oben anfängt und sich dann einmal um... um, äh... Pi, also quasi um 180 Grad rumdreht. Also, auf die X1, X2-Ebene drauf. Ne? Er läuft von hier auf die X1, X2-Ebene drauf. Deswegen möchte ich, weil ich möchte, er soll hier oben starten und ich würde jetzt gerne so einen Pfeil machen, der hier runter zeigt, so einen Pfeil machen, der auf die X1, X2-Ebene drauf zeigt. Deswegen mache ich hier oben, mache ich hier R mal Cosinus, Theta hin. Würde ich das haben wollen, dass es andersrum läuft, dass es von der X1, X2-Ebene anfängt und dann der Pfeil nach da zeigt, auf die X3-Achse drauf, dann würde ich jetzt hier R mal Sinus, Theta haben. Okay? Und jetzt ist das Witzige, dass, ähm, dieses... Wenn hier Cosinus steht, dann steht hier der Sinus von Theta. Und hätte ich es andersrum gemacht, hätte ich geschrieben hier unten den Sinus, dann hätte ich hier oben den Cosinus von Theta gehabt. Das ist wie mit Polarkoordinaten. Da, wo der Winkel anfängt, steht der Cosinus und da, wo er aufhört oder in die Richtung, in die es läuft, steht der Sinus. Und es läuft hier auf die X1, X2-Ebene drauf. Also beide gleichermaßen. Es ist egal, ob der Winkel jetzt hier drauf läuft oder da hinten runter läuft. Er startet auf jeden Fall hier oben und macht dann den Sprung auf die X1, X2-Ebene drauf. Ne? Warum steht hier der Sinus? Und dann, wenn ich diesen Winkel habe, ähm, diesen Winkel Theta, achso, genau, lass uns das überhaupt nochmal aufschreiben, ne? Der Radius, da kommt auch noch was gleich hin, der Radius liegt zwischen 1,5 und 1. Der Winkel Theta liegt, äh, zwischen, wir machen ja von hier bis runter bis zur, ähm, 180 Grad, also von 0 bis Pi, ja? Und, ähm, ja, wir starten hier und wollen 180 Grad uns runterdrehen. Und was wir jetzt tun, überlegt mal, wir haben einen Radius von hier bis hier. Das heißt, wir haben die gesamte, äh, Strecke schon aufgespannt. Äh, Quatsch, äh, von 1,5 angefangen, ne? Aufgespannt. Dann drehen wir den Winkel um 180 Grad, das heißt, wir haben wie so eine Art, ähm, also wie das, was wir vorhin hatten, wir haben, stell dir vor, ich mache hier auf die Innenseite, male ich Farbe an, ja? Und jetzt, jetzt lasse ich einfach, ähm, oder es hat eine gewisse Dicke einfach, eine Dicke von hier, Gehe weiter mit Radius 1,5. Und dieses Ding, das lasse ich jetzt um, äh, das lasse ich jetzt noch um die x1, x2 Achse rotieren und zwar um genau so viel rotieren, dass ich hier meinen blauen Bereich beschrieben habe. Okay? Ich, äh, beginne beispielsweise bei der x-Achse. Ich muss mich jetzt entscheiden, also, ich möchte jetzt nämlich noch, äh, eine, ich möchte, dass ich dieses gebogene Objekt, dieses gebogene Objekt, ne, Radius 1, Radius 1, äh, was 180 Grad rumgeht, dieses Ding, stellt euch das mal vor, bitte, ja? Wie ihr das Ding jetzt einfach nochmal rotieren lässt und überall, wo es drüber rotiert, da hat es, äh, Fläche oder Volumen überstrichen, also das ist quasi am Ende noch sichtbar, ne? Mit Farbe, wenn nicht. Was anstreiche. Und ich möchte dieses gebogene Ding, das möchte ich jetzt quasi so rotieren lassen und zwar angefangen bei der x1 Achse bis hin zu, also quasi von hier bis hier oder umgedreht, von hier bis hier, spielt ja keine Rolle, das kann mir ja egal sein. Also ich, ich möchte jetzt noch eine Kreisbewegung, eine Rotationsbewegung machen, ja? Äh, in der x1, x2 Ebene und deswegen kommen hier nochmal Polarkoordinaten rein und ich möchte, dass der Winkel anfängt bei der x1 Achse, also schreibe ich den Kosinus hier rein. äh, und den Sinus hier rein. Ich kann aber auch das umdrehen und sagen, oben Sinus, unten Kosinus, ne? Hier den Sinus Phi, Kosinus Phi, dann würde der Winkel einfach hier bei der x2 Achse anfangen und in Richtung der x1 Achse laufen. So rum fängt er bei der x1 Achse an und geht in Richtung der x2 Achse. Also er fängt hier an und der Winkel Phi zeigt quasi hier rum. So lang läuft der Winkel Phi. Und ich möchte ihn aber nur laufen lassen in dem blauen Bereich, also quasi von, ähm, von 0 Grad bis minus 45 Grad. Oder umgedreht von minus 45 Grad, also von, äh, äh, minus Pi Viertel bis hin zur x1 Achse selbst, bis hin zur 0. Und damit haben wir alles zusammen. Jetzt muss man genau streng genommen, äh, überall stehen ja, äh, runde Klammern, ne? Weil ja kleiner Zeichen sind. Aber das macht jetzt, äh, bei der Rechnung auch nichts mehr aus. So. Das ist es. Ja. Das ist die Parametrisierung des Körpers und ich denke, das war das Schwierigste. Alles, was jetzt kommt, wird relativ entspannt. Lasst uns aber gerne darüber reden, weil, ähm, das ist schon ein harter Brocken. Ähm, kann man nicht anders sagen. Äh, genau. So, 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 so. Ähm, okay. Also, soweit, so gut. Ähm, und wie gesagt, in der Musterlösung, ich hab die ja gleich mitgeschickt bekommen, da hab ich dann nochmal gleich verglichen, da wurde hier allerdings gesagt, ähm, ein anderer Bereich. Da wurde nämlich gesagt, von, ähm, von hier bis hier, haben sie gesagt. Also von, äh, sieben Viertel Pi, ne Quatsch, von, äh, dreihalbe Pi bis sieben Viertel Pi, ne? Ähm, ähm, das wäre der Fall gewesen, hätte man hier das Relationszeichen umgedreht, minus x1 größer x2, ne? Und jetzt weiß ich nicht, inwiefern, äh, nicht lösbar die Aufgabe sein soll, weil sie scheint sehr gut lösbar zu sein, aufgrund dieser Parametrisierung. Eventuell meinten sie damit, dass in der Musterlösung ein Fehler ist, das hat mich nämlich auch verwundert. Da hab ich mir echt dann noch eine Stunde lang den Kopf zerbrochen, ob ich nicht langsam blöd geworden bin, warum das nicht, äh, stimmt. Punktprobe gemacht, alles, ja, es hat funktioniert, es war scheinbar, das Ergebnis ist tatsächlich das gleiche wie in der Musterlösung, ähm, werdet ihr gleich sehen, weil es dann egal ist, ähm, welchen Bereich ich nehme. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, so ist es richtig und in der Musterlösung eben nicht. Wäre von 0 bis Pi Viertel auch okay? Nein, wäre nicht, denn 0 bis, 0 Grad ist hier und Pi Viertel ist hier, ne, aber den Bereich haben wir nicht. Wir haben den Bereich. Ja, es geht wirklich darum, diesen blauen Bereich zu beschreiben und wenn ich den, wenn ich den Cosinus Phi in der X-Komponente habe, der X1-Komponente, dann startet auch 0 Grad hier und wenn hier steht Cosinus Sinus, ne, dann startet nicht nur 0 Grad bei der X1-Komponente, sondern der Winkel zeigt auch in Richtung der X2-Komponente, also der zeigt so rum hier. Wenn ich beispielsweise Cosinus Phi und Sinus Phi vertausche, ne, dann steht auch der Cosinus in der X2-Komponente. Dann wäre 0 Grad hier oben, ja, also wenn hier Cosinus in der Sinus steht und der Winkel würde in Richtung der X1-Achse zeigen, also genauso sogar noch seinen Weg umdrehen, ne. Darum ist die Wahl von Cosinus und Sinus ist entscheidend dafür, äh, wo ihr startet und in welche Richtung ihr euch dreht. Und deswegen gibt es super viele Möglichkeiten, Kugelkoordinaten aufzuschreiben. Ihr könnt doch sagen, ihr schreibt hier unten Sinus Theta und hier oben Cosinus Theta hin, ne. Dann würde der Winkel allerdings hier auf der X1-X2-Ebene anfangen und sich dann nach oben beugen, äh, bis zur X3-Achse. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich hier oben starten und das Ganze bis nach unten drehen lassen, ne. Genau. Würde mich aber freuen, wenn ihr nochmal eine Anmerkung dazu sagt, wenn es wirklich nicht, ähm, was die Begründung gewesen sein soll, warum es hier Probleme gab, ich sehe das Problem nur in der Musterlösung. Obwohl, auch da, muss ich sagen, habe ich das gleiche Ergebnis raus, nur die Integrationsgrenzen, denke ich, sind nicht richtig gewesen. Fragt aber gerne nochmal nach und sagt mir nochmal Bescheid. So, Leute, jetzt machen wir das ganze Ding auch, weil der, das Gefährlichste ist eigentlich vorbei. Jetzt kommt der einfache Teil. Ähm, das ist unsere Parametrisierung, ne. Und das sagt uns doch, dass wir eigentlich gar keine Lust haben, nach x1, 2, 3 zu integrieren. Wir wollen nach r, Theta und nach phi integrieren. So, das bedeutet, wir machen jetzt an dieser Stelle, ja, wir machen mal hier, dann ist gleich, mit einem Kreis drum, das heißt, unten geht es weiter. Wir machen an dieser Stelle jetzt eine Transformation. Und die Transformation steht hier. Jedes x1 ersetzen wir dadurch, jedes x2 dadurch, jedes x3 dadurch. Ihr könnt gerne die Jacobi-Matrix bestimmen, die Determinante der Jacobi-Matrix, die man ja für solche Transformationen braucht. Oder, ihr wisst es zufällig auswendig, dass bei Kugelkoordinaten, die Determinante der Jacobi-Matrix, gerade r mal Sinus Quadrat von, lass mich nicht lügen, Theta ist, glaube ich. Ich habe ein bisschen blöd geschrieben vom Platz. Ich mache das mal ein bisschen anständiger kurz. Ja, wäre sehr praktisch, wenn ihr euch das auswendig einprägt. Dann haben wir nämlich nur noch unser dr. Achso, genau. Ich kann es übrigens auch mal wieder so in diese coole Schreibweise machen, im Sinne von, ich verrate noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das gleich machen möchte. Ich lasse mir noch alle Optionen offen. Auf jeden Fall ist das hier noch wichtig, wenn ihr den, ihr macht ja während der Integration eine Transformation. Und wenn es erst während der Integration passiert, dann braucht ihr das. Wenn ihr es vorher schon machen würdet, dann bräuchtet ihr es nicht. Dann steckt das bereits da mit drin. Gut, war aber nicht möglich, denn sie haben uns ja genau dieses Integral gegeben. Also wir mussten während der Integration diese Transformation jetzt durchführen. Mussten nicht, aber ich denke mal, das ist schon die einfachste Variante. Dann seht ihr das, alle Grenzen sind konstant, wir haben also am Ende einen Quader. Also das Integral, was wir ausrechnen sollen, besteht aus drei Integralen, mit diesen Grenzen. Und bevor ich mir jetzt die, ach wisst ihr was, eigentlich die Reihenfolge auch vollkommen egal, die Grenzen sind konstant, also kann ich mir jetzt auch die Reihenfolge aussuchen, wie ich möchte. Hier, ich schreibe einmal hin, phi von minus pi viertel bis 0, theta von 0 bis pi und r von 1 halb bis 1. Und jetzt müsst ihr lediglich, da wir uns ja während der gesamten Integration auf dieser Kugel befinden, auf dem Volumen, können wir auch für jedes x1 das einsetzen, für jedes x2 das und für jedes x3 das. So, und jetzt ist das Schöne, dass ja diese Kugelkoordinaten, die haben ja nur einen Zweck, die haben ja den Zweck, dass hier, wenn wir es hier einsetzen, wenn wir xyz, also x123 hier einsetzen, dann kommt gerade r² raus. Das ist ja genau der Sinn hinter dieser seltsamen Substitution. Das heißt, der hier wird zu r². Ich will das jetzt auch nicht nochmal extra nachrechnen, weil das ist ja der Sinn. Darum macht man ja Kugelkoordinaten, damit das passiert. Wir können das auch gerne nachprüfen, dass es passiert, aber das machen wir nicht jetzt während der Aufgabe. Machen wir als Spaß danach, wenn ihr Lust habt. So, mal x2 mal x3. Hm. x2 und x3, das sind die beiden, also wenn ich die multipliziere, habe ich hier auch r². Ich fasse die gleich zusammen. Sinus phi, Sinus theta und Cosinus theta. Also einfach nur die alle zusammen multipliziert und die erst zusammengefasst. Durch x1, also durch den oberen, das heißt, durch r mal Cosinus phi, Sinus theta, was den glücklichen Umstand hat, dass das hier sich ja wegkürzt. Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, irgendwie, dass es wirklich Probleme gibt, ist, dass im Integranten irgendwelche Probleme entstehen, also irgendwelche Polstellen oder irgendwas, weshalb das Ergebnis dann divergieren muss. Aber ich habe, also ich sehe jetzt nicht, wo es Probleme gibt, weil x1 ist eh eine positive Zahl. Also nach meinem Empfinden sollte die Aufgabe super zu lösen sein. Minus 1 dürfen wir nicht vergessen und dieses gesamte Monster, also dieser gesamte Integrant muss jetzt noch mit, also quasi wir haben jetzt, f ist das hier und die dx123, das sind die hier, also nochmal mal r Sinus Quadrat theta mal, dann jetzt den Differenzialen, gut, jetzt habe ich mich festgelegt, dr, d phi, nee, d theta und t phi. Ich kann die Reihenfolge aber auch noch umdrehen, weil die Integrationsgrenzen wie gesagt konstante Zahlen sind. So, das werden wir jetzt gleich noch berechnen. Ich will nur gucken, ob ihr noch Fragen habt. Du hast recht, die Parametrisierung mit den richtigen Grenzen ist das Schwierigste. Ja, ja, ist wirklich so. Also das Berechnen gleich werdet ihr sehen, das sieht komisch aus, ja, aber da die alle multiplikativ verknüpft sind, gut, hier ist kein Multiplikativ, aber wisst ihr was, wir multiplizieren einfach aus, dann haben wir zweimal das Dreifachintegral, aber immer multiplikative Verknüpfung, was uns den Vorteil bringt, dass wir alle Integrale gleichzeitig berechnen können und mit ein bisschen Glück sogar was wegfällt. Wann nimmt man die Determinante der Jacobi-Matrix und wann die Ableitung im Kreuzprodukt? Bei Oberflächenintegralen, ja, das kam, Biemann hat gleich noch beantwortet, sehr gut, bei Flussintegralen mit dem Kreuzprodukt. Und bei Volumenintegralen, genau, das ist gut zusammengefasst. In beiden Fällen heißt es Transformation, ist die Determinante als R² R² mal Sinus angegeben. Oh, habe ich mich vermacht, ist es R² mal Sinus? Jetzt habe ich mich vielleicht vermacht. Ich würde selber noch mal kurz nachschauen. Du sagst, es ist, okay, R² mal Sinus ist richtig, Dankeschön. Gut, sorry, das war ein bisschen blöd von mir. Okay, Dankeschön. Ja, super, haben wir das gleich korrigiert. Ach übrigens, wenn ich schon dabei bin hier, kurz mal weg. So, das meiste fällt gleich weg. Na, da bin ich gespannt. Dann machen wir mal jetzt zwei Dreifachintegrale. Wir multiplizieren das erst mal rein. Puh, also, wir haben jetzt hier erst mal unser Dreifachintegral. Ich mache einfach mal hier mit R Phi Theta, ne? Puh, oh Mann. Ne, wisst ihr was? Wir machen es, doch, wir machen es genauso. so, ach, machen wir halt einen Schritt mehr. Wir multiplizieren es rein. Dann haben wir, R und R kürzt sich weg. Ein R bleibt über. R mal Cosinus HR². Ne, ich habe das eine R gekürzt und das andere nach vorne gezogen. Dann, Sinus, Theta kommt dazu. Ich trenne die auch gleich mal. Dann kommen die Theta-Terme, also Sinus, Theta, Cosinus, Theta. Und dann kommen noch die Phi-Terme, Sinus, Phi durch Cosinus, Phi. Ja. Und jetzt sehe ich schon, wisst ihr was? Ich hätte auch gleich die Integrale. So, und genau, jetzt kommt natürlich noch einer hinten dran. Ich würde nur sagen, ihr dürft gleichzeitig alle Integrale mit einmal berechnen. Ich schreibe es nochmal oben hin. Und dann haben wir nochmal unser Dreifachintegral mit dem anderen Summanden. Mit R, Phi und Theta. Reihenfolge ist egal. mit R-Quadrat mal Sinus, Theta. Und auch hier, also immer noch Dr, R, Phi, Theta. Auch hier Dr, Phi, Theta. Huh. Okay. Also, lass uns die Integrale noch berechnen. Und, ja, das Schöne ist, da die Multiplikativ verknüpft sind, dürfen wir den hier nach R integrieren, den hier nach Theta integrieren und den hier nach Phi integrieren. Und zwar alle einzeln. Ja, das ist nämlich das Geniale. Das war von Anfang an schon ersichtlich. Aufgrund der multiplikativen Trennung. Und dass hier eben keine Verkettung mehr zustande kommt. So, jetzt könnte man das hier mit Substitution lösen. Das hier auch mit Substitution, beziehungsweise, ähm, das eine ist die Ableitung vom Nenner. Das heißt, Minus ln vom Kosinus müsste da rauskommen. und das hier entweder mit partieller Integration oder, äh, genau, entweder mit partieller Integration oder ihr benutzt einen coolen Trick und zwar mit dem doppelten Winkel. Ihr könntet sagen, ein halb mal Sinus von 2 Theta. Ist ein cooler Trick. Das ist immer, wenn ihr Sinus mal Kosinus integrieren sollt, würde ich das empfehlen. So, und alleine das zeigt mir schon, dass dieses gesamte Monster gleich sich von alleine kaputt macht. Da müssen wir nichts mehr dabei machen. Ich wische mal nur hier oben ab, weil ich gerade den Platz brauche. Aber ich will nicht die, nicht zu viel abwischen, nicht die, die ganze Menge wieder wegwischen. Ich mache mal so, ja, ich hoffe, das reicht. Ja, ich mache jetzt hier oben weiter. Ähm, also quasi hier. So, und jetzt guckt mal, den nach R integrieren könnten wir tun. Den nach V integrieren, warum nicht? Aber ich persönlich konzentriere mich gerade auf den da. Äh, wartet mal, ich mache es mal zum Ausführer. Ich, R mal, ich will es zumindest hinschreiben, ne, dass man nicht das Gefühl hat, ich hätte irgendwas weggelassen. Von 1,5 bis 1. Dann haben wir das Integral von, äh, äh, Theta, haben wir gesagt, ist auch egal, die Reihenfolge, ne, von 0 bis Pi, 1,5 mal Sinus. Vielleicht seht ihr das schon, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Na, wenn ihr den nämlich integriert in den Grenzen, ich meine, was ist denn das? Ist doch hier, guckt mal hier, die, äh, haben wir nur die halbe Periode und hier haben wir aber die doppelte. Ja, umgedreht. Auf jeden Fall, das, das cancelt sich doch gerade raus. Das können wir auch ausrechnen, ja. Und hier von Minus Pi Viertel bis 0. Ähm, sowas hier. Na gut. Äh, und dann geht es da hinten noch weiter, ja. Aber worauf ich hinaus möchte, ihr habt ihr ja schon gesagt wahrscheinlich, dass, äh, der hier, ne, wenn ich jetzt den integriere, auf den habe ich mich direkt konzentriert. Die anderen beiden sind mir auch deswegen egal, weil jetzt was Wunderschönes passiert. Sinus integriert ist ja, äh, Minus Cosinus, ja. Gut, dann noch Regel für Lineares integrieren, kommt noch eine Eineinhalb dazu, wie auch immer. Aber, wenn ich jetzt die Grenzen einsetze von 0 bis Pi, ne, äh, Cosinus von, äh, Cosinus von 2 Pi ist gleich 1. Und der Cosinus von 0 ist auch eine 1. Also, das liegt einfach daran, dass, dadurch, dass ich hier nur eine halbe Periode nehme, hier aber eine doppelte, dass ich also quasi wieder über eine gesamte Periode integriere. Der Funktionswert ist gleich. Hier kommt gleich 0 bei raus. Und wenn der Faktor 0 ist, dann kann ich die beiden eigentlich ignorieren. Ich kann es auch noch auf Spaß berechnen, aber die werden alle zu 0. Der fällt komplett weg. Und überbleibt lediglich der hier hinten. Und zwar, ähm, wenn ich R Quadrat nach R integriere, von 1 halb bis 1, hat man gesagt, ähm, wenn ich den Sinus Theta integriere von, äh, 0 bis Pi, ja, hier ist auch nur Sinus Theta, deswegen wird das nicht gleich zu 0. Und zu guter Letzt haben wir aber noch ein Integral von Phi gleich minus Pi Viertel bis 0. Und da war nämlich, denke ich, der Fehler in der Musterklausur, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, da war nämlich auch so ein Integraber eben von der andere Bereich. Im Endeffekt, da jetzt eine Konstante steht, ne, kein, kein Phi mehr, ist es aber auch egal. Am Ende ist es nur der, der Winkelabstand voneinander, der da reinkommt. Und deswegen hat das Ergebnis trotzdem hingehauen. So, jetzt möchte ich aber mal eure Meinung dazu lesen, bevor wir das noch abschließen, die Aufgabe. Ähm, genau, habt ihr ja gesagt, a² mal Sinus. Die meiste fällt nämlich genau deswegen weg, ne, kanntet ihr die bestimmt schon. Genau, mit Satz von Phobien die sehr angenehm, genau. Äh, äh, dann haben wir es. Dann, dann sind wir durch, Leute. Dann müssen wir lediglich dieses eine kleine Mini-Integral berechnen und das gesamte Monster ist bezwungen. Ja, wir haben es geschafft. So, der hier hinten, das ist nämlich gerade, also erstmal hier vorne ist komplett 0, ne, dann haben wir Minus, dann haben wir um 1 erhöhen, Kehrwert nach vorne, von 1,5 bis 1. Hier haben wir den Sinus integriert, ist Minus Cosinus, ne, könnten wir übrigens auch Minus, Minus, könnten wir gleich zu einem, äh, Plus machen, ne. Ähm, 0 bis Pi und hier kommt hinten nochmal Pi dran, na, es steht ja nichts da, es ist ja so wie die Konstante 1, 1 integriert wird zu der Variable, nach der wir integrieren, von Minus Pi Viertel bis 0 und damit haben wir es geschafft. Also wir haben, das ist jetzt ja, Minus, Minus wird zu Plus, dann haben wir 1 minus 1,5 hoch 3, 1 minus 1 Achtel, sind wir bei 7 Achtel, also 1 Drittel mal 7 Achtel, mal, und wenn wir jetzt einsetzen, Cosinus von Pi ist eine Minus 1 äh, und Cosinus von 0 ist eine 1, also Minus 1 minus 1 mal bei einer Mal minus 2 und hier haben wir 0 minus Minus Pi Viertel, also sind wir bei Pi Viertel, was noch dran multipliziert wird. So, und das war's, ähm, halbe Viertel kürzt sich zumindest zum Teil weg, dann bleiben wir bei, erst mal Minus vorne, ne, haben wir Pi halbe, 2 mal 3 sind wir bei 6, 6 mal 8 sind wir bei einer 48 und oben eine 7 und dann noch das Pi dazu und wir haben's geschafft. Puh, wow, was für eine Monsteraufgabe, Leute. Genau, gute Frage, wie kommt man auf R² mal Sinus Theta, indem man von der Substitution, die ich leider abgewischt hab, die, ähm, genau, die Jacobi-Matrix berechnet und davon die Determinante. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ihr die, die Parametrisierungen anders wählt, wenn ihr da irgendwas vertauscht, ne, dann könnten auch andere Ergebnisse rauskommen. Das ist wie, wenn man nicht die letzte Komponente Cosinus, sondern Sinus nennt, dann ich glaube, es stand dann am Ende hier ein Cosinus da, dass sich das mal genauso vertauscht. Äh, guckt da nochmal genau nach, aber, berechnet's einfach nochmal als Vorbereitung für die Prüfung, bin aber ziemlich sicher. Wow, ist vielleicht pingelig, aber rechts oben steht im dritten Summanden x2 Quadrat, so hat er aber x3 Quadrat, ja, ja, wahrscheinlich, äh, ich find's grad nicht, ah, du hast recht, ha, ja, sehr gut, natürlich. Sehr schön. Uh, ganz geschafft, Leute, Hammer. Ähm, ja, war mir sehr wichtig, dass wir die gemacht haben, ähm, die fand ich ziemlich hart, äh, sonst sag ich auch immer, für mich kein Problem, mehrdimensionale Integralrechnung, hab aber tatsächlich da eine ganze Weile erst mal überlegt, vor allem, das hat mich, ich glaub, fast eine Stunde oder so, eine halbe Stunde, lass es sein, äh, gekostet, also ich hatte gerechnet, ne, dann kam auch das gleiche Ergebnis raus, und denk mir, oh, perfekt, alles gut gemacht, und dann seh ich aber in den Integrationsgrenzen, die haben was anderes, Moment, was haben die denn? Und das hat sich mir nicht erschlossen, also, ähm, ja, also meine Meinung, die Aufgabe ist auf jeden Fall lösbar, ähm, fragt ruhig nochmal nach, also, ich seh auch nicht, wo es Probleme gibt, eventuell hätte man über Polstellen integriert, ne, aber x1 ist positiv, das war auch die einzige, durch die wir geteilt haben, also, alles gut, alles richtig gemacht, ne, wir haben, aber wir teilen ja auch durch r², aber r fängt bei 1,5 an, also, ich seh nicht, dass es Probleme geben kann, so, das ist alles gut, so, wir haben es geschafft, hm, das ist so eine harte Aufgabe, ne, ich war schon ein kleines Monster, ähm, ich bin ein bisschen stolz auf die Skizze grad, ich bin immer voll schlecht im, aber, ach na ja, es muss weg, nächste Aufgabe, wir haben noch keine Zeit, ich hätte es als Trophäe einfach dran lassen können, äh, äh, dafür, dass wir das Monster bezwungen haben hier, äh, egal, quatsch, weg mit dem Mist, äh, äh, ja, jetzt bin ich auch ein bisschen ausgelaugt, zum Glück sind wir ja fast durch, ne, kommt nicht mehr so viel, mal gucken, was wir jetzt noch machen, auf jeden Fall, ähm, das, dankeschön, dass mit den Grenzen, also, dass euch das mit den Grenzen gefallen hat, es war meine größte Sorge, dass es nicht rüberkommt, wie das mit den Grenzen funktioniert, und vor allem bei Kugelkoordinaten, das war früher für mich immer Mysterium, ich so, äh, ich nehme jetzt einfach diese Koordinaten, irgendwie, das klappt schon, ne, und dann auf einmal nimmt man nur einen Kugelausschnitt, dann ist alles für den Arsch, ne, also man muss genau wissen, äh, wo der Winkel anfängt und wo er endet, ne, er fängt da an, wo der Kosinus steht, er endet da, wo der Sinus steht, und auch, dass der Sinus eben in zwei Komponenten stand, dann geht es eben auf die gesamte Ebene drauf, ne, sowas, genau, das, ich glaube, das ist ein, wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr mit Kugelkoordinaten auch keine Probleme, eine Kugel, eine sehr gute Aufgabe, gut Leute, weiter geht's, Aufgabe 4, ähm, jetzt steht dort, Moment, ich schreibe das auf, und dann sage ich euch, was dort steht, eine Funktion g, oder eine Abbildung g, 0 unendlich hoch 3, das heißt einfach, alle Variablen, die jetzt reingesteckt werden, liegen, sind alle positiv, alle größer als 0, von 0 bis unendlich, und abgebildet werden drei Variablen in den r hoch 3, also scheinbar ist g ein Vektor, ein Vektor mit drei Komponenten, ja, der jeweils drei Variablen x, y, z in sich trägt, ähm, tatsächlich x, y, z, ne, das ist auch nicht, das kann auch x, 1, 2, 3 sein, ne, und zwar lautet das, äh, Cosinus Hyperbolicus von x plus y, der ln von y plus z, und Wurzel aus x plus z, so, haben wir es, und jetzt die Frage, ähm, ah, hast du sie hingeschrieben? Äh, genau, es geht hier nämlich um ein bisschen inverse Sachen, äh, wie inventiert man die Abbildung? Äh, ist jetzt hier nicht gefragt, äh, äh, aber man könnte es tun, indem man, man hat ja x gleich dem, y gleich dem, z gleich dem, und jetzt könnte man das halt weitestgehend versuchen, hier, das nach unten nach z, irgendwie aufzulösen, um, auflösen, umstellen, einsetzen, auflösen, umstellen, einsetzen, auflösen, umstellen, einsetzen, und dann hoffen, dass man da keine Probleme bekommt, ja, und, ähm, Cosinus Hyperbolicus sieht man ein bisschen schwierig, nein, geht auch, Cosinus Hyperbolicus ist ja lediglich, äh, äh, über e-Funktionen definiert, e hoch z, ein halbmal, ähm, e hoch z, plus e hoch minus z, ja, eventuell klappt das alles, ne, einmal mit ln, einmal, also, müsst ihr mal gucken, wenn ihr das wirklich auflösen wollt, also, ich könnte mir vorstellen, dass es klappt, äh, will ich jetzt aber nicht machen, das ist nicht die Aufgabe, also, danke für die Zwischenfrage, wie invertiert man jetzt die Abbildung, indem man es, äh, als Gleichungssystem betrachtet, umstellt, einsetzt, und hofft, dass es auch alles gut aufgeht, ne, zumindest das, was ich, äh, kenne davon, äh, darum hat es auch diesen Einfluss mit diesen impliziten Funktionen, weil manche Funktionen sind eben nicht, äh, die kann man nicht auflösen, also, die lassen sich theoretisch lokal auflösen, das ist ja die Theorie dazu, ne, äh, ja, aber manchmal kriegt man es einfach nicht hin, rechnerosch, so, gegeben sei die Funktion g, berechnen Sie die Determinante der Jacobi-Matrix der lokalen Umkehrfunktion g hoch minus 1 in einem allgemeinen Punkt x, y, z, wobei, und so weiter, das hier alles gilt, Hinweis, Sie dürfen annehmen, dass die Voraussetzung des Satzes über die inverse Funktion für die Funktion g in allen Punkten des Definitionsbereichs erfüllt ist, okay, also, wir wollen uns einfach nur sagen, was auch immer wir tun, theoretisch ist alles abgedeckt, also, jede Rechnung, die wir durchführen, ist theoretisch abgesegnet, ist gut, wie eben mit der, mit der Kugel, theoretisch war alles safe, wir konnten also uns auf das brachiale Rechnen konzentrieren und das Schöne ist, dass es sehr einfach ist, also gesucht ist die Determinante von, von der Jacobi-Matrix der Umkehrfunktion, also der Jacobi-Matrix von g hoch minus 1, genau, ja, und das Schöne ist, ach Leute, das ist so, das ist richtig gut, das ist das gleiche wie die Jacobi-Matrix von g, davon die Inverse, und laut Determinantenrechengesetz ist die Determinante einer Inversen gleich die Inverse der Determinante, okay, das ist gesucht und aufgrund von Rechengesetzen haben wir herausbekommen, wir brauchen gar nicht die Umkehrfunktion, auch wenn sie in der Aufgabe steht, wir können ganz einfach die Jacobi-Matrix davon bestimmen und die Determinante davon, von der Jacobi-Matrix und dann einfach, ja, haben wir das Ergebnis auch, also im Grunde ging es hier um diesen theoretischen Zusammenhang, dass ihr das verstanden habt, und das werden wir jetzt tun, ja, ja, und die ist auf jeden Fall deutlich auch entspannter als die Aufgabe von eben, ja, wir bilden jetzt erstmal die Jacobi-Matrix, ja, ja, genau, das ist ja auch witzig, ihr könnt die Jacobi-Matrix bilden und danach einfach die Inverse machen, also ihr könnt auch gleich die Inverse von g bestimmen, falls möglich, bin ich mir nicht sicher, und dann könnt ihr davon auch die Inverse bilden, also das ist, äh, also die Inverse und dann davon die Jacobi-Matrix, das kommt am Ende alles aufs Gleiche raus. Ähm, ja, und hier ist wirklich super praktisch, wenn ihr euch ganz, ganz einfach nur merkt. Ihr nehmt von jeder Funktion, die dort steht, von allen dreien, bildet ihr den Gradienten, und den Gradienten schreibt ihr aber nicht in Spalten, sondern in Zeilen. Fertig. Also, fangen wir mit dir hier oben an. Der Gradient davon, also die partielle Ableitung nach x, nach y und nach z, wenn ich es partiell nach x ableite, habe ich den Sinus über Bolikus, mal innere Ableitung, mal eins brauche ich nicht schreiben. Dann leite ich das Ding nach y ab, genau das gleiche Spiel, auch der Sinus über Bolikus von x plus y. Und wenn ich es nach z ableite, habe ich eine Null, weil da kommt kein z drinne vor. Seht ihr das? Der Gradient dieser Funktion wird als Zeile aufgeschrieben. Das ist die Jacobi-Matrix, mehr nicht. Und jetzt mache ich das gleich hier mit. Hier von der Gradient als Zeile aufgeschrieben. Wenn ich es nach x ableite, diesen zweiten hier, habe ich Null. Kommt ja kein x drinne vor. Wenn ich es nach y ableite, habe ich 1 durch y plus z. Und wenn ich es nach z ableite, 1 durch y plus z. Und daran seht ihr schon, wenn y und z in Summe Null werden, hätten wir ein Problem. Und jetzt sagt aber dieser Hinweis, alle Sachen sind erfüllt. Kümmert euch nicht um diesen theoretischen Kram, wenn wir da Polstellen sind, wenn es Rangverluste gibt und so. Das ist alles abgesegnet, damit wir uns jetzt wirklich um das reine technische Rechnen kümmern können. Das ist gut. Ansonsten hätten wir da vielleicht noch eine Bemerkung zu machen müssen, aber alles gut, alles abgesichert. Und jetzt den unteren noch nach x, y, z. Wenn wir nach x ableiten, machen wir es mal kurz. Wenn wir Wurzel x ableiten, ist es 1 durch 2 mal Wurzel x. Wenn wir die nach x ableiten, 1 durch 2 mal Wurzel aus x plus z. Wenn wir die nach y ableiten, 0. Wenn wir nach z ableiten, das gleiche 1 durch 2 mal Wurzel aus x plus z. Das ist die Jacobi-Matrix. Von der brauchen wir lediglich noch die Determinant- und den Kehrwert und 8 Punkte in der Prüfung sind sicher. Kurz die Fragen dazu. Ich hoffe zwar, dass es eine Schwierigkeit ist. Es ist einfacher, erst die Determinant- und den Jacobi-Matrix und dann die Inverse zu bilden. Genau. Diesmal werde ich meine Formelsammlung aber besser mit Funktionsableitungen ausstatten. Gucken wir mal, wie es wird. Macht euch mal bitte jetzt keine Gedanken über die Schwierigkeit. Lasst uns jetzt mal konzentriert diese Aufgaben lösen. Es bringt euch mehr, als wenn ihr euch jetzt verrückt macht. Also, wir bilden jetzt die Determinante davon. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könntet mit der Regel von Zerrüh arbeiten, indem ihr die beiden noch mal dahinter schreibt. Ihr könnt mit dem Entwicklungssatz arbeiten. Ich weiß nicht, was euch immer besser gefällt. Ich fand den Entwicklungssatz eigentlich immer ziemlich cool. Obwohl, wisst ihr was? Ich mache jetzt die Regel von Zerrüh. Ich finde eigentlich den Entwicklungssatz besser, aber entweder habe ich gerade einen Knick im Auge gehabt. Aber ich würde sagen, mit Zerrüh fallen so gut wie alle Summanden weg. Okay, also ich meine, im Endeffekt kommt ja das Gleiche raus. Ich würde es jetzt nur super spannend finden. Also mit Entwicklungssatz sollte man am Ende noch was zusammenfassen können. Vielleicht ist das jetzt auch automatisch. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal, was passiert. Kann ja nur richtig sein. So, wir bilden das Produkt der Hauptdiagoden. Ah ne, okay. Da ist es nämlich. Ich habe einen kleinen Knick im Auge gehabt. Ist aber egal. Jetzt haben wir einmal so angefangen. Wir bilden das Produkt und guck mal hier. Das Produkt ist identisch mit dem Produkt. Seht ihr das? Die sind alle gleich. Das heißt, wenn wir das Produkt und das Produkt addieren, haben wir einfach zweimal das Produkt. Ha. Auch nicht schlecht. Geteilt. Also das mal dem mal dem. Also wenn ich es multipliziere, kommt das da unten einfach nach unten in den Nenner. Y plus Z und noch zweimal die Wurzel aus X plus Z. Ah, guckt mal hier. Mal zwei durch zwei. Das kürzt sich weg. Voll gut. Und die Nullen. Ah genau. Und das andere hatte ich nämlich im Blick und deswegen hatte ich da so drauf geschielt auf die Regel von Saru. Wenn wir diese Produkte bilden hier, dann kommen da alle Null raus. Also jetzt können wir noch Null abziehen. Aber ich finde einfach, ja ne, wir haben es. Ja, das ist es. Die zwei natürlich noch gekürzt. Und am Ende brauchen wir noch den, die Inverse, also Determinante von, äh, dem hier ist quasi eins durch unserer Determinante. Also wir bilden noch den Kehrwert. Wir packen Y plus Z mal Wurzel aus X plus Z nach oben und teilen das Ganze durch den Sinus-Überbolikus. Und auch hier sieht man, es könnte Probleme geben, weil der Sinus-Überbolikus kann zu Null werden. Also theoretisch gibt es ja noch so einige kleine Problemlichkeiten, aber laut Aufgabe sollten wir voraussetzen. Alles top. Und damit ist die Aufgabe erledigt. Wie war die Aufgabenstellung dieser Aufgabe? Ja, berechnet die Determinante der Jacobi-Matrix der Inversen. Das war die Aufgabe. Genau. Und das hier, was hier steht, diese Umformung, die habe ich euch jetzt nochmal gegeben. Könnt ihr mir glauben, das haut so hin. Äh, ja. Cool, dann haben wir das. Ähm, wie schaut es aus bei euch? Ähm, wir sind jetzt bei vier Stunden. Haben noch fast 100 Zuschauer. Das macht mich sehr glücklich. Und wir sind schon beim letzten Aufgabenteil angekommen. Also wir haben tatsächlich Aufgabenteil 1 und 2 erledigt. Äh, wahrscheinlich haben wir, äh, weitaus mehr Zeit gebraucht, als ihr in der Prüfung zur Verfügung habt, aber gut, wir haben auch, äh, viel darüber geredet, ne. Ich denke, das war wichtig. Der letzte Aufgabenteil, der könnte wahrscheinlich sehr entspannt werden. Das ist so eine wahre Falschsache. Aber eben auf eine coole Art, weil man muss tatsächlich noch fett rechnen. Man muss fett rechnen und dann am Ende sagen, ja, war falsch oder ein bisschen Theoriekenntnis haben. Mh. Genau. Wann kommen die Twitch-Gaming-Streams? Gleich im Anschluss eine Runde League of Legends. So. Naja. Äh, schreibe ich dann, schreibe ich dann einfach bei den Gaming, bei den Games in den Chat rein. Leute, wer sich jetzt morgen noch auf die Matheprüfung vorbereiten muss, zockt heute noch weiter. Holt euch den Online-Kurs. Nein, Quatsch. Ähm, gut. Entscheiden Sie, ob folgende Aussagen jeweils, ob sie wahr, falsch sind und begründen Sie Ihre Antwort. Gut. Aufgabe A. Ähm. Ha. Es ist einfach, puh. Es ist ein bisschen blöd, weil, ähm, ihr bräuchtet die gesamte Aussage, um jetzt zu wissen, ob wahr oder falsch. Ähm. Ich versuche mal, in Eckpunkten anzugeben, worum es geht wieder. Ne, und dann lese ich sie nochmal vor. Macht euch vielleicht nochmal Notizen, wenn ihr gerade vor dem Rechner sitzt und die Aufgaben nicht habt. Ähm. Und zwar, Y, warte mal, ich mach mal hier, Y' gleich, ich schreibe erst mal alle Informationen hin und dann versuche ich das irgendwie hin zu wurschteln, äh, was da eigentlich zu tun ist. Y2 gleich 0. So. Dieses AWP nenne ich Stern. Okay. Und zwar, ach so genau, auf dem Intervall, äh, 1,3. Ja, ob das Einfluss hat, keine Ahnung. Steht halt da. So. Sorry, sorry. Gut. Und zwar, ihr sollt jetzt mir sagen, wahr oder falsch. es gibt eine natürliche Zahl n größer als 2, also größer gleich 3, ne? Es gibt eine natürliche Zahl größer gleich 3, so dass das Anfangswertproblem Sternchen auf dem Intervall 1,3 eine eindeutig bestimmte Lösung besitzt. Also Behauptung ist, es existiert, genau, ich mache mal die Behauptung in rot, so. Es existiert eine natürliche Zahl größer 2, so dass Sternchen hat eindeutige Lösung. Auf dem Intervall 1,3, weiß ich jetzt nicht, ob das so wichtig ist, naja, ich habe es mal mit so Sternchen gezählt, von daher sollte es passen. Wahr oder falsch? Und das ist cool, weil man nicht einfach nur sagen kann, ja, easy, es war falsch, ich habe da noch einen Theorieintergrund, sondern dann sollte ich eventuell sogar noch was rechnen. Gute Frage. Hat das Ding eine eindeutige Lösung oder hat es eine mehrdeutige Lösung? Gibt es verschiedene Lösungen auf dem Intervall? Gute Frage. Was ich tun würde, ich würde es einfach ausrechnen und dann gucke ich einfach, ja, also mehr Ideen habe ich auch nicht, ich würde es einfach ausrechnen und dann einfach schauen und eine Entscheidung treffen, ja. Das ist nämlich eine Differenzialgleichung, die ist separierbar. Gewöhnliche DGL erster Ordnung, ja, kommt nur eine Variable x vor, die ist sogar autonom, ja, weil das x selber kommt nicht vor, erste Ordnung, wenn nur erste Ableitung und sie ist nicht linear aufgrund des y Quadrats und der Endenwurzel, die größer ist als 2. Man kann sie auf jeden Fall, jede autonome DGL lässt sich mit der Separierung lösen. Also, was ich tun würde, ja, ist Schritt Nummer 1, ich würde die y umschreiben zum Differenzialquotienten, ne, und danach würde ich, äh, jetzt, äh, danach umstellen. Also, ich würde, würde das Ganze jetzt umstellen, alle x auf die eine, alle y auf die andere Seite. Jetzt gibt es noch ein kleines Problem und zwar, wenn ich durch y teile, ja, also was ich jetzt tun möchte, ist folgendes, ich möchte mal geteilt durch y Quadrat Endenwurzel, ne, mal dx. Wenn ich das allerdings tue und dadurch teile, ähm, dann setze ich stillschweigend voraus, dass das y nicht Null sein darf. Okay? Also, alles was jetzt kommt, sagt y ungleich Null. Ähm, auch wenn es nicht darstellt. Das ist so, wenn ich dadurch teile, kann es nicht Null sein. Jetzt ist aber die Frage, was wäre denn, wenn y gleich Null ist? Manchmal erfüllt das nämlich auch die Differenzialgleichung. Also müsste man den Sonderfall betrachten, können wir danach machen. Lass uns erstmal den Fall durchrechnen. Ähm, jetzt habe ich schon hingeguckt. Ja, es klappt. Ja, es klappt. Ach, also y gleich Null ist tatsächlich eine Lösung und eventuell kriegen wir hiermit eine zweite Lösung raus und damit sagt mir jetzt schon mein Gefühl, dass es eine falsche Aussage ist, dass es eben nicht nur eine eindeutige Lösung hat. Denn wenn wir hier wirklich eine Lösung rausbekommen und y gleich Null eine zweite Lösung ist, okay, eventuell steckt y gleich Null auch in der Lösung nachher mit drin. Mal gucken. Genau, das könnte sein. Das ist bei linearen Differenzialgleichungen auch so. Da ist nämlich, macht man eine Fallunterscheidung und dann kann man sie zusammenfügen wie ein Puzzle und dann passt es perfekt. C Element R und dann hat man alle Fälle zusammen. Eventuell ist dieser Fall y gleich Null nachher hiermit enthalten. Schauen wir mal. Aber ich denke nicht aufgrund der Wurzeln. Doch, eventuell schon. Ich weiß es nicht. Lass uns mal gucken. Und so guter Letzt würde ich noch ein Integral bilden. Ja, ich mache es mal alles mit einmal. Das heißt, wir müssen jetzt hier lediglich integrieren und das würde ich gerne mal umschreiben. Wenn ich diesen Term integrieren möchte, beliebige Wurzeln in größer 2, dann würde ich zuerst mal den Bruch umschreiben in ein Minus im Exponenten. Denn das ist die Bedeutung. Bruch heißt Minus im Exponent. Das machen wir beim Ableiten und Integrieren. Das ist jetzt nichts Neues. Einmal hoch 2 immer hoch 2 und die n-te Wurzel wird zu hoch 1 durch n. Zweite Wurzel hoch 1,5, dritte Wurzel hoch 1,3, vierte Wurzel hoch 1,4. Und auf der anderen Seite haben wir, naja, wenn da nichts steht, ihr könnt euch auch eine 1 hinschreiben, wenn euch das besser gefällt. Wenn ihr sagt, mir gefällt das nicht, Integral und dx. So, und jetzt integrieren wir. Exponentum 1 erhöhen und dann Kehrwert nach vorne. 1 durch 1 minus 2 durch n. Könnte man auch ein bisschen schöner machen. Auf jeden Fall, wenn wir integrieren, haben wir x und dann hinten noch eine Integrationskonstante c. Genau genommen würde eigentlich hier plus c1 und hier plus c2 stehen. Wenn wir jetzt aber das c1 rüberziehen und dann sagen c2 minus c1 gleich c3, c4, c5, c6, c1000, macht ja gar keinen Sinn. Nehmen wir es einfach gleich c und packen es auf die x-Seite. Wir wollen ja nach y umstellen. Das ist ja unser Ziel. Ja, und jetzt stellen wir das Ganze um. Was mich hier gerade massiv stuttert, ich mag keine Doppelbrüche. Ich erweitere mal mit n durch n. Dann können wir nämlich ein n nach oben ziehen und haben unten n minus 2. So, was ich jetzt tun möchte, ist diesen Faktor rüberziehen. Also mal... Ah, wisst ihr, was ich tue? Haha. Jetzt mache ich was clever. Jetzt mache ich einen richtig cleveren Move. Ich finde den clever. Vielleicht ist der auch gar nicht so cool. Gucken wir mal. Achso, und auch hier will ich gleich erweitern. So, ja, ne? Genau. Also, das ist jedenfalls das, was wir raus haben. Und jetzt wollen wir eigentlich nach y umstellen, aber uns interessiert ja die Lösung des Anfangswertproblems, also uns interessiert die Konstante c. So, was ich jetzt tue, ich setze jetzt schon das Anfangswertproblem ein. Ich möchte nicht erst nach y umstellen und dann, sondern ich mache es jetzt schon und stelle danach nach y um. Das geht. Das dürfen wir machen. Sind ja alles Äquivalenzumformungen. Ist egal, an welcher Stelle wir das jetzt einsetzen. Ich setze jetzt hier ein. Ich setze für das x eine 2 ein und für das y eine 0. Darf ich das machen? Darf ich eine 0 einsetzen? Ich weiß es nicht. Doch, darf ich. Weil n ist größer 2. Auf jeden Fall dürfen wir eine 0 einsetzen. Das ist gar kein Problem. Dann kommt hier nämlich komplett 0 raus. Und auf der anderen Seite steht 2 plus c. Und damit ist c, ja genau, das müsst ihr nämlich überprüfen, diese Theorie, ob das überhaupt möglich ist. Ja, und das ist möglich. c gleich minus 2 löst das AWP. Und jetzt stellen wir das Ganze um. Ich bringe diesen Faktor rüber und ziehe dann noch die entsprechende Wurzel. beziehungsweise ich mache die Potenzen, drehe ich um auf der anderen Seite. Also habe ich hier n minus 2 durch n mal x minus 2. Ich setze für das c gleich ein. Und dieser gesamte Term rechne ich jetzt noch hoch. Also ich ziehe diese Wurzel hier. Das bedeutet, ich habe den Kehrwert als neuen Exponenten n durch n minus 2. Und ja, jetzt ist die große Frage, also das hier ist auf jeden Fall eine Lösung der DGL. Und jetzt ist die Frage, gibt es noch eine weitere Lösung? Naja, wir haben gerade herausgefunden, wenn wir, oder was wäre, wenn wir den Fall y gleich 0 betrachten? Dann steht dort, 0 abgeleitet bleibt 0. 0 gleich 0, wahre Aussage. Auch für das Anfangswertproblem. Das heißt, wenn x gleich 2 ist und y gleich 0, dann hat das Ganze auch eine wahre Aussage. Das heißt, das ist eine Lösung. y gleich 0 ist eine Lösung. Genauso wie das hier oben eine Lösung ist. Die Frage ist nur, ist denn diese Lösung in der Lösung bereits enthalten? Gute Frage. Wenn x gleich 2 ist, haben wir es raus. Gute Frage. Das ist sehr interessant. Also, es scheint so, als wenn das hier ein Spezialfall dieser Lösung ist. Das heißt, dass wir nur die hier brauchen. Mich stört daran aber was. Was stört mich denn? Mich stört, mich stört folgendes. Wenn wir nämlich jetzt für x, wir ziehen noch jetzt eine Wurzel. Wenn jetzt n, sage ich mal, n ist eine ungerade, n ist eine 5. Dann haben wir hier 5 geteilt durch 3. 5 Drittel. Also irgendwie hoch 5 und dritte Wurzel. Ne, Moment. Ich will jetzt eine gerade Wurzel. So. Ich möchte n gleich 4. Ach, nee. Wir haben mal 4 minus 2. 2 und 4 durch 2 ist 2. Wir haben mal hoch 2. Das geht, ne? Okay, das ist interessant. Ich wollte es gerade provozieren, dass wir eine gerade Wurzel ziehen und dann dürfte es im Reellen, ja, müsste das eine positive Zahl sein. Und das ginge nur für x größer als 2, zwischen 2 und 3. Aber wenn n eine ungerade Zahl ist, haben wir auch eine ungerade Wurzel, was in Ordnung ist. Wenn n eine gerade Zahl ist, dann bleibt der Quotient auch, oder? Doch. Nein. Ah, wenn n zum Beispiel eine 6 ist. Genau. Was wäre, wenn n, ach nee, guck mal, guck mal kurz. Nee, das ist richtig fies. Ha, ähm. Ja, genau. Doch. Das ist genau die Argumentation. Wenn n eine 6 wäre, ja, dann haben wir bei n durch n minus 2 eine 6 durch 4. Und jetzt denkt man, man könnte kürzen zu 3 halbe. Was tatsächlich auch in Ordnung wäre, ja. Was speziell in Ordnung wäre. Also, es gibt manchmal das Problem, dass man, äh, dass man ungekürzt die Potenzen nutzen kann, wie sie stehen, aber gekürzt nicht mehr. Weil, wenn man sich im Reellen befindet und wenn man die komplexen Zahlen außen vor lässt, dann ist das eben kreuzgefährlich. jetzt geht es aber. Genau. Und das ist nämlich dieser Fall, den ich gerade meinte. Wenn n gleich 6 ist, dann haben wir hier eine 3 halbe. Also, es funktioniert genauso, wie das, was ich gerade meinte. Und jetzt heißt es, hoch 3 rechnen und eine zweite Wurzel ziehen. Aber ich darf doch hier nur eine zweite Wurzel ziehen, wenn es eine positive Zahl ist. Im Reellen. Ich gehe mal davon aus, es stand jetzt nichts weiter da, aber ich gehe davon aus, sie soll reell sein. Das wäre wirklich eine gute Frage. Genau, in dem Fall wäre es nämlich so, die obere Lösung hätten wir nämlich nur, wenn das hier eine positive Zahl ist. Also, wenn x größer gleich 2 ist oder größer als 2. Moment. Für x größer gleich 2. Aber für x gleich 2 haben wir auch die untere Lösung. Das heißt, und nicht nur für x gleich 2, sondern auch für alle anderen Zahlen kleiner als 2, also zwischen 1 und 3 könnte man sagen. Also, zwischen 2 und 3. Wenn x zwischen 2 und 3 liegt und die andere, wenn x zwischen 1 und 2 liegt. Wobei der Übergangspunkt ja identisch ist. Also, das ist tatsächlich sogar eine stetige Funktion. Jetzt, gute Frage. Ist es eine Funktion? Ist es eine Lösung? Achso, genau. Und x gleich 2 soll ja bei der unteren sein. Obwohl es egal ist. Oder hat man da 2? Ich weiß es nicht. Also, ich hätte gesagt, es ist eine Lösung. Fies, ne? Was sagt ihr? Dankeschön. Ja, also, ich hätte gesagt, wahre Aussage, es existiert eine eindeutige Lösung. In der Musterlösung ist es 1, 2. 1, 2 habe ich doch auch, oder? Genau, 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 genau. 1, 2, Entschuldigung, genau. Also, die 1 ist natürlich rausgekommen. So ist es. Mann, Mann, Mann. Die 2 gehört natürlich dazu, ja? Obwohl man da eben, naja, aber das ist eben stetig. Das ist ein schöner Übergang, ne? Ich hätte gesagt, es ist eine Funktion, eine eindeutig bestimmte Funktion, die sich durch diese Teilung ergibt. Äh, ihr sagt aber, es ist nicht ganz richtig. Tja. Ich weiß auch nicht alles. An der Stelle hätte ich wahrscheinlich einen Punkt in der Prüfung verschenkt. Ähm, angeblich ist die Aufgabe falsch. Die Aussage. Es gibt nicht eine eindeutige. Es gibt mehrere Lösungen. Ich persönlich hätte aber gesagt, die ist eindeutig. eigentlich ist die Aufgabe allein. Und das ist die Aufgabe für diemie事, die Unions der Prüfung verschenkt. mat Absach ist. Und hier ist 있으니까, der milestones der Kasse thee noch contaminier, Aber Thor ist das nicht zusammengekommen. Vielen Dank. Schon wieder. Ich glaube, bei so langen Leichtstümens machen die Batterien einfach nicht lange mit. Gut, Leute, ich möchte trotzdem euch bitten, dass ihr das nochmal abklärt. Laut Musterlösung hat dieses Problem. Also laut Musterlösung ist die rote Aussage falsch. Es gibt nicht eine eindeutige Lösung, sondern es gibt wohl eine mehrdeutige Lösung. Ja, mein Empfinden ist allerdings, es gibt doch eine eindeutige und das ist die eindeutige, ist meine Empfindung. Also, sie wird aber als falsch bewertet, also es scheint irgendwie entweder als mehrdeutige durchzugehen oder mir ist noch eine Information abhandengekommen. Mehrdeutig vielleicht im Sinne von, dass sie aufgeteilt ist, aber ich finde die nicht mehrdeutig, weil wir das Intervall perfekt aufgeteilt haben. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich an der Stelle nicht. Ich kann euch sagen, so weit, so gut. Klärt das bitte nochmal ab. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Y2 ist eine Lösung, sagst du. Ja, und genau dieses hier oben, dieser Punkt, das ist der Fall hier unten. Darum sehe ich nicht, dass, weiß ich nicht, dass eine zweite Lösung sein soll. Wird der Anfangswert selbst als eine eigene Lösung betrachtet? Vielleicht, guck mal, es könnte sein, ich habe ja das gesagt, nur aufgrund, weil ich dachte, wir wollen im Reellen bleiben und nicht die Wurzel aus negativen Zahlen ziehen. Aber trotzdem, für x gleich 2, für x gleich 2 geht ja die Lösung in die Nulllösung über. Also diese andere Lösung ist ja enthalten in der einen. Es ist ja nicht so, dass es zwei verschiedene sind, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Egal. Egal. Lass uns weitermachen. Gebe ich zu, ich hätte nicht 100% in der Prüfung bekommen. Der Punkt wäre mir auf jeden Fall verloren gegangen. Ja. Ich hätte gedacht, wahre Aussage. Schellen wir, es ist falsch. Aber wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare am Ende, was die Begründung ist. Fragt ruhig nochmal nach. Würde mich sehr interessieren, warum das nicht als eine eindeutige Lösung durchgeht. Na gut. Aufgabe 2. Also die zweite Frage, die wir mit war falsch beantworten sollen. Da seht ihr schon, es ist nicht nur ein simples, war ja, nein, war falsch, sondern man muss da tatsächlich überlegen und ein bisschen was rechnen. Hier zum Beispiel, Aufgabe B. Da steht, ach, ein alter Freund von uns, eine Sphäre. Sie wird praktischerweise mit S bezeichnet. Und die Sphäre, da wissen wir, das ist doch wie eine Kugel. Wie die Oberfläche einer Kugel im Dreidimensionalen. Oder der Umfang eines Kreises im Zweidimensionalen. Und es soll die Einheitssphäre sein, da habe ich auch gerade noch erspäht, also gleich 1. Könnte aber auch eine andere Sphäre sein mit anderen Radien. So, und jetzt ist ein Vektorfeld definiert. Und dieses Vektorfeld ist abhängig von einem Parameter a. Und das steckt dann witzigerweise hier drin. So eine a x plus y Quadrat plus z Quadrat. Ja, und jetzt zieht sich das hier so witzig durch. x Quadrat plus a y plus z Quadrat und x Quadrat plus y Quadrat plus a z. Na, das sieht eigentlich ganz angenehm aus. Ich habe da schon eine Idee. Okay, denn jetzt steht hier nämlich, jetzt gibt es eine reelle Zahl u, sodass das Flussintegral, genau, also das schreibe ich jetzt in Rot hin, weil das ist die Aussage, die wir prüfen sollen. Es existiert eine reelle Zahl u, sodass u gleich ein Oberflächenintegral ist, und zwar über die Sphäre. dO. Es ist, guck mal, das kommt uns doch bekannt vor. Das ist doch ein Flussintegral. Ja, wir haben hier ein vektorielles Oberflächenelement und ein Vektorfeld, das ist ein Flussintegral. Und die Aussage ist, für jede reelle Zahl, die es gibt, finden wir einen Parameter a. Dann gibt es zu jeder reellen Zahl eine reelle Zahl a, genau. Es existiert ein u, genau, es gibt ein u, sodass das immer gilt. Also wir können tatsächlich, also die Aussage ist, wenn wir das Integral berechnet haben, dann ist es möglich, das eindeutig nach a umzustellen. Also wir können für jedes u, das man uns vorgibt, einen Wert für a nennen, ja, sodass immer u als Ergebnis bei rauskommt. Das ist die Aufgabe. Also was wir eigentlich tun müssen, ist nur dieses Integral zu berechnen und dann das Ganze nach a umzustellen. Und dann können wir die Aufgabe ja beantworten. Gibt es sowas oder gibt es das nicht? Ist es möglich, nach a umzustellen oder ist es nicht möglich, nach a umzustellen? Also eigentlich auch wieder eine sehr konstruktive Sache hier. Na, probieren wir es mal. So, habt ihr denn eine Idee? Ja, und jetzt möchte ich nochmal bitte von euch hören, was das Erste ist, woran ihr denkt, wenn ihr ein Oberflächenintegral, ein Flussintegral berechnen sollt. Ja, Oberflächenintegral, zweite Art mit Vektoren, ist ein Flussintegral. Und was kann in sehr, 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 sehr vielen Fällen euch die Arbeit erleichtern mit Flussintegralen? Ich möchte da nochmal ein Schlüsselwort hören, Schlüsselbegriff, den wir vorhin schon hatten, mehrfach. Wie schaut es aus? Kreis, Gauss, ja, Gauss, Satz von Gauss, genau das möchte ich hören, danke schön. Ich sage nicht, dass ihr immer den Integralsatz von Gauss benutzen könnt, ne? Wenn ihr den Fluss durch eine Fläche habt, dann werdet ihr ja den Teufel tun, um mir dann noch eine Halbkugel drüber zu konstruieren, damit es eine geschlossene Fläche ist, nein. Ja, also, es ist nur so, sollte diese Fläche geschlossen sein, rein theoretisch, ja, dann würdet ihr euch super viel Arbeit mit Gauss ersparen. Beziehungsweise, wenn eben nur eine Mini-Teilfläche fehlt, es fehlt nur noch ein Deckel oder so, ne? Ihr habt einen Zylinder, da fehlt eben noch ein, ihr habt einen Topf, da fehlt noch ein Deckel drauf. Na, dann mein Gott, dann packe ich den Topf eben noch drauf, ne? Und gehe über den, über den eingeschlossenen Körper. Aber wir haben noch eine Sphäre, das ist die Oberfläche einer Kugel, die ist geschlossen. Also, was ich tue, hier, wir machen einen Kringel rein, okay? Kringel heißt geschlossen. Es ist jetzt nicht zwingend, dass ihr den Kringel reinmalt. Der ist nur für euch, dass ihr wisst, okay, das Ding ist geschlossen. Ich kann hier direkt mit Gauss starten. Und Gauss besagt, wenn das geschlossen, ein Flussintegral mit geschlossener Oberfläche, dann sagt Gauss, Wir gehen einfach, hier übrigens, das ist übrigens Doppelintegral, ne? Also, das ist ein Flussintegral, also 2. Und wir gehen jetzt zum Körper über, zur Kugel, ja? Das ist ja nur die Sphäre, das ist quasi, es ist quasi der Rand der Kugel, ne? Und wir gehen jetzt zur Kugel über. Und dann sagt Gauss, wir können auch einfach die Quelldichte innerhalb des Körpers einfach aufsummieren. Kommt das gleiche Ergebnis bei raus. Natürlich immer unter der Voraussetzung, wir haben ein stetig differenzierbares Vektorfeld, bla bla bla. Es gibt so ein, zwei kleine Punkte, da könnt ihr euch gerne mal mein Video anschauen. Aber in der Regel ist das immer erfüllt, es sei denn, sie porren drauf. Zeige, warum der Integral-Satz von Gauss nicht funktioniert. Warum? Ah, da gab es wohl eine Unstetigkeit, ist nicht differenzierbar irgendwo dazwischen. Aber in der Regel klappt's. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommt da wirklich überall raus, ne? Das wollen wir ja überprüfen. So, die Divergenz ist, die Divergenz ist, das erste nach x abgeleitet ist a, das zweite nach y abgeleitet ist a und das dritte abgeleitet nach z ist auch a. Habe ich doch schon gleich gewusst, dass aufgrund dieser wunderschönen Symmetrie sich irgendwas cooles ergibt. Wir haben hier also das Volumenintegral von 3a über dem Körper K. Und das bedeutet, also normalerweise, wenn jetzt hier drinnen noch was vorkommt, x, y, z, ne, dann würden wir tatsächlich wieder mit Kugelkoordinaten arbeiten. Aber hey, guckt mal, da kommt kein x, y, z vor. Das ist eine Konstante, die kann ich rausziehen. 3a mal, und jetzt habe ich hier ein Dreifachintegral dk. Und das ganze Ding, wenn hier wirklich die Konstante 1 dazwischen steht, also nichts dazwischen steht, dann ist das hier das Volumen der Kugel. So ist es eben. Ein Dreifachintegral von der Konstante 1 ist ein Volumen. Ein Zweifachintegral mit der Konstanten 1 ist eine Fläche. Ein Einfachintegral mit einer Konstanten ist eine Länge. Und was ist das Kugelvolumen? Da hat uns, wir hatten mal einen Mathelehrer, der hat nie gelacht. Der hat nie gelacht, ja. Nur einmal hat er einen Witz gebracht. Und da hat er gelacht. Es war so einträgend. Er meinte, plötzlich kam er angeritten, 4 Drittel Pi mal R zur Dritten. Kugelvolumen. Und dann hat er angefangen zu lachen. Und wir waren alle richtig verstört. Was war das gerade? 4 Drittel Pi mal R zur Dritten. Was zur Hölle, ja. Und das war so einprägsam, dieser Moment, als wir diesen grimmigen Lehrer in so eine Fresse gezogen hat. Deswegen hat er gelacht, als wenn es der größte Witz der Welt wäre. Und aus irgendeinem Grund hat sich das eingeprägt. Also wenn es einen Sinn hatte, ja, ach so, R ist gleich 1, ne. Wenn es einen Sinn hatte, dieser Unterricht bei ihm, dann war es, dass ich diese Form jetzt drauf habe für das Kugelvolumen. So Leute, haben wir es. Plötzlich kam er angeritten, 4 Drittel Pi mal R zur Dritten. Wie verstörend, bitte. Aber eine super E-Sitzbrücke, um sich das Kugelvolumen zu merken. Noch witziger, die Ableitung davon ist die Oberfläche der Kugel. So, und jetzt können wir es nämlich umstellen nach A. Wir teilen durch 4 Pi und haben U geteilt durch 4 Pi für unser A. Also, was ist die Antwort? Gibt es denn jetzt eine reelle Zahl U, auf die wir kommen können, wenn wir das A nur richtig wählen? Ja, können wir. Wenn wir das A gleich U durch 4 Pi wählen, dann kommt das Ergebnis immer gleich U bei raus. Also, diese Aussage ist wahr. Ja. Wow. So ist es. Peter, nein. Völlig was anderes. Was meint ihr? Nicht verstörend? Ich fand es schon sehr verstörend. Nein, als Schüler, wenn man seinen Lehrer erstmals lachen hört. Nach Jahren. Na gut, Leute. Haben wir es. Ist der Teil auch erledigt, war? Dann können wir jetzt auch weitermachen mit der nächsten Teilfrage. Ich hoffe, ihr habt euch eingeprägt, wie man das Kugelvolumen berechnen kann. Ja, ist schon witzig, ne? Ja, nach einer Zeit, ich finde es schon witzig. Plötzlich kam er angeritten. Oh mein Gott, ey. Ach ja. Ja, und das Witzige ist, wenn man das Ding nämlich ableitet, 4 Pi R², war das so, hat man nämlich die Oberfläche der Kugel. Das ist der Witz daran. Ja, Lehramt Physik Mathe. Ist das so ein klassischer Spruch? Lernt man den da? Gut, Leute. Weiter geht's. Aufgabe C. Ich möchte jetzt auch gleich fertig werden mit euch. Peter E., ah, da heißt er Peter E., sorry. Ah, gute Frage. Ist der Satz von Gaus und Stokes das gleiche? Nein. Da habt ihr recht. Das ist was anderes. Genau. Guck dir nochmal mein Video an, vielleicht über Stokes. Ich hab, äh, naja, ist jetzt ein bisschen zu lang. Lass uns das einfach, äh, noch schnell beenden, damit wir, ja, weiß nicht, dauert schon wieder ein bisschen lange. So, ähm, ja, also im Grunde, das ist eine fiese Aufgabe und ich könnte euch nicht mal begründen, warum sie falsch ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie falsch ist. Also ich könnte sagen, was man ändern müsste, damit sie wahr ist. Sagen wir es so. Problem ist jetzt hier ein Gegenbeispiel zu konstruieren. Weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wir haben eine eindimensionale Funktion und D ist, äh, beschränkt. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Beschränkt. Ach so, und übrigens, es darf auch nicht leer sein, ne? Das hatten wir vielleicht wohl nicht die leere Menge. Hatte ich nicht dazu gesagt, aber das war hoffentlich klar. Äh, äh, und F ist eine Abbildung von D nach D, also scheinbar eine Selbstabbildung, was sehr gut ist. Und für diese Selbstabbildung gilt, äh, f von x minus f von y, äh, kleiner gleich ein Halb, x minus y. Ah, also scheinbar ist es eine Lipschitz-stetige Funktion, ja? Ja, also es ist eine Lipschitz-stetige Funktion mit Lipschitz-Konstante ein Halb, ja? Es ist eine Selbstabbildung, damit ist f eine Kontraktion. Äh, also scheinen doch alle Sachen erfüllt zu sein, damit der Banachsche Fixpunktsatz erfüllt ist, oder? Oder nicht? Unter diesen Voraussetzungen hat f stets mindestens einen Fixpunkt, ist die Aussage. Wir sollen sie mit wahr oder falsch betiteln. Äh, es existiert, äh, Fixpunkt. Ah, es existiert, Fixpunkt. Das ist die Aussage. So, Leute, existiert ein Fixpunkt oder nicht? Ich habe schon Nein gesagt, weil mir ein Wort nicht gefällt. Achso, ich gehe übrigens davon aus, dass, äh, also ich denke nicht, dass es jetzt scheitert, an der, äh, dass da nicht steht, wir haben keinen, äh, vollständigen metrischen Raum. Ich gehe davon aus, wir haben ja einen vollständigen metrischen Raum. Also es geht hier um R, wir können das, wir können die zwei Normen nehmen, beispielsweise, unendliche Normen, egal. Ja, Dankeschön. Chef hat gesagt, muss abgeschlossen sein. Ähm, ja. Die Aussage ist nicht ganz richtig. Also es sieht alles so unglaublich wunderschön aus, ne? Äh, wir haben hier eine, f ist eine Selbstabbildung, sie ist Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante 1,5. Damit ist f erstmal eine Kontraktion, ja? Kontraktion ist super wichtig, äh, eigentlich wahrscheinlich mit die wichtigste Eigenschaft und viele stürzen sich alleine auf Kontraktion und sagen, ja, wenn ich das habe, ist alles gut. Ähm, vollständiger metrischer Raum, ich nehme jetzt mal an, das haut alles hin, ne? Wir nehmen eine beliebige Teilmenge, das R. Das ist auch, naja, es muss eigentlich eine echte Teilmenge sein, aber, ach, ist auch egal, ne? Dann ist es von mir aus, weiß ich nicht, daran wird es jetzt auch nicht scheitern, denke ich. Ähm. Ja, ähm, nur das Ding ist, äh, es geht nicht um die Beschränktheit, es geht um die Abgeschlossenheit, ja? Es muss eine abgeschlossene Menge sein. Wisst ihr noch, vorhin hatten wir D als minus 1,1 mit eckigen Klammern. Eckige Klammer heißt, der Rand gehört dazu. Rand dazu heißt abgeschlossen. Die ist ja nur beschränkt. Das heißt, äh, eventuell könnte man sich ein Gegenbeispiel konstruieren von einer beschränkten Menge, die nicht abgeschlossen ist. Vielleicht ein offenes Intervall, 0,1 oder sowas. Müsste sich aber noch eine Funktion ausdenken, ähm, ja. Also ich weiß einfach, dass es falsch ist, ja. Nein, also falsch, ja. Äh, ansonsten würde nämlich im Banach schon Fixpunktsatz stehen, äh, D kann auch beschränkt sein, würde auch ausreichen. Steht aber nicht da, ja. Alleine aus der Schlussfolgerung heraus. Habe aber kein Gegenbeispiel. Ich hoffe, das ist okay, dass ich mir jetzt gerade kein Gegenbeispiel ausdenken kann. Wir machen das ja schon viereinhalb Stunden. Ich weiß nicht, ich kann nochmal drüber nachdenken, ja. Äh, ich hatte die letzten Fragen auch alle nur überflogen. Ich habe sie nicht, äh, durchgerechnet. Ich dachte, theoretisch nein. Ich dachte, wenn mir jetzt noch eine spontane Idee kommt, äh, man kann sich eine beschränkte Menge anbieten. Ja, ausdenken, vielleicht 0,1 und dann muss man sich eine Funktion erstmal ausdenken. Weiß ich nicht, x² vielleicht? Ne, x² ist auch nicht, ist ja nicht lübsch, jetzt steht ich. Auf dem Intervall vielleicht? Ja, vielleicht nehme ich x². Ach, ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht so rum, arg tangles plus 100. Ja, vielleicht, ich weiß ich nicht. Ja, vielleicht. 0,5x sagst du, haut das hin. Ja, klappt das? Nehmen wir, d gleich 0,1. Ist ein offenes Intervall. Ich meine, zumindest, es könnte auch eine Grenze dazugehören, ne. Abgeschlossen heißt ja wirklich, äh, hier. Ja, gegen Beispiel, groß geschrieben, gegen Beispiel, eine, äh, 0,5x, ja. 0,1 sagst du. Habt ihr die Lösung? Ja, genau, du sagst, äh, die 1 dazu. Ich lass die mal kurz raus, okay? Vielleicht, ähm, können wir sie auch dazunehmen. Ja, stimmt. Also in beiden Fällen wäre es kein abgeschlossenes Intervall. Na gut, dann hätten wir, würde das jetzt erfüllen? Ähm, 1,5x minus 1,5y, kleiner gleich, 1,5x minus y, ja. Ist sogar ist gleich, ne, wahre Aussage. Äh, du, 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 du. Und es existiert ein Fixpunkt, sagt man, ich seh das nicht, weiß ich nicht. Ist das logisch? Ist das auf jeden Fall eine, ist das eine Kontraktion? Ja, ist das auf jeden Fall eine Kontraktion, ja klar. Haben wir grad ausgerechnet. Aber wo ist das Problem? Ich check nicht ganz das Problem. Ha. Ja, genau, warte mal, wogegen kontrahiert es denn? Was ist denn denn der Fixpunkt? Was soll denn der Fixpunkt sein? Das ist ein Null sein. Du sagst, die Null ist ausgenommen. Ah, wenn du sagst, die Null ist ausgenommen, wenn Null der Fixpunkt ist. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe, was du meinst. Boah, das ist ja mal krass konstruiert, wa? Dann hätten wir 1,5x kleiner als... Ne, Moment. Ist das die Argumentation? Ist das die Argumentation? Müsste ich überlegen. Ja, genau, der Fixpunkt wäre Null. Ganz genau. Darum haben wir den Fixpunkt nämlich gerade rausgenommen. Ah, na klar, das ist doch schon die Argumentation, natürlich. Der Fixpunkt selber gehört nicht dazu. Und das ist das Problem. Ha, sehr gut. Uh, okay, ich bin selber nicht drauf gekommen. Ich gebe es ehrlich zu. Ihr habt mich drauf gebracht. Dankeschön. Ihr habt die Aufgabe gelöst. Ach, das ist natürlich clever. Das ist richtig schlau. Also, ha, ja klar, man nimmt einfach den Fixpunkt raus. Witzig. Der Fixpunkt liegt auf dem Rand und man nimmt ihn raus. Boom. Gegenbeispiel. Was, Teil 3 wird eh nur geraten, außer man sieht direkt die Lösung? Ja, egal, okay. Okay, dann wollen wir nicht so schlecht fühlen, dass ich bei ersten, bei A einen Fehler hatte und hier das Gegenbeispiel nicht gefunden habe. Na gut, dann wäre es wohl keine 1,0 für mich. Dann würde ich mich richtig ärgern, aber... Nein, Quatsch, das ist... Ach, ist doch okay. Habe ich wieder was dazugelernt? Seht ihr? Äh, ja nicht genauso was wie ihr. Ja, mal klar, man nimmt einfach den Fixpunkt raus. Witzig. Nächste Teilfrage. Alpha ist eine Funktion, r nach r. Äh, und es ist stetig, äh... Es ist eine stetige Funktion mit, äh... Und dann steht noch Alpha von x kleiner gleich 0. Dann hätte man auch gleich hier r minus machen können, ne? Mit einer 0 dazu. Ach, naja, es ist wie es ist. So. Alpha soll eine negative Funktion sein. Sei y eine auf ganz r definierte Lösung der Differenzialgleichung y' plus y gleich... Äh, Alpha... Alpha mal y. Ja, also wir haben eine Lösung y. Und jetzt gilt... Ah ja, jetzt mache ich wieder in Rot. Ähm... y ist Lösung... Von dem hier, ja? Y ist Lösung von Stern. Dann folgt daraus, dass der Grenzwert Limes x gegen unendlich... Äh... Gegen 0 geht. Das ist die Aussage, die wir prüfen sollen. Ist es wahr, dass eine Lösung von diesem Gleichungssystems als Grenzwert 0 ergibt? Finden wir es raus. Ich sehe es nicht, ich würde es aber gerne rechnen. Und ich denke, das ist wieder ganz einfach zu rechnen. So wie auch mit der Sphäre eben. Eine reine Rechnenaufgabe. Ich will aber prüfen, dass ich nichts falsch gesagt habe. Sei a r Element r eine stetige Funktion mit a kleiner gleich 0 für alle x Element r. Äh... Und sei y eine Lösung der Differenzialgleichung. Dann gilt, dass der Limes x gegen unendlich gleich 0 ist. Und das überprüfen wir, indem wir ganz einfach nur diese Differenzialgleichung lösen. Und dann mal den Grenzwert ausrechnen. So, habt ihr eine Idee, wie man diese Differenzialgleichung lösen kann? Was denkt ihr? Könnt ihr die klassifizieren? Also gewöhnliche DGL-Erste Ordnung, ne? Gewöhnliche, weil es gibt nur eine Variable, nach der abgeleitet wird. Erste Ordnung, weil nur eine Ableitung. Aber können wir sie weiter klassifizieren? Dann könnten wir sagen, sie ist, ähm... Weiß ich nicht. Was gibt's da noch für coole Sachen? Wie könnt ihr die klassifizieren? Also, ihr müsst sie ja irgendwie einordnen können, bevor ihr anfangt, sie zu lösen, ne? Und ich würde gerne wissen, was ist denn... Wie ordnet man die ein? Ja, es ist eine lineare oder mit Trennung. Ähm... Na, Vorsicht! Es ist entweder eine lineare, homogene sogar. Es gibt keinen Summanden, der kein y enthält. Oder mit Trennung der Variablen. Beides möglich. Ähm... Da wir schon erkennen, sie ist linear, würde ich es gerne damit lösen wollen. Ähm... Und zwar, indem ich einfach nur, hier, das y rüberziehe. Das heißt, Alpha x mal y minus y. Dann können wir nämlich... Das ist ein cooler Trick, den... Was heißt Trick? Also, man macht das öfter mal, ne? Diesen Spaß. Dass man, äh... So, dass man die y getrennt gibt, um sie danach wieder auszuklammern. Ja, das ist eine lineare DGL-erste Ordnung. Sie ist homogen, weil es keinen Summanden gibt ohne y. Und, genau, habt ihr mal gut beschrieben. Äh, ich hab's immer mit f von x bezeichnet, ne? Ähm... Auf jeden Fall ist die Lösung davon... Ist gleich c mal e hoch dem Integral von f von x. Also immer von der Funktion, die an das y dran multipliziert wird. Also, c mal e hoch Integral von, äh... Ja, das hier müssen wir integrieren. Das ist, ähm... Puh, äh... Ja, stimmt. Wir kennen ja Alpha gar nicht. Fällt mir gerade auf. Aber Alpha ist immer negativ. Und durch die Minus 1 wird's ja noch mehr negativ. Und wenn ich was Negatives integriere... Warte, überlegen. Lass uns nachdenken. Wenn wir etwas Negatives integrieren, bleibt es negativ? Das wäre nämlich die Beantwortung der Frage. Ja. Ja, es ist eine stetige Funktion. Wir können auch nur stetige Funktionen integrieren, ja? Aber wenn die Funktion negativ ist, ne? Und wir bestimmen jetzt das Integral. Dann ist quasi, wenn man das Integral als eine Fläche interpretiert beispielsweise, dann ist ja von einer negativen Funktion auch die Fläche, ähm... Naja, negativ. Wir sind im negativen Bereich. Hat ein negatives Vorzeichen. Also ist das Integral hier oben, wenn wir es mal... Ah, wisst ihr, was wir machen? Ah, wir bleiben bei dem hier vorne. Und machen es einfach so hier. Integral von fx. Ha, clever. Denn das hier ist negativ. Sogar echt kleiner 0, ne? Ja, durch die Minus 1. Das ist kleiner 0. Und damit ist auch, ähm, das hier. Kleiner 0. Und wenn das negativ ist, ne? Dann hat es doch ein minus, eine positive Zahl. Wenn jetzt x gegen unendlich geht... Ah, gute Frage natürlich. Oh, das ist natürlich auch gefährlich. Es ist zwar negativ, ja? Aber wenn jetzt, äh, x gegen unendlich geht... Ah, Mist. Wenn das natürlich jetzt gegen... Wenn x... Wenn das gegen Minus unendlich gehen würde, ne? Dann würde das ja gegen 0 gehen. Und damit wäre das eine wahre Aussage. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Vielleicht hat ja diese Funktion auch einen Grenzwert. Und dann geht es gegen Minus... Gegen diese negative, endliche Zahl. Und in dem Fall würde nicht 0 rauskommen. Oh, das sind wirklich fiese Aufgaben. Ja, ich versch... Ja, ja. Es ist ja auch kein Wunder. Das sind auch die letzten Theoriefragen gegen Ende hin. Hm. Ich würde die schon hart einschätzen. Hm. Ja. So. Ich gucke noch mal kurz in die Musterlösung. Ich schummele mal. Ich habe ja... Muss ich auch fairerweise sagen. Ich gucke die ganze Zeit nicht rein. Jetzt tue ich es schon. Ich möchte immer quasi das so empfinden, als wenn ich gerade selber in der Klausur sitze. Aber jetzt gucke ich kurz rein, weil es mich interessiert. Für X-Element R... Also, witzig. Die haben das genauso gemacht wie wir. Die haben das auch so gelöst. Für alle X ist Beta... Es ist quasi... Sie haben es Beta genannt. Ich nenne es f. Ist kleiner gleich minus 1. Also kleiner als 0. Also ist der Limes x gegen unendlich. Okay. Sehe ich nicht so. Sehe ich nicht. Also, es wird gesagt, wahre Aussage. Da muss 0 bei rauskommen. Mit der Begründung, die wir gerade genannt haben. Ich sehe allerdings nicht zwingend ein, dass Limes... Also, zu zeigen, ne? Zu zeigen ist, dass der Limes x gegen unendlich von f von x gleich minus unendlich ist. Wenn das der Fall wäre, wenn das gegen minus unendlich geht, wäre das eine wahre Aussage. Ja, wir würden sagen, wahr. Häkchen. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, warum das minus unendlich sein soll. Kann es denn keine Funktion f geben, die ich... Kann es denn keine negative Funktion geben, die im Grenzwert... Kann es denn keine negative Funktion geben, die im Grenzwert gegen eine endliche Zahl geht? Natürlich. Warum soll es das nicht geben? Können wir da nicht uns einfach ein Gegenbeispiel ausdenken, ein schnelles, warum das Quatsch ist? Könnt ihr euch eine Funktion ausdenken? Deren Integral... Ja, vielleicht liegt es echt daran. Irgendein Integral? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist denn nur aufsummiert. Und was ist, wenn wir... Genau, was ist, wenn es so eine Funktion ist? So eine hier. Die ist permanent negativ. Und das, was wir aufsummieren, bis in die Unendlichkeit, das ist einfach ein endlicher Wert. Okay, Moment. Was wäre mit der Funktion minus 1 durch x²? Aha, aha. Moment, minus 1 durch x². Für a, aber für alle x... Ne, ah, stimmt. Klappt nicht wegen der Polstelle. Ist eine gute Frage. Ja, das ist richtig. Das ist immer kleiner als minus 1. Aber warum soll es nicht konvergieren gegen einen anderen negativen Wert? Genau, die wäre nicht stetig. Ich habe da recht. Meine Idee wäre nicht gut, weil sie nicht stetig ist. Ob es daran scheitert? Das ist eine richtig miese Frage. Also ehrlich gesagt, es steht da, dass... Also das wird einfach angenommen. Und wenn das gilt, dann sehe ich ein Ja. Wenn das eine wahre Aussage ist, geht der gegen 0. Ich persönlich sehe das gerade nicht. Für mich ist das nicht so offensichtlich. Das würde ich gerne nochmal in Ruhe für mich selber überprüfen wollen. Man müsste doch zum Beispiel über t integrieren und x als Grenze einsetzen. Ja. Kann man machen. Äh... Bringt uns aber nicht... Zwingend weiter, denke ich. Oder doch? Ich muss drüber nachdenken. Seht ihr? Schon wieder. Ähm... Ich hätte... Ich hätte wahrscheinlich erst Ja gesagt. Aber beim Durchrechnen dann... Hätte ich versucht, ein Gegenwärtsspiel zu finden. Ich weiß gar nicht. Ich hätte wahrscheinlich geraten. Ach, das ist ärgerlich. Dritte Frage schon. Das ist jetzt echt in sich. Also zumindest sieht so die Variation der konstanten Formel aus. Minus e hoch minus x, sagst du. Ah, clevere Idee. Genau. Was wäre mit... Minus e hoch minus x? Überprüfen. Wenn wir es integrieren, wird es zu e hoch x? Ha. Wartet mal. Ist auch witzig, ne? Das ist doch eine komplett negative... Ach so. Aber noch um eins verringert wahrscheinlich. Naja, weil... Genau, also es... Ach so, na genau. Ach so, ne. Das Problem... Genau, das funktioniert nicht, weil Alpha soll ja schon negativ sein. Also eventuell macht wirklich das hier am Ende... Also... Weiß ich nicht. Also da muss ich drüber nachdenken. Ja. Ich bin ehrlich. Ich sehe es nicht. Gemein. Ist so. Nehmen wir als Beispiel die negative Gauss-Kurve. Da geht das Integral ja auch gegen einen endlichen Wert. Aha. Aha. Okay. Also du meinst minus e hoch minus x². Die hier zum Beispiel. Ich habe jetzt mal die Normierungsfaktoren von der Gauss-Kurve weggelassen. Jetzt ist allerdings das Problem... Okay. Wir können die Stammfunktionszeit nicht ausrechnen, aber wir können sie ja... Genau. Ja. Ist das nicht ein Gegenbeispiel? Ist... Ist das nicht ein Gegenbeispiel? Ist das nicht eine... Moment, Moment, Moment. Genau. Dann könnten wir doch... Aber eventuell liegt es an dem Alpha. Wenn ich jetzt nämlich sage... Ich möchte ja das erst nach Abzug der 1, das hier rauskommt. Und wenn ich aber die 1 noch drauf addiere zum Alpha, dann ist das hier zum Beispiel eine... Die ist nicht überall negativ. Also es könnte wirklich sein, dass aufgrund dieser Minus 1 hier... Ja? 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 Ja, das hier würde ich gerne persönlich für mich nochmal in Ruhe überprüfen wollen. Na gut. Dann gibt es jetzt nur noch eine letzte Teilfrage. Und die ist nochmal sehr lehrreich für alle anderen, die eventuell mit Funktionen mit mehreren Variablen zu tun haben. Das ärgert mich. Tja. Gut. Machen wir noch die letzte Theoriefrage. Auf jeden Fall. Es gibt unendlich viele positive reelle Zahlen Beta, sodass die Funktion... Also es ist eine Funktion bei der letzten Aufgabe gegeben. Und diese Funktion ist abhängig von einem Parameter Beta. Und diese Funktion, die... Ich muss mal schauen. Ah ja. Ist eine aufgeteilte Funktion. Die steht irgendwie jetzt in Textform da, aber ich habe sie jetzt einfach mal... Ich übersetze einfach mal. x hoch 4 plus y hoch 6 durch x² plus y² hoch 3 Beta. Und zwar solange x, y ungleich 0, 0 sind. Und sollten x und y beide 0 sein, dann soll der Funktionswert auf 0 gesetzt werden. Und die Frage ist, es gibt unendlich viele Zahlen... Es gibt unendlich viele positive Beta, sodass die Funktion im Nullpunkt stetig ist. So, es existieren unendlich viele Beta, sodass f stetig in 0, 0. So, das können wir doch ganz einfach überprüfen. Und zwar, wenn ihr eine Funktion mit mehreren Variablen auf Stetigkeit prüfen wollt in einem einzelnen Punkt. Klassiker ist meistens über der Nullpunkt. Man macht speziell diese Konstruktion hier. Dann empfehle ich euch, über die grundlegende Idee der Stetigkeit zu gehen. Und zwar, wenn der Funktionswert in diesem Punkt übereinstimmt mit dem Grenzwert. Und zwar aus jeder nur erdenklichen Richtung. Dann ist die Funktion stetig. Im eindimensionalen... Also quasi f von x, ne? Sagen wir, zweidimensional in dem Sinne. Wenn ich da die Stetigkeit in einem Punkt überprüfen möchte, dann muss ich lediglich den Funktionswert mit den beiden Grenzwerten vergleichen. Es gibt nur zwei Grenzwerte, links und rechts. Wenn wir jetzt aber eine Dimension höher gehen, dann haben wir in der xy-Ebene, als wenn ich von oben drauf gucke. Also wenn ich jetzt hier von oben auf die xy-Ebene drauf gucke. Die z-Richtung geht noch draußen. Dann habe ich jetzt, wenn ich einen einzelnen Punkt untersuche, von mir ist der Nullpunkt, habe ich unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe unendlich viele Richtungen, aus denen ich mich annähern kann. Und der Witz ist einfach, wir gehen... Oder ich empfehle... Was sagt ihr? Genau, machen wir gleich noch. Aber lasst uns erst mal die Frage beantworten. Dann können wir auch gerne noch mal auf die anderen eingehen. Wir können uns aus jeder nur erdenklichen Richtung annähern, indem wir zu Polarkoordinaten übergehen und dann den Radius gegen 0 schicken. Also quasi immer kleiner werdende Kreise betrachten. Und schon hätten wir uns automatisch mit nur einer Grenzwertrechnung von allen möglichen Seiten angenähert. Also, wenn ihr die Stetigkeit in einem Punkt überprüfen wollt, meine Empfehlung, nutzt Polarkoordinaten. R mal Cosinus Phi und R mal Sinus Phi. So, und genau das tun wir. Wir definieren uns dadurch quasi eine Art neue Funktion. Und diese neue Funktion, die jetzt abhängig ist von R und Phi, bei der tun wir genau das, was wir hier oben gesagt haben. Wir setzen für x R mal Cosinus Phi und für y R mal Sinus Phi ein. Und zwar, da jetzt der Radius etwas Positives ist, sind wir nicht im Nullpunkt, sondern wir befinden uns auf Kreisen, die, auch wenn sie minimal kleiner sind, also minimal größer sind, befinden uns außerhalb des Nullpunkts. Wir nehmen die obere Funktion. Und danach machen wir den Grenzwert R gegen 0 und gucken, ob da wirklich 0 rauskommt. Dann wäre die Funktion stetig. Und dann sehen wir ja, ob mehrere Beta-Werte möglich sind oder nicht. Und wenn wir jetzt hier Polarkoordinaten einsetzen, gut, oben im Zähler haben wir R hoch 4 Cosinus hoch 4 plus R hoch 6 Sinus hoch 6. Wir müssen nämlich für x und y die Polarkoordinaten einsetzen. Und unten haben wir R² plus, also können wir R² ausklammern, haben wir Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist gleich 1. Wir haben also R² und R², und das Ganze soll noch gerechnet werden, hoch 3 Beta. Gut, da können wir zusammenfassen zu, ähm, können wir? Ja, doch, wir können zusammenfassen. Ich würde sogar behaupten, lasst uns mal oben ein R hoch 4 ausklammern, weil, guck mal, das Einzige, was wir tun müssen, ist gleich den Grenzwert R gegen 0 zu bestimmen. Und was ich gerade gerne machen möchte, ist, so weit wie möglich, jetzt schon die R's zu eliminieren, weil wir machen doch gleich den Grenzwert. Und wenn es weniger R's gibt, dann haben wir weniger zur Rechnung gleich. Und das hier können wir nach Potenzgesetz zusammenfassen, das ist R hoch 6 mal, äh, Beta, ne? R hoch 6 mal, R hoch 6 Beta. Und, guck mal, da können wir natürlich die beiden zusammenfassen. Ja, auf jeden Fall können wir die zusammenfassen. Wir können das nämlich schön kürzen. Ähm, das bedeutet, wir haben, äh, 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 äh. Wenn die Basen gleich sind, können wir die Exponenten abziehen. Das ist quasi 4 minus 6 Beta. Oder wenn ich es weiterhin unten stehen haben möchte im Nenner, mh, dann drehen wir es einfach um. Cosinus hoch 4 plus R² mal Sinus. Also, was ich vorschlage ist, ähm, wir fassen das zusammen, ja, zu 6 Beta minus 4. So. Das ist der aktuelle Stand, ja, wenn wir die Polarkoordinaten nutzen. Und jetzt ist der Witz einfach, dass man R gegen 0 schickt. Und wenn da 0 bei rauskommt, dann ist die Funktion stetig. Und, ähm, wenn ich R gegen 0 schicke, dann wird der hier wegfallen. Ähm, ah, doch. Endlich hat es geklappt. Äh, wahrscheinlich, ich bin gerade ein bisschen gefangen hier. Ich muss immer diese Aufgabe lösen als, ja, Gutmachung für die, für die Letzte. Ja. Ähm, meine Idee ist folgende. Wir fassen das zusammen. Und zwar oben, im Zähler. Die Basen sind gleich, die Exponenten werden von einer abgezogen. Und jetzt die Frage an euch. Wenn ich den Grenzwert R gegen 0 bilde, gibt es dann unendlich viele Beta, sodass da wirklich 0 bei rauskommt? Denn das ist die Frage. Gibt es unendlich viele Beta, für die, dass die Funktion stetig ist? Also, ich möchte jetzt hier, ähm, machen R gegen 0. Und ich möchte, dass da 0 bei rauskommt, ja. Denn dann würde sich das alles auf einen einzigen Punkt, auf diesen Funktionswert zuziehen. Und die Frage ist nur, für welche Beta? Oder gibt es unendlich viele Beta? Was denkt ihr? Du sagst nein. Oder seid ihr schon bei so einem anderen? Ich glaube auch, dass mit... Ah, du machst mit Funktionsfolgen? Ähm, nicht. Ich denke, es gibt unendlich viele. Denkt ihr nicht? Warum nicht? Weil, guck mal, die Idee ist ja, wenn R gegen 0 geht. Der hier geht ja gegen 0, ne? Und das Blöde ist, dass da noch ein Cosinus drinne vorkommt. Und würde jetzt der Cosinus überbleiben, dann wäre das ja nicht 0. Nicht zwangsweise für alle Winkel. Aber ich bin mir sicher, dass ich das Beta so wählen kann, dass... Dass hier noch ein R überbleibt. Ja? Also quasi noch eine mal 0 überbleibt. Da bin ich mir sowas von sicher. Äh, Beta kleiner als 2 Drittel. Moment. Gute Frage. Wenn es 2 Drittel ist. Dann sind wir bei 4. 4 minus 4 ist 0. Das wollen wir nicht. Genau. Ähm, und du sagst Beta kleiner als 2 Drittel. Das heißt... Warte, Moment. Moment. Würde ich noch nicht 100% unterschreiben? Also eventuell, ich muss es nur kurz überprüfen. Weil wir wollen ja auch nicht, dass der Exponent negativ wird. Ne? Achso, deswegen sagtest du kleiner. Haha, okay. Genau. Ich würde es nämlich so angehen. Ich würde sagen... Wahrscheinlich kommen wir jetzt genau auf die Lösung. Ich bin doch nur gerade ein bisschen matschig im Kopf. Ähm... Dieser Wert, ja? Der muss größer gleich... Nicht mal größer gleich 1. Der muss größer sein als 0. Doch, doch. Ich glaube, du hast recht. Das ist genau die Lösung gewesen. Wenn der größer ist als 0. Und wenn es nur... R hoch 0,00001 ist. Ne? Wenn ich dann R gegen 0 schicke, habe ich dann eine 0. Und perfekt. Und richtig, wenn wir es jetzt umstellen, haben wir das Dings. Bums. Dann haben wir Beta kleiner als 2 Drittel. Und das ist genau die Lösung, die du gerade geschrieben hast. Also... Super. Super Sache. Ja. Hammer ist wenigstens gerettet. Wahre Aussage. Es gibt unendlich viele Betas. Ja. Genau. Puh. Jetzt bin ich auch ein bisschen fertig. Ich setze mich mal hin. Äh. Äh. Mal gucken. Kurze Frage dazu. Was sagst du? Ja. Was ist die Frage? Seht ihr das noch? Ja. Ja. Vor dem Weg. Was ist die Frage? Wenn Limes y gegen 0 und x gegen 0 endlich sind. Dann gibt es Limes x gegen y gegen 0. Okay. Wenn die endlich sind. Ja. Ach so. Äh. Warte mal kurz. Nur weil du x und y gegen 0 schickst, heißt das nicht, dass wir uns auch gleichzeitig von allen unendlich vielen Richtungen aus der 0 annähern. x gleich 0, y gleich 0 würde ja dann quasi nur aus Richtung der Koordinatenachsen bedeuten. Also vier Richtungen von unendlich vielen. Wir müssen aber aus allen unendlich vielen, aus allen Richtungen, die es gibt. Aus jedem nur möglichen Winkel. Also hier, für alle phi von 0 bis 260 Grad. Das ist wichtig. Und für alle Winkel schicken wir den Radius r gegen 0. Das ist darum der Übergang zu Polarkoordinaten. Wenn das die Frage war. Und zwar genau die hintereinander Ausführung. Ja. Und diese hintereinander Ausführung, genau da ist es eventuell, könnte es eventuell ein Problem geben, weil du nicht alle Fälle mit betrachtest. Oder würdest du damit sagen, du hast ein Gegenbeispiel gefunden? Was ist denn das Problem, wenn es kleiner als 0 wird? Ja, wenn es kleiner als 0 wird, dann ist es sowas wie, ich sag jetzt mal, ich spinne jetzt mal rum, r, sowas hier, ne? Und dann hätte man sowas, dann würde das Minus, also dieser negative Exponent, würde ja stehen für einen Bruch. Und wenn jetzt r gegen 0 geht, dann wird der hier unendlich groß. Und das ist das Problem. Darum muss der Exponent größer sein als 0. Damit wir auch wirklich eine 0 dran multiplizieren und keine unendlich große Zahl. Das ist die Frage, ne? Warum, äh, größer als, genau. Genau. Was ist das Problem, wenn es kleiner als 0 ist? Das war das Problem. Äh. Ja, Jonas, ja, ich, gute Frage. Also ich kann nur sagen, man muss sich aus allen Richtungen nähern, aus allen 360 Grad Richtungen. Äh, ja. Ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Tricks, die ich, äh, auch gerade nicht im Kopf habe. Also, ich würde ja gar nicht sagen, dass es nicht geht, ja. Ich würde nur sagen, mit Polarkoordinaten ist ein safes Ding, weil dann muss man nur noch r gegen 0 machen. Könnten wir noch ein paar Aufgaben zur Überprüfung von Stetigkeit machen? Äh, ja, ich glaube, ein bisschen ist Energie nach 5 Stunden auch raus. Vielleicht einen anderen Mal wieder. Ja, genau. Äh, so schickt mir mal gerne. Ansonsten, ich schalte euch mal kurz auf meine Kamera um. Ähm. Hallo. Äh, ja. War schon, war schon ganz schön hart. Also ich muss sagen, ähm, diese Klausur, huiuiui, jetzt hat sie in sich gehabt. Also mir hat sie mega Spaß gemacht, ja. Und ich bin ehrlich, ich hatte mich auch vorbereitet, ähm, hab aber nicht auf die Musterlöser. Ich bin natürlich fair. Ich möchte in derselben Situation sein wie ihr, wenn ihr in der Prüfung seid. Nicht in die Illusion geschaut. Und das hat ja auch alles wunderbar funktioniert, ne. Bis am Ende zur Theorie. Ach, ärgerlich. Gut. Naja. Na gut. Aber ich hoffe, der Rest ist, ähm, für euch. Der war ein Mehrwert für euch. Dankeschön. Ja, gerne. Also mir hat es auch mega Spaß gemacht. Ja, klar, genau. Und noch eine Dimension höher mit Kugelkoordinaten. Ja, so ist es. Ist natürlich kein Allzweckmittel für alles, ne. Man kann aber auch Verschiebungen mit reinnehmen. Man könnte sagen, man nähert sich nicht dem Punkt 0,0 an, sondern schreibt innerhalb der Polarkoordinaten, ja, hier zum Beispiel könnte man sagen, nochmal irgendwie eine Plus 2, ne. Dann würde man sich dem Punkt 0,2 annähern. Also man kann auch damit beliebige Punkte annähern. Ja, nicht nur 0,0. Obwohl 0,0 der Klassiker ist. Das freut mich, wenn ich euch helfen konnte. Das ist wirklich schön, ja. Und guckt mal, bis zum Schluss, wir sind noch 98 Zuschauer. Am Anfang waren wir nicht auch nur 100, noch was am Anfang? 99. Wow. Also fast alle bis zum Ende geblieben. Training, Training, Training. Ich denke, nee, ich fühle mich schon. Wird auch so was zu sagen. Ich sehe richtig lax aus. War schon ewig nicht mehr trainieren. Wegen der ganzen Corona-Sache. Ah ja. Es ist, wie es ist. So Leute, habt ihr noch eine Frage? Oder denkt ihr, wir machen, wir machen noch, was du hast schon? Zum Beispiel hier und dann haben wir oben. Ach so. Ah, der hat wahrscheinlich keinen Link mit reingepackt hier. Ich sehe den nicht. Schick es mir einfach mal per E-Mail und gucke ich es mir mal an. Gut. Ja, ich hatte ursprünglich noch vor, genau so eine Fragestunde zu machen. Ich weiß nicht. Also es ist, gerade bin ich ein bisschen fertig. Und ich habe ja auch in der ganzen Zeit keinen neuen Content für YouTube kreiert. Ich muss ja neue Videos machen. Ich muss mich darum auch erstmal kümmern. war ja mein Plan jetzt, täglich ein Video rauszubringen. Ich habe für morgen keins mehr. Ich muss also entweder morgen früh aufstehen oder ich muss heute noch eins machen. Ich weiß es nicht. Naja. Ah, noch eine einfache Aufgabe zu La Grange. Naja. Gut. Dann machen wir, eventuell lasse ich mich breitschlagen noch für einmal Determinantmethode. Eine Determinantmethode, da lasse ich mich doch noch breitschlagen. Dann gib mal her. Schwerste Uni nach meiner Meinung. Ist schon mit eine der schwierigeren. Eine Uni hätte ich gerne noch gemacht, die hat auch richtig fett in sich. Ich glaube, Bremen war es. Da kommt auch noch mal Laplace, also Differenzialgleichungen lösen mit Laplace-Transformationen, Integralsatz von Gauss und Stokes. Da sollte man dann komplett, äh, also komplette Verifizierung machen, also so komplett über meinen Zylinder integrieren, also komplett Mantelfläche, Grundfläche, Deckfläche und dann noch Gauss, äh, um das zu überprüfen. Also, da gab es schon einige feurige Aufgaben noch drin, die hätte ich gerne noch gemacht. Ach, aber zeitlich ist die andere Sache, ne? So, also, Beamer Fan 89, was ist jetzt die Aufgabe? Aufgabe 2.2, welche? Achso, ich gebe euch mal meine E-Mail-Adresse, ne? Was ist denn Aufgabe 2.2? Wo hast du denn die her? Ich habe ja keine 2.2. Ähm, sag mal. Wo steckt denn Aufgabe 2.2? Was ist 2.2? Ja, wir hatten doch vorhin, äh, ne, welche? Ich glaube, das freut mich, ja. Ja, alle Aufgaben sind durch, aber es gab ja noch eine Frage vom Beamer Fan. Also, wenn die Aufgabe nicht kommt, dann machen wir sie. Ich habe keinen Link bekommen. Hast du mir eine E-Mail geschickt? Ich klicke hier keine Links. Ähm, du musst mir die Aufgabe schon irgendwie zukommen lassen. Der Links erscheint hier drin. Ah, Jakob, bist du es? Du hast es mir geschickt? Entschuldigung. Anonymität zerstört. Sorry. Das war natürlich nur ein Fake-Name. Das, du meinst Aufgabe Teil 2.1, ist das so richtig? Aus der 2019er, Höre Mathematik 3. Mal wieder zu euch zurückschalten hier. Das mal. Ja, ja. Wie bei den Simpsons. Ja, das ist, äh, Lisa.s. Oder der Anonymität halber Elbpunkt Simpsons. Ja, okay. Wenn das die Aufgabe ist, ne, dann, ähm, warum nicht? Ach so, das ist eine Ellipse. Ha. Ja, ja. Clever. Ellipsen machen immer Probleme. Aber, sei es drum, machen wir. und die Funktion f als stetige Funktion mit f auf der kompakten Menge e Minimum und Maximum an. Geben Sie den Punkt auf e an, in dem f maximal wird. Hinweis, wenden Sie Lagrange an. Naja, wenn die schon sagen, wir sollen Lagrange nehmen, dann nehmen wir auch Lagrange. Ich schreibe an und dann, ähm, machen wir das mal. Gut, Leute. Finale Abschluss Lagrange. Gegeben ist eine Ellipse. Ähm, mit folgenden, folgender Darstellung. So was hier. Ach ne, 9. Noch besser. Ah, aber eventuell, wartet mal. Guckt mal, wenn wir die 9 und die 16 hier mit reinziehen in die Klammern, dann kürzt sich doch da hinten was weg. Ist doch lediglich eine Verschiebung. Ah, weiß ich nicht, ob wir das nutzen können, aber ist erst mal ganz interessant. Und gegeben ist noch eine Funktion, f gleich x plus y und die Aufgabe ist, wir sollen, äh, weil das ja ne, ja, das steht sogar, Satz von Weiherschloss, ne, als stetige Funktion nimmt f auf einer kompakten Menge ihr Minimum und Maximum an. Klar, global sogar, ne. Äh, wir sollen jetzt die Punkte angeben. und ich behaupte, das geht mit der Determinanten-Methode. Ähm, ich schalte mal zurück zu euch. So. Feuer frei. Auf geht's. Wir wollen jetzt mit der Determinanten-Methode arbeiten, um auf die kritischen Punkte zu kommen. Und ich werde jetzt mal ein bisschen das nicht so sauber schreiben, aber es ist klar, ich muss minus 1 rechnen, damit das g heißt, ne. Äh, und dann haben wir abgeleitet nach x, nach y und jetzt die obere nach x ist, ähm, also die Nebenbedingung nach x ist 2 mal x minus 3 Neuntel und nach y haben wir äh, 2 mal y minus 4 Sechzehntel. Wenn du gerade überlegst, kann man ja kürzen, ne. Und davon die Determinante soll 0 sein. So, wenn ich über Kreuz multipliziere, das mal dem, minus das mal dem, dann haben wir einmal ein Achtel y minus 4 minus 1 mal 2 Neuntel x minus 3 und wie gesagt, die Determinantmethode sagt gleich 0 und schaut mal, das klappt, wir können nach x beziehungsweise y umstellen und dann wieder in die Nebenbedingung einsetzen. Ein Glück. Manchmal machen Ellipsen allerdings aber auch Probleme, äh, wenn die Zielfunktion schwerer aussieht. Wenn ich jetzt hier x Quadrat plus y Quadrat hätte, eventuell, weiß ich nicht, massive Probleme, äh, könnt ihr aber probieren, aber sowas wird dann auch meist nicht in der Prüfung gefragt. Es gibt schon super einfache Aufgaben, wo man das gar nicht denkt, ähm, die sich aber gar nicht so entspannt lösen lassen, wie man das eigentlich gerne hätte. So, seht ihr das? Habe ich richtig ausmultipliziert, minus minus wird so plus, ne, gekürzt, haut alles hin, ja, schreit ruhig rein, wenn es, äh, wenn es nicht so ist. Ich, äh, denke erst mal ja. Und jetzt könnten wir hier ein bisschen zusammenfassen, z.B. zwei Drittel minus 1 halb, das sind doch dann, das ist nicht 1 Sechstel, sollten, oder? 4 Sechstel minus 3 Sechstel, sind wir bei 1 Sechstel, ja, 1 Sechstel. Und jetzt würde ich das gerne nach Y umstellen, ähm, wisst ihr was, ich mach gleich mal 8, ich bin, bin jetzt gerade ziemlich faul, ich will schon zum Ende, sind wir bei 1 Sechstel, wenn wir es rüberziehen, haben wir 2 Neuntel X minus 1 Sechstel und das Ganze noch mal 8, ja, das ist unser Y. Und wenn wir dieses Y jetzt da oben einsetzen, dann behaupte ich, ähm, lässt sich die Gleichung eindeutig nach X umstellen. Und damit haben wir unsere Lösung raus. Und deswegen ist die Determinantmethode auch hier wieder, äh, von Vorteil. Gut, vielleicht können wir es ein bisschen schöner machen, ich habe es ein bisschen hingerotzt hier. Ähm, wie wäre es, wenn wir es erweitern mit, auf Achtzehntel. Also ich, äh, spinne jetzt rum. Dann müssten wir hier mal 3 rechnen, hätten wir 6 X, äh, hier müssten wir mal, nee, mal 2 rechnen, dann müssten wir mal 4, dann müssten wir mal 3 rechnen, dann hätten wir eine 3 und am Ende noch mal 8, das heißt, es kürzt sich einmal, äh, 2 X minus 3 Neuntel mal 4. Okay? Das ist unser Y. Also 4 Neuntel mal 2 X minus 3. So, und wenn wir jetzt dieses Y gleich, äh, 4 Neuntel mal 2 X minus 3 in die Nebenbedingungen einsetzen, also die da oben, dann sollte doch eigentlich das Ganze sich nach X umstellen lassen, also ich sehe kein Problem, vielleicht stoßen wir noch auf 1. Weil, also irgendwie sieht das alles nach PQ-Formel aus, ja, vielleicht können wir noch ein bisschen andersrum tricksen. Wenn man minus, erst mal rechnen wir minus 4. Oh, das ist ja, gut, vielleicht bleiben wir doch bei der ursprünglichen Darstellung. Ähm, oder ich multipliziere auch, dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir 8 Neuntel X minus, ja, sorry, da war ein bisschen blöd, das mit dem Zusammenfassen. Ich bleibe bei der ursprünglichen Darstellung. Wir wollen ja nämlich gleich noch minus 4 rechnen. Ja, überprüfen. minus 4 danach quadrieren und dann müssen wir noch durch 16 teilen und es muss gleich 1 bei rauskommen. Na, da bin ich mal gespannt. Gucken, was ihr sagt. Dürfte man aber wahrscheinlich nicht, weil dort ja steht Lagrange. Wir benutzen Lagrange, ja, wir machen nur die ersten drei Schritte von Lagrange. Hier, das hier waren die ersten drei Schritte von Lagrange nur in einer knackigen Gleichung. Es ist Lagrange. Es ist kein neuer Trick. Ihr könnt aber nachfragen. Ich habe ihn falsch erweitert. Ach, das ist ärgerlich. An welcher Stelle? Naja, vielleicht wische ich einfach hier wieder weg. Tatsächlich, ich habe etwas falsch gemacht, ne? Ja, ich habe falsch gemacht. Ach, Mensch. Seit wann? Seit 5 Stunden. Wartet mal, wo ist der Fehler? Mich regt das auf. Ich habe mich ja, ich habe mich ja falsch gemacht. Ihr habt recht. Ich würde den weg machen. Ich will die Aufgabe jetzt noch beenden. Auf jeden Fall ist hier alles richtig, ne? Die ein, die 2 Neunte ging rüber, die plus 1 Sechstel, die ging rüber zu minus 1 Sechstel und dann nochmal 8. Das ist alles richtig, ne? Wisst ihr, was ich mache? Nochmal an dieser Stelle eingesetzt. Ähm. Genau, jetzt ausmultipliziert. Da habe ich auf jeden Fall irgendwo einen kleinen Fehler drin gehabt. Äh. Und 8 Sechstel gekürzt sind wir bei 4 Drittel. Und jetzt aber. Zurück ans Werk. Äh. Wir wollen 16 Neuntel x minus 4 Drittel. Das wollen wir in die Nebenbedingungen einsetzen. und wir haben und wir haben x minus 3 Quadrat durch 9 plus. Und jetzt rechnen wir den Termin minus 4, also 16 Neuntel x. Was ist ein minus 4? Also minus 12 Drittel sind wir bei minus 16 Drittel. Ja. Ah, guck mal. Beides mal eine 16 und unten auch eine 16. Also irgendwie passt doch das mal wieder. wenn sein Gefühl sagt, dass irgendwas irgendwas geht hier gleich gut auf. Ich hoffe. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach. Ähm. Stimmt. Ne? Minus 4 sind wir bei minus 12 Drittel. Minus 16 Drittel. So weit, so gut. Ne? Ja, genau. Ich habe einfach falsch erweitert gehabt. Ähm. Ja, und jetzt einfach nur die Klammern auflösen, zusammenfassen und PQ-Formel machen. Denke ich, das ist kein Problem. Wollt ihr, dass wir es noch zusammen zu Ende machen? Oder reicht euch das bis an diese Stelle? Weil ich würde behaupten, Klammern, also man kann natürlich jetzt elegant machen. Man könnte sagen, hier die 16 ziehen wir rein. Das ist ja so wie, als wenn wir es unter die Wurzel ziehen, ist ja wie ein Viertel. Dann kürzen die sich jetzt jeweils einmal weg. Dann haben wir hier nur noch Viertel stehen. Also, das könnte man vielleicht noch machen. Ich hätte jetzt einfach die Aufgabe nicht zu Ende gerechnet, weil ich irgendwie denke, dass ihr das, ich denke, ihr kriegt das gut hin. Auch ohne meine Hilfe weiter an der Stelle. Was sagt ihr? Noch besser. Guck mal, hier, könnte man nicht einfach jetzt hier noch eine, ich könnte auch ein Drittel ausklammern. Quadrat ist eine Neuntel. Dann hätten wir hier, geht es gleich mit der Neuen weg. Was ist denn mit hier einfach mal Neuen rechnen? Ach Mensch, wenn es doch, wenn es sich doch nicht so wunderschön ergeben würde, die Aufgabe, dann würde ich doch einfach aufhören jetzt. Aber, das ist so, ha, wenn wir jetzt hier mal Neuen rechnen, dann haben wir quasi x-3 Quadrat. Wenn wir jetzt hier noch mal Neuen rechnen, wir können die Neuen, wenn wir, wenn wir die Wurzel ziehen, können wir nämlich noch reinziehen. Also, mal drei könnte man reinziehen. Und dann haben wir nämlich hier vier Drittel x-4. Seht ihr das? Wie wunderschön, das sich bisher aufgelöst hat. Und jetzt noch, okay, aber schöner wird es nicht, glaube ich. Also, wir könnten jetzt noch binomische Formel machen, aber hätten trotzdem einen unangenehmen Vorfaktor. Sagt ihr einfach. Braucht den Stoffen noch nicht mehr, danke schön. Ja, ja, wirklich, das ist schon, das klingt komisch, aber das ist schon eine kleine Adrenalinkick, wenn Dinge einfach funktionieren. Ja, ich bin noch ein bisschen fertig. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ich hoffe, die Idee ist klar. Ausmultiplizieren, PQ-Formel und dann habt ihr auch den Y-Wert. Also, tatsächlich eine etwas unangenehmere Aufgabe wieder, aber, ach nee, eigentlich ging die, eigentlich ging die, wenn man, wenn man diesen Trick, nutzt, mit der Determinantmethode. Ja, wirklich, ein bisschen fertig. Alles klar. Ihr macht auch nicht zu lange, ja. Guckt euch das heute und morgen nochmal an. Geht auf jeden Fall zeitlich schlafen. Es ist wirklich so, ausgeschlafen und zur Prüfung, das vermeidet extrem viele Schusselfehler. Müsste 4x-3, ja, ich, ähm, nee, nee, wegen der 9, ähm, machen wir jetzt nicht weiter. Es ist, es kommt eine 3 unter der Quadrat-Dings mit rein. Deswegen, 4, Drittel, ja, egal. Äh, ich würde sagen, wir machen erst mal, hast du noch einen, hast du einen Tipp, wie man sieht, welche Orientierung einen normalen Vektor hat. Ähm, ja, wenn zum Beispiel nur die Z-Komponente über ist, ne, dann zeigt es ja schon mal in eine eindeutige Richtung. Wenn man jetzt in normalen Vektoren noch Polarkoordinaten drinne hat, r mal Cosinus, r mal Sinus oder sowas, ähm, manchmal steht auch r Quadrat mal Cosinus, r Quadrat mal Sinus und sowas, also, das ist irgendwie, man sieht, dass es irgendwie positiv ist, ne, die positive x- oder y-Richtung zeigt, und der kann ja nur nach außen oder nach innen zeigen, ne, ähm, genau, also einfach nur, also in den meisten Fällen sieht man es, ja, in, ja, ja, das wäre eigentlich ein echter Tipp gewesen. Äh, ich bin noch ein bisschen fertig jetzt, vielleicht machen wir noch mal einen anderen Tag was. Ganz lieb von euch, danke. Ja, habt noch ein bisschen Zeit, genau, aber wie gesagt, schlaft aus, ne, macht euch nicht zu fertig. Ähm, gut, ich würde sagen, äh, dann macht mir langsam Schluss, ich möchte mich auch bei euch bedanken, noch mal, auch, dass wir bis zum Schluss noch so viele Leute geblieben sind, ne, fast 100 Leute, ähm, ja, tut mir echt leid, dass ich diese, ja, tatsächlich bei diesen drei Theorie-Fragen nicht ganz helfen konnte. Ich gucke mir auf jeden Fall noch mal an. Schreibt mir mal bitte was, dann, vielleicht könnt ihr mal nachfragen, was da, was da, was da, was da dazu sagen. Würde mich sehr interessieren, war eine sehr spannende Aufgabe. Ähm, ja, ich bleib auf jeden Fall dran. Und, äh, danke schön, danke mein Lieber. Gut, Leute, dann, bevor wir zu viel Zeit verlieren, ähm, macht's gut, ja, äh, geht was essen, weiß ich nicht, gut durch aus. Ja, also dann, dann, ja,